Abschnitt 1 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch Ein Freund Lord Byrons Kapitel 1 Und er lüftete den Schleier But there are wondrous our eternity Byron Wie der erste Atemzug eines aus tiefer Ohnmacht Erwachenden strich der Lufthauch durch die Veranda in das Gartenzimmer des Bungalows, wo er die feinen Stirnhaare eines jungen Mädchens wie Spinngewebe flattern ließ. Das einzige, was er weit und breit bewegte. Erst der zweite Hauch versetzte die silbernen Blätter des Pipalbaumes rechts von der Treppe in ein leises Zittern, das dem Auge als ein blendendes Flimmern, dem Ohr als das plötzliche Niederrieseln eines Regenschauers bemerkbar war. Erst er wurde auch als Kühlung verspürt von dem lesenden Mädchen, dem er einen kleinen Seufzer der Erfrischung entlockte und bis zu einer unwillkürlichen Bewegung belebte, die den Bambusstuhl, in dem sie zurücklehnte, leise erknarren ließ. Ihr Gegenüber aber, ein vierschrötiger Mann, dessen Stirn nur wenig Haare dem Windhauch zum Spiele bot, während der reichlich vorhandene, grau gesprenkelte Bart zu borstig war, um sich dazu herzugeben, schien jetzt auch so weit belebt zu sein, dass er zu einem vorübergehenden körperlichen Bewusstsein gelangte. Denn ohne noch den Blick von den Palmblattstreifen wegzuwenden, die einen kleinen länglichen Stoß vor ihm auf dem Tische bildeten, ergriff er mit der rechten Hand ein daneben liegendes Seidentuch und rieb sich damit die bucklige und etwas hervorstehende Stirn und den kurzen Hals. Das offenstehende, ungestärkte Hemd ließ diesen Hals unbedeckt, dessen hellere Farbe, die gerade unter dem Nackenhaar einer kräftigen Ziegelröte wich, deutlich genug verriet, dass der eifrige Leser nicht sehr lange unter diesem Himmelsstrich geweilt hatte. Die indische Sonne hatte noch nicht vermocht den Unterschied zwischen dem Teil der Haut, der immer frei der Luft ausgesetzt gewesen und dem Andern, der durch die in Europa übliche Halsbinde geschützt gewesen, hinlänglich auszugleichen. Wenn nun auch dieser Gelehrte keinen Bruchteil einer Sekunde seinen Blick von dem eigentümlichen Manuskript erhob, so ließ hingegen das Mädchen das kleine, in grünen Marokkan gebundene Buch, in dem sie bis jetzt gelesen hatte, in den Schoß sinken, und ihr Blick schweifte frei über Garten und Gegend hinaus. Das feine Akazienlaub, die Wedel der Farnbäume und die weichen Fahnen der mächtigen Bambussträucher bewegten sich jetzt fortwährend leise und wohlig. Der See aber, nachdem der Garten allmählich sich hinunterneigte, lag so tief, dass nicht ein Hauch seine Spiegelfläche trübte. Über dieser erhob sich, nach dem Hintergrund zu, das Land in fleischfarbenen Tönen, bis es ohne merklichen Übergang zum Gebirge wurde, das wie ein Haufen von aufgepufften, silbergrauen, rosigen und lilafarbenen Seidenstoffen in die blasse Luft emporwuchs. Das rechte Seeufer war von oben bis unten ein ungeheurer Burgpalast, der hinter dem Schleier der vibrierenden Hitze in die alles auflösende und vergeistigende Glut getaucht, mit seinem Spiegelbilde zusammenschmolz und so, gleichsam freischwebend, eher das fantastische Traumbild eines trunkenen Architekten, denn ein wirklicher, von Menschen bewohnter Bau zu sein schien. Den roten Sandsteinfelsen unmerkbar entwachsen, entfaltete sich ein verwirrendes und doch entzückendes Durcheinander von zinnengekrönten Basteien, Freitreppen, Terrassen, Mauern, Erkern und Säulenhallen, bis schließlich das Ganze sich zerteilte in einen Wald von Pavillons, Türmen, Kuppeln und wunderbaren Zwitterformen beider, gedrückte, zwiebelförmige und hochgestreckte, ananasartige Kuppeln und vielstufige, pagodenartige Pyramiden. Dies war das hell in hell gemalte Bild, das von der nach der Veranda zu offenen Wand des Zimmers eingerahmt wurde. An den beiden Seitenwänden hing je ein dunkles, links ein Porträt von Lord Byron mit der bekannten Drehung des kleinen, graushaarigen Kopfes in dem zurückgeschlagenen Kragen und mit den ebenso bekannten quer über das Wams gezogenen Mantelfalten. Ihm gegenüber sah man einen jungen Mann in goldbetrester blauer Jacke, welcher Brust und Ärmel des scharlachgestickten Hemdes unbedeckt ließ und nur gerade bis zu der kirschroten, seidenen Scherpe reichte, in der zwei mit Silber verzierte Terzerolen steckten, die weißen Fustanellen wurden von dem Rahmen abgeschnitten. Das Gesicht war von den großen orientalischen, tiefdunklen Augen beherrscht, ein spärlicher Schnurrbart kräuselte sich auf der Oberlippe und unter dem Fes fiel das Haar in schweren, wie eben Holz geschnittenen Massen auf die Schulter hinab. Hinter ihm ragten lila-graue Felsgipfel in eine braune, von einem zickzack-Blitz durchstrichene Wolke hinauf. In dieser Gegenüberstellung mutete er als ein Geschöpf des edlen Lords an, etwa als der Corsar, umso mehr als zu beiden Seiten je eine baironsche Heroine, rechts Heidi, links Gulnare, in illuminierten Kupferstichen angebracht war. Endlich erwachte nun auch der Mann, der bis jetzt die Nase in die Palmblätter gesteckt hatte, zu einem deutlichen und dauernden Bewusstsein davon, dass er nicht etwa nur in der Eigenschaft eines Entzifferers altindischer Texte existierte. Er wiederholte, nur noch gründlicher, jene Prozedur mit dem seidenen Tuch, das dann benutzt wurde, um die euleneugigen Gläser der großen Hornbrille zu putzen. Dann wurde diese nicht mehr auf die Nase gesetzt, sondern durfte auf dem Blätterstoß ruhen, und die zu ihr gehörenden Augen sahen sich unbewaffnet um, wie um sich zu orientieren, wo sie sich eigentlich jetzt befänden. Da alles draußen für sie nur wie ein leuchtender Nebel war, wandten sie sich natürlicherweise an die nahen Gegenstände, zunächst an die beiden Bilder, die jene Frage vollkommen beantworteten, und blieben dann mit einem liebevollen Lächeln am Gesicht des jungen Mädchens haften, dessen Blick noch immer durch die Veranda hinausschweifte. Es steht hier geschrieben, dass die Kuh mittels der Augen sieht, der Mensch mittels der Vernunft, der Brahmane mittels des Veda, und leider muss ich hinzufügen, der deutsche Professor mittels der Brille, aber auch ohne eine solche, glaube ich, sehen zu können, dass der Raja-Palast deine Gedanken besser zu fesseln weiß, als die Poesie unseres Freundes und Wirtes. Das Lächeln der jungen Dame, das bereitwillig den Brillenscherz honoriert hatte, wurde bei den letzten Worten sarkastisch. Sie nahm den kleinen Marokkan-Band, der ihr in den Schoß gesunken war, wieder zur Hand und blätterte darin. Die Poesie unseres Wirtes. Ja, zum Beispiel, Lines written to a lady who, after presenting the author with a ribbon from her bosom, asked him what he would do with it. Das drollige Schmollmündchen, das sie zog, und der sehr gelungene, travestierende Ton, in dem sie den Titel vortrug, brachte ein Lächeln ins Gesicht des Gelehrten, das offenbar nur selten die ernsten Falten verließ. Was er damit machen wollte? Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, Vater, mich interessiert es nicht und besonders nicht hier. Mir scheint, es gehöre eine andere Art Poesie dazu, um es mit jenem Gedicht im Stein drüben aufzunehmen. Wenn es so aus dem Dunst heraustritt, wenn es gleichsam anfängt, aufzuleben, ein Erker hier, ein Pavillon dort hervorlugt, so wie jetzt, dann ist mir immer, als ob der Palast mir etwas zu sagen hätte. Ja, freilich, Amanda, nickte der Vater mit dem nachsichtigen Lächeln, das einem ernsten Forscher ziemt, wenn er wohlwollend auf die Fantasien eines Kindes eingeht. So ein alter Rajputen-Palast könnte wohl etwas zu erzählen haben. Das wollte ich meinen, und zwar von einer Zeit, wo alles größer war als jetzt, schrecklicher, aber auch herrlicher, der Hass blutiger, die Liebe unerschöpflicher, sie erhob sich mit einer energischen Bewegung. Ja, du lächelst, Vater, aber was würde ich singen, wenn ich ein Dichter wäre und jener Märchenbau mir Redestände, wie er dem Dichterauge wohl tun mag? Dabei schlug sie mit einer kleinen, weichen Hand, die gar nichts Heldenhaftes an sich hatte, auf das grüne Bändchen, als ob sie sagen wollte, aber von solchen Offenbarungen keine Spur auf diesen Blättern. Wie sollten Sie mich denn jetzt fesseln können? Der Vater lächelte bei diesen Worten sinnend in sich hinein und strich sich behutsam den Bart. Ja, Amanda, sagte er dann, Einen solchen Blick rückwärts in die Vergangenheit der Dinge soll es wohl geben, wenn man diesen Palmblättern glauben will, die ich jetzt gerade studiere, aber nicht dem Dichter sei er gegeben. Wem denn? fragte das Mädchen mit einem schnellen Blick. Dem Heiligen. Amanda hatte ein paar eigentümliche Augenbrauen. Sie setzten sicher genug an, hörten aber plötzlich dort auf, wo die Wölbung des Liedes die Stirn erreicht, als ob sie fänden, dass es nun genug sei, und jedes längliche Hinschmachten verschmähten. Braune Gedankenstriche über den Tiefen der Augenwinkel. Diese Gedankenstriche rückten jetzt einander näher. Die Stirn runzelte sich über der breiten Nasenwurzel und ein spöttisches Lächeln kräuselte die Lippen, was diese sehr drollig kleidete, denn es passte wenig zu ihren sanften, geschwungenen Linien und weichen Formen. Dem Heiligen. Nun, dann wird freilich Sir Trevelyan es wohl bleiben lassen, jener Sphinx drüben ihre Geheimnisse abzufragen, und er möge immerhin fortfahren, den Weltschmerz seines berühmten Freundes Lord Byron zu verwässern, oder vielleicht noch besser auf Big Game zu pirschen wie heute. Der Indologe hörte aus dem Klang ihrer Stimme eine ihm unverständliche Erregung heraus. Er zog aus einem Schildkrötenfutteral eine weniger eulenartige Brille heraus, als die zum Lesen benutzte, setzte sie mit der ihm eigenen bedächtigen Würde aller Bewegungen auf die breite hervorspringende Nase und schien die Landschaft zu genießen, während der Blick in Wirklichkeit nicht weiter kam als bis zu dem anmutigen Profil der Tochter, die jetzt an dem Türpfosten der Veranda lehnte. Aber der herbe Zug um die zusammengepressten Lippen und das gerade bemerkbare, schmerzliche Runzeln der freien, breiten Stirn, die ein klein wenig an eine Kinderstirn bei aufziehendem Tränenwetter erinnerte, wollte nichts von ihren Geheimnissen diesem gelehrten Blick verraten, dem Striche und Punkte einer alten Palmhandschrift jedenfalls leichter zu entziffern waren, als alle Grübchen, Fällchen und Runzelchen eines Frauengesichts. So nahm er denn etwas enttäuscht mit der Landschaft vorlieb, und um einer gewissen Verlegenheit ein Ende zu machen, bemerkte er, man sehe jetzt den Nuller-Nuller, Fußnote, eingeschnittenes Bett eines Wasserlaufes, Ende-Fußnote, drüben ganz deutlich. Schon? Amanda wandte mit diesem Ausruf den Blick nach dem Hintergrund, wo nun ein schmaler, blasser Schatten sichtbar war, der von dem Ende des Sees sich in geknickten Linien landeinwärts zog, bis er, immer schwächer werdend, in der Blässe des Gebirges verschwand. Ja, es muss also recht spät sein, bemerkte der Vater, dem dieser Zug der Landschaft offenbar statt des Zeigers seiner Uhr diente, die er in diesem westenlosen Zustand nicht bei sich trug. Sir Edmund meint, er würde viel früher von diesem Jagdausflug zurück sein. Wenn er sich nur nicht geirrt hat, es ist eine wilde Gegend, und noch wilder sind seine Begleiter, der Ratschput mit dem hinter das Ohr gestrichenen Bart. Chandra Singh, meinst du? Ja, bisweilen sieht er Sir Trevelyan mit einem so tückisch-schälen Blick an. Wirklich? Tut er das? Hm, Kalarama sagte mir. Er hielt inne mit einer verlegenen Miene und einem sehr misslungenen Versuch zu tun, als ob er über die Landschaft ganz vergäße, was er sagen wollte. Hm, ja, wundervoll, wie man heute den Nullar sieht. Dort stellen Sie also jetzt dem Panther nach, nicht wahr? Es war im oberen Teil des Nullar? Jawohl, aber was hat denn der Minister gesagt? Wenn es in ganz Indien einen Eingeborenen gibt, der keine lose Rede führt, dann ist es Kalarama. Ach so, ja, Kalarama, seine Exzellenz, äh, ja. Der ertappte Vater hatte sich zu spät entsonnen, dass es sich um etwas handelte, was er am liebsten mit seiner jungen Tochter nicht besprochen hätte. Es gab aber offenbar kein Entwischen mehr. Wenn Amanda auf diese Weise fragte, dann wollte sie Antwort haben. Ja, er sagte mir, wir sprachen von den Ratschputen und ihrem leidenschaftlichen Wesen. Ich weiß eigentlich nicht, warum, jetzt, wo ich daran denke, kommt es mir vor, als ob er vielleicht eine bestimmte Absicht mit dieser Vertraulichkeit hätte. Sicher hatte er eine Absicht, aber womit? Was hat er dir denn anvertraut, dass ich so aus dir herauspressen muss? Dass eben dieser Chandra-Singh eine leidenschaftliche Liebe zu der Rani hat, die sogar vielleicht nicht ohne Aufmunterung und Entgegenkommen geblieben ist. Der Indologe machte diese vertrauliche Mitteilung mit einer etwas verschämten Miene, wie sie einem deutschen Gelehrten und Vater geziemt, wenn er durch die Tücke der Verhältnisse gezwungen wird, mit seiner jungen Tochter über so heikle Sachen, wie die Liebe eines Mannes zu einer verheirateten Frau und gar zu einer Fürstin zu sprechen. Aber dieses romantische Palastgeheimnis schien das Mädchen herzlich kalt zu lassen und kaum einmal ihre Neugier zu erregen. So gleichmütig kam ihr Fragen, dass nun ja? Die Rani soll ja eine sehr schöne Erscheinung sein, eine Art Urwasi, wie die blühenden Verse Kalidassas sie uns beschreiben, wenn auch kaum so lieblich. Ich bin recht neugierig, ob man sie morgen Abend beim Gartenfest des Raja bewundern darf. Wahrscheinlich nur die Augen, die allerdings ganz besonders gerühmt werden. Du wirst sie ja freilich schon früher und zwanglos zu sehen bekommen. Wann solltest du hinüber, um ihr deine Aufwartung zu machen? Mein Besuch ist auf die letzte Stunde vor Sonnenuntergang festgesetzt, wenn es etwas kühler wird. So, diese Hindu-Venus hat es dem bärtigen Ratschputen angetan? Und was hat das mit Sir Trevelyan zu tun? Hm, ja, wie du soeben von Chandra Sings schielendem Blick sprachst, einen tückisch schälen Blick war, glaube ich, der Ausdruck, den du gebrauchtest, fügte er mit der peinlichen Akribie des Textkritikers fragend hinzu. Jedenfalls war es genau meine Meinung. Ja, hm, da kam mir der Gedanke, wie einem manchmal so etwas durch den Kopf blitzt, wenn nun der Ratschput in Sir Edmund einen Rivalen erblickt. Einen Rivalen? Nun ja, nicht, dass ich meine, dass unser Freund selber Gott bewahre, aber er ist ein hübscher, sogar ein schöner Mann. Eine interessante Erscheinung. Er gefällt den Frauen sehr, glaube ich, so dass es wohl möglich wäre, dass Chandra Sings ganz ohne wirklich gegebene Veranlassung seitens unseres lieben Wirtes Die Verlegenheit des braven Gelehrten stieg von Wort zu Wort. Je tiefer er in die Materie hineinkam, umso mehr fühlte er, wie wenig es seiner, des Professors Dr. Phil Karl Eichstätt, rühmlichst bekannten Indologen, Herausgeber des Manava Dharma Satra, korrespondierenden Mitglieds verschiedener englischer, französischer und italienischer wissenschaftlicher Gesellschaften, würdig war, hier zu sitzen und Möglichkeiten eines Liebesabenteuers zu erörtern, wenn auch eines indischen Liebesabenteuers. Ja, wenn Chandra Singh und die Fürstin vor drei bis viertausend Jahren gelebt hätten und ihre Erotik eine Episode im Mahaparatam gebildet hätte, dann wäre die Sache eine andere. Aber so? Diese Verlegenheit hatte die für seine eigene Seelenruhe wohltätige Wirkung zu verhindern, dass er die tödliche Blässe gewahrte, die plötzlich wie durch einen eisigen Hauch über das Gesicht des Mädchens hinweggeweht wurde. Er bemerkte erst die letzten Spuren davon, als sie ihn jetzt atemlos unterbrach. Mein Gott, dann ging es ihm ans Leben! Der Herausgeber des Manava Dharma Satra schrack unwillkürlich zusammen, als ob ein Schuss ihn aus einer textkritischen Untersuchung aufgescheucht hätte. Wiewohl die Prämissen für diese alarmierende Schlussfolgerung in seinen eigenen Auseinandersetzungen alle gegeben waren, kam ihm diese doch völlig überraschend. Kein Wunder, dass ein zartes Wesen wie seine Amanda nicht gerade rosig aussah, bei dem Gedanken an Mord und Totschlag, der einem Manne drohte, dessen gastliches Dach ihnen schon seit Monaten europäische Bequemlichkeit im fernen Osten bot. So beeilte er sich denn, diese, wie er meinte, recht unbegründete Furcht einer romantischen Mädchenfantasie durch triftige Gründe zu verbannen. Nun, so schlimm wird es wohl nicht sein, liebes Kind. Freund Trevillian ist ja nicht derjenige, der blind in eine Falle geht. Ich denke, er ist a match for the Rajput, wie er sagen würde, und mit Recht. Denke doch daran, dass er kaum zwanzig Jahre alt mit einem dreisten Kaper in den ostindischen Wassern kreuzte, und nun gar später, wo er mit Lord Byron in Griechenland war und sich monatelang gegen die Türken in einer Höhle von Parnass verteidigte, an der Spitze einer Handvoll griechischer Rebellen. Rebellenvater? Nennst du jene Freiheitshelden Rebellen? Der plötzliche Blick in den goldig-braunen Augen des Mädchens zeugte von einer feurigen Seele, die lebhaft und entschieden Partei ergriff. Ein scharfer Beobachter würde freilich geergwohnt haben, dass ihre Entrüstung über den despektierlichen Ausdruck ihr ein willkommener Bundesgenosse war, um das Gespräch von einem ihr peinlichen Gebiet auf ein ungefährlicheres hinüberzuleiten. Aber der gute Vater, dessen gerade gelehrten Verstand gewohnt war, sich an den Text zu halten und nichts dahinter zu suchen, nahm ihren Ausbruch ernst und verteidigte sich in gutem Glauben. Nun, du weißt doch, Amanda, ich war immer ein begeisterter Philhelene. Somit kann der beanstandete Ausdruck in meinem Mund nicht böse gemeint sein. Um aber eine solche Anwendung philologisch mit einer klassischen Autorität zu belegen, verweise ich auf ein Gedicht von Lord Byron selbst, das du mir kürzlich vorgelesen hast, und wo dieser Ausdruck gerade auf dieselben Leute verwendet wurde. Oh, ich weiß schon, was du meinst. Amanda legte die gefalteten Hände hinter den Haarknoten des Nackens, den sie an den Türpfosten zurücklehnte, und indem sie unwillkürlich die Augen verschloss, eher als ob sie sich in eigene ferne Erinnerungsbilder vertiefte, denn als ob sie Poesie memorierte, trug sie die bywünschen Verse vor. But some are dead, and some are gone, and some are scattered and alone, and some are rebels on the hills that look along Epirus valleys, where freedom still at moments rallies, and pays in blood oppression's ills, and some all restlessly at home. But never more! Oh, never we shall meet to reveal and to roam. Fußnote Die bayernschen Verse lauten in Brosa-Übersetzung, da eine poetische unmöglich ist, doch einige sind gestorben, und einige sind davongegangen, und einige sind versprengt und einsam, und einige sind Rebellen im Gebirge, das auf die Täler von Epirus hinunterblickt, wo die Freiheit noch bisweilen sich scharrt, und die Gräuel der Tyrannei blutig vergilt, und einige sind in einem fernen Land, und einige sind rastlos zu Hause, doch nimmermehr, ach, nimmermehr werden wir uns wieder treffen zum fröhlichen Umherschweifen. Ende Fußnote Wenn der schon vor zehn Jahren verewigte Dichter, dessen Züge so lebenswar von der Wand auf sie herunterblickten, dort in dem Bambusstuhl gesessen, in dem sein Freund und Kamerad, Sir Treveillian, sich jetzt so oft streckte und seinen eigenen Fersen gelauscht hätte, wie sie den Lippen des jungen Mädchens entströmten, er hätte sich sicherlich nicht darein gefunden, dass ein paar literarische Berater sie ihm aus dem Gedicht strichen, dessen stimmungsschweren Zusatz zur Einleitung sie hätten bilden sollen. Und er hätte gewiß diesen Freund und Kameraden gefragt, ob er denn auch wisse, dass sein Bungalow-Dach ein Frauenwesen beschatte, dessen zartbeseitete Seele in Harmonie mit den verborgensten Reißen des Rhythmus zittere und die intimsten Nuancen des dichterischen Ausdruckes Wiedertöne, eines jener seltenen Wesen, denen die Natur das ausgesuchte, aber gefährliche Wiegengeschenk gab, mit dem intensivsten Genuss das köstlichste und flüchtigste Aroma der Schönheit zu kosten und dem desselben auch das Schicksal beides bereithält, den Becher der Verzücktheit und den Kelch der Qual, beide überschäumend voll, beide bis auf die Neige auszuschlürfen. So hätte der Dichter, seltsam bewegt durch den Melodiefluss seiner Verse, von diesen jungfräulichen Lippen erstaunt gefragt. Der Professor, dessen ästhetischer Sinn nur mäßig entwickelt war, blieb auch nicht ganz unbewegt. Ja, das war's, was ich meinte, hübsch, wirklich hübsch. Ach, das ist ein wahres Labsaal, ihn selbst zu hören nach all den lahmen Nachahmungen in Sir Trevelyans Gedichtssammlung. Sind Sir Edmonds Gedichte wirklich so schlecht? Du weißt, ich habe wenig Sinn für die modernen Dichter, Goethe und Schiller natürlich ausgenommen, ich traue mir kein Urteil zu, aber ich las gestern etwas, das mir doch nicht so übel schien. Verlass dich darauf, Vater, es ist trauriges Zeug, alles miteinander, antwortete die strenge Richterin, und indem sie zu ihm trat und ihren Arm ihm um die Schulter legte, beugte sie sich vor und betrachtete aufmerksam eines der beschriebenen Palmblätter. Was hast du aber dort gelesen? Etwas Altes natürlich und sicher etwas Schönes und sehr Merkwürdiges, nach dem, was du vorher sagtest, aber ich verstehe kein Wort. Das ist nicht Sanskrit, Amanda. Das hier ist Pali, die heilige Sprache der Buddhisten. Es ist ein Manuskript der alten, ehrwürdigen Yatakas. Yataka, was ist denn das? Das Wort bedeutet Wiedergeburtsgeschichten. In Wirklichkeit sind es Volksmärchen, Fabeln, Legenden, manchmal fast Novellen. Sie haben aber alle das gemeinsame Merkmal, dem sie auch ihren Titel verdanken, dass sie sämtlich von den früheren, legendarischen Lebensläufen des Buddha handeln oder wenigstens davon zu handeln vorgeben, denn oft ist diese Beziehung freilich offenbar nur ein Vorwand, um eine beliebte Geschichte anzubringen. Zum Beispiel, wenn er in einer Kaufmannsfamilie geboren wird, führt er eine Karawane heil durch die von Dämonen erfüllte Wüste, wo andere zugrunde gehen. Als Hirsch opfert er sein eigenes Leben, um das Rudel zu retten. Die Geschichten werden immer an irgendein Erlebnis geknüpft, das dem Buddha Veranlassung gibt, jene Begebenheit aus der Vergangenheit zu berichten, worauf er dann zuletzt den Yakata sammelt, wie es heißt, indem er die Personen der beiden Begebenheiten identifiziert und etwa sagt, Saripatu war damals der weise Brahmane, Ananda war der Minister, aber der König von Benares war ich selber, oder ähnlich. Wie eigenartig ist das? Sagte ich nicht, dass es etwas Schönes sein müsse? Und wie wundervoll passt es hier zu jenen Bergen draußen aus Amethysten und Topasen und Perlmutter, in deren Thelen so ausgezeichnet ein selbstaufopfernder Hirsch umhergehen könnte, und zur Wüste, deren orangefarbige Dünen mit der Palmenfranze dort jenseits des Sees anfangen, eines Kristallsees, der gewiß voll von redenden Fischen ist und vom Palast, worin der König von Benares so prächtig wohnen könnte. Hör mal, nun musst du ein guter Vater sein und mir einen dieser Yakatas vorlesen. Nichts könnte besser sein, um die Luft zu reinigen, echten Blumenduft nach diesem falschen Parfum. Lächelnd und kopfschüttelnd blätterte der Vater in dem Manuskript, erfreut über die Teilnahme, die seine Tochter den alten indischen Legenden entgegenbrachte, und verwundert über die fast drollige Unversöhnlichkeit, womit sie die Gedichte ihres Wirtes verfolgte. Ich bin ganz ohr, meldete Amanda, die sich wieder in ihren Bambusstuhl zurechtgesetzt hatte, den Blick auf jene Nuller geheftet, dessen dunkelblauer Schatten seinen Zickzackweg durch das rote Hügelland grub. Ja, hier ist eine, die sehr charakteristisch und hübsch ist. Zuerst wird erzählt, wie die Ordensbrüder, als sie abends in der Vihara, der Klosterhalle, versammelt sind, von einem Mönche sprechen, der sich von Leidenschaft zu einem falschen Weiber hatte besiegen lassen. Dann tritt der Buddha selbst herein und fragt sie, wovon sie soeben sich unterhielten, und sie erzählten es ihm. Nicht heute, ihr Mönche, sagte er dann, hat Bruder Rivata sich zum ersten Mal im Netz der Sinnenlust fangen lassen, sondern schon einmal hat er es getan, und er lüftete den Schleier, der einen früheren Lebenslauf verdeckt. Amanda richtete sich plötzlich in dem Stuhle auf, und mit halb geöffneten Lippen, tief atmend, blickte sie ihn traumhaft mit einem fast visionären Blick an. »Ei, ei, Amanda, was siehst du mich mit solchen groß aufblühenden Augen an, wie Dandine, der alte feine Novellist, sagen würde?« Und er lüftete den Schleier. Es klingt so seltsam, so feierlich. »Nein, ich kann es gar nicht sagen, wie ich es meine. Diese Worte sind so wunderlich.« Sie sank in den Stuhl zurück. Ihr Blick suchte nicht mehr das Weite. Es schien sich nach innen zu wenden. »Du fühlst dich doch nicht unwohl, Kind?« fragte der Vater besorgt. »Vielleicht war dir die Hitze zu stark. Willst du dich nicht lieber hinlegen?« »Nein, nein, Vater, lies nur. Lass den Meister den Schleier lüften.« Zu der Zeit, als Brahmadatta in Benares herrschte, fing der Professor wieder zu lesen an, wurde der Bodhisattva, das ist der spätere Buddha, als Sohn eines reichen Kaufmanns wiedergeboren. Er schwieg plötzlich und lauschte. Aus der Vorlesung sollte offenbar diesmal nichts werden. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 2 von die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch, Kapitel 2 waschelnde Laut einen hemmenden, widerstandleistenden Charakter annahm, während eine jugendliche Mannsstimme zwischen Lachen und Drohen fortwährend »Garuda, Garuda« rief. Wer nun bei diesem Namen an den mythischen Greifen, Vishnus Vogel, dachte, wie er am Aufstieg zu der Raja-Burg in einer Nische ausgehauen war, auf einem Schlangendämon thronend, der sich im Todeskampf unter seinen Krallen wand, der würde im Zweifel sein, ob dieser Ruf dem Wesen gelten könnte, das jetzt auf der Veranda erschien und sofort in das Zimmer hereinhüpfte. Es war dies ein kleines Tier mit Ähnlichkeiten nach verschiedenen Richtungen, ein etwas zwischen Eichhörnchen, Katze und Ratte. In seinem spitzschnauzigen Kopfe glühten ein paar kleiner rote Augen und glänzten die winzigen, scharfen Zähne. Sein sehr beweglicher Schwanz, der sich jetzt steif in die Höhe streckte, wurde nach der Wurzel zu breiter, so dass er fast unmerkbar in den stark entwickelten, dickpelzigen Hinterteil überging. Der Pelz war goldig-braun. Um die Mitte des Leibes spannte sich ein hellerer Gürtel, wesentlicher als irgendein äußeres Merkmal, aber war der unglaubliche Eifer, der alle Bewegungen des Tierchens von der Schwanzspitze bis zur Schnauze prägte. Es schien der personifizierte Tatendrang zu sein, der Wille zu allem Möglichen, ausgenommen zum Davonlaufen. Wenn aber auch dieser kleine Kerl nicht in anderer Beziehung an seinen geflügelten göttlichen Namensvetter erinnerte, so war doch ein nicht unwesentlicher wesentlicher Ähnlichkeitspunkt vorhanden. Zwar thronte er nicht auf einem Schlangendämon, das Thronen schien ihm nicht sehr zu liegen, wohl aber hatte er eine wirkliche Schlange unter sich, in deren Nacken seine winzigen Zähne festsaßen und deren über vier Fuß langen Körper er offenbar mit Mühe die Stufen hinaufgeschleppt hatte. In dem Augenblick, als das Tierchen mit seiner Beute die Schwelle erreicht hatte, erschien, wie aus der Kanone geschossen, ein blonder Jüngling, dem der große Panama-Hut gerade vom Kopf verflog, indem er sein letztes Garuda ausrief und die Hand ausstreckte, um den Mungo zu hindern, in das Zimmer zu schlüpfen. Aber Garuda ließ seine Beute im Stich und schlüpfte durch seine Hände. Amanda war mit einem lauten Schrei aufgesprungen. Blass und zitternd hatte sie sich in eine Ecke des Zimmers gedrückt und starrte mit wilden Augen bald auf die reglos liegen gebliebene Schlange, bald auf den Mungo, der vor ihr umher tanzte, mit allen vier Beinen auf einmal in die Höhe hüpfte, als ob die kleinen Pfötchen mit selbstwirkenden Sprungfedern versehen waren. Dabei stieß er erst kleine Schreie aus, von einem schnurrigen, wilden und kriegerischen Klang, ging aber bald in ein klagliches Wimmern über, als ob er sich bitterlich beklagte, dass seine Tat nicht mehr geschätzt würde und dass er von seiner Herrin einen ganz anderen Empfang bekäme, als er sich erwartet hatte. Dann nahm Garuda den Saum ihres Kleides zwischen die spitzen Zähnchen. Als aber sofort ein Zittern den ganzen Körper des Mädchens schüttelte und sie offenbar, anstatt ihm zu folgen, noch weiter zurückgewichen wäre, wenn der Raum es erlaubt hätte, ließ Garuda wieder locker und tanzte nach der Schwelle zurück, machte jedoch auf dem halben Wege wiederkehrt, schrie wilder und winselte kläglicher denn zuvor, während alle Haare seines Pelzes sich sträubten, als ob sie nach allen Seiten abfliegen wollten und gebärdete sich überhaupt als der lächerlichste Schlangentöter, der je diese Erde zum Schauplatz seiner Taten gemacht hat. Und dennoch lachte niemand. Professor Eichstätt hatte sich etwas bestürzt erhoben und, die Hand auf den Tisch gestützt, betrachtete er die Schlange, die in ihrer ganzen Länge auf der Schwelle lag und deren schlaffe Hautfalten am Nacken, wo das Brillenzeichen gerade noch zu erkennen war, dessen hellbraune Schuppen dort mit bronzenem Glänzen schillerten. Der Jüngling wischte sich die Schweißtropfen von der Stirn und betrachtete mit einem schuldbeladenen Blick das vor Angst erstarrte Mädchen. Er kannte ja ihre übertriebene Angst vor Schlangen, eine Angst, die etwas Rätselhaftes, ja sogar Unheimliches an sich hatte, als ob sie auf einer Ahnung beruhte. Gerade diese Angst hatte ihn ja auf die Idee gebracht, dieses Tierchen, ein Ich-Neumon aller Ich-Neumone, zu erstehen, um wie teures Geld wusste niemand, und es Amanda zu ihrem Geburtstag zu schenken, damit das Mädchen immer eine Schutzwache bei sich hätte. Und dieser Einfall war auch von Glück gekrönt worden. Amanda und Garuda liebten sich, als ob die gemeinschaftliche Antipathie gegen das Schlangengezücht, die triebartig in ihnen wirkte, sie beide durch eine ebenso unwiderstehliche Sympathie verbände. Besonders schien Garuda seine Lebensaufgabe in ihrem Dienste keinen Augenblick zu vergessen und war an sie gebunden wie ein Attributtier an seine Göttin. Heute hatte er freilich sein Meisterstück gemacht. Aber mit Schrecken hatte Arthur von Weitem gesehen, wie Garuda im Rausche seines Triumphes sich nicht genug tun konnte, bevor er nicht das getötete Ungeheuer zu Füßen seiner Herrin niedergelegt hatte. Arthur hatte sein Möglichstes getan, um ihr dies Entsetzen zu ersparen, und nun war es doch geschehen, und das liebe Mädchen stand blass und zitternd da, als ob sie umsinken müsste. So fuhr er sich denn mit den Händen in sein kurzes sandfarbiges Haar, bis es sich mit dem Pelz Garudas um die Wette sträubte, und sah sich um mit einem so drolligen Ausdruck von Schuldbewusstsein, dass er gewiss Amanda zum Lachen gebracht hätte, wenn er nicht gerade in diesem Augenblick eine Bewegung gemacht hätte, um über die Schwelle zu treten. »Oh, don't, don't, Mr. Steele«, rief das Mädchen, die Hand beschwörend gegen ihn ausgestreckt. Arthur stand fest gebannt. Er blickte Amanda und ihren Vater fragend an, da er nicht begriff, welches neue Versehen er zu begehen im Begriffe sei, und warum er nicht in das Zimmer gehen dürfe, wo die beiden sich aufhielten. »Junger Freund«, sagte der Professor, jene stumme Frage beantwortend, »machen Sie es nicht umgekehrt wie die Nichtwissenden, die laut dem Weder einen hingeworfenen Strick für eine Schlange und die Welt des Scheines für Wirklichkeit halten.« »Oh, die Kobra meinen Sie«, lachte Arthur, »die ist tot wie ein Hering.« Und mit der Spitze seines Schuhes rollte er kaltblütig den Schlangenleib um, sodass die silbernen Bauchschienen zum Vorschein kamen. Wenn die Schlange auch so tot wie ein gesalzerner Hering war, so schützte dieser Zustand sie doch nicht gegen ihren Erbfeind. Mit einem Wutschrei, als ob zehn I's in ein einziges zusammengepresst wären, stürzte Garuda sich über sie, schlug seine bissigen Fangen in jene wunden, schlaffen Nackenfalten, die sich noch vor kurzem schirmartig ausgespannt hatten, und schüttelte ingrimmig den hässlichen Kopf hin und her, als ob die unfreiwillige Bewegung des Schlangenkörpers ihm den Verdacht eingegeben hätte, es sei doch noch irgendein Körnchen giftiges Leben in der Kobra zurückgeblieben, das nun aber auch heraus müsse. Was aber herausgeschüttelt wurde, klang materiell und hart genug, als es über die Dielen rollte. Arthur schlug die Hände zusammen. Ein Kobra-Stein! Nicht möglich, sie scherzen, rief der Professor. Aber dabei sprang er auf, als ob ihm die Sache sehr ernst wäre. Amanda kam jetzt aus dem Bann ihrer Furcht heraus und trat neugierig näher. Garuda aber begrüßte diese Annäherung mit einem kleinen, freudevollen Schrei, sprang auf sie zu und kletterte an ihrem Rock in die Höhe, und das Mädchen, dem es schon leid tat, dass ihr Liebling durch ihre törichte Angst um sein wohlverdientes Lob gekommen war, nahm ihn in die Arme, sprach ihm zärtlich zu und streichelte sein weiches Fell, das heftige physische Unbehagen bezwingend, das die Berührung dieser Haare hervorrief, welche kurz vorher die Schuppen des Schlangenleibes gestreift hatten. Mit dem Tierchen auf der Schulter neigte sie sich über den Tisch. Es war ein gar unansehnliches Ding, das jetzt der Gegenstand der gespanntesten Aufmerksamkeit von vier Augenpaaren war. Die steingrauen Augen des Jünglings, die bebrillten des Professors, die klaren olivbraunen des Mädchens und die rotglühenden Stecknadelkopfgroßen Garodas. Alle starrten sie unverwandt das Ding an, das dem Letzteren wohl als das steinerne Herz des Ungetüms vorkommen mochte, das er herausgeschüttelt hatte, während es nicht leicht einzusehen war, was die anderen daran fanden. Es war ein winziger Stein, wie eine kleine Bohne, glatt und oval, halb durchsichtig, von blasser hellgrüner Farbe, anscheinend ein gewöhnlicher Kieselstein. So ist es denn wirklich wahr, rief der Professor, es ist kein bloßes Volksgerede, es gibt Schlangensteine. Wenn ich es aber nicht mit eigenen Augen gesehen hätte... Oh, ich wusste schon, dass es solche gibt, Professor Eichstätt, sagte Arthur. Ich hatte selbst schon einen gesehen, und richtig gesehen, so zählt das nicht. Sie müssen den Stein in der Nacht sehen, wenn er leuchtet. Das tut er also auch? Und davon haben sie uns noch gar nichts erzählt, sagte Amanda mit vorwurfsvollem Blick. Erzählt? Oh, ich hoffte doch so sicher, Ihnen morgen einen selbst erworbenen Schlangenstein überreichen zu können, und nun ist mir der Knirps doch zuvor gekommen. Er lachte halb ärgerlich und tippte neckisch Garuda auf die spitze Schnauze. Das Tierchen beantwortete diese Aufmerksamkeit mit einer Mischung von Quieken und Knurren, als ob es nicht recht wüsste, ob es beleidigt oder belustig sein sollte. Morgen, Mr. Steele, fragte Amanda, wie hatten Sie denn Aussicht dazu? Weil heute Nacht meine Expedition wohl nicht so erfolglos geblieben wäre, wie die gestrige es leider war. Junger Mann, sagte der Professor, Sie sind doch nicht gar so unvorsichtig gewesen, nachts umherzulaufen, zumal an Orten, wo sich die Kobras aufhalten. Er schüttelte den Kopf verweisend und ließ sich wieder in den bequemen, sesselförmigen Bambusstuhl sinken. Auch die anderen setzten sich, Garuda auf den Tisch, am Ellenbogen seiner Herrin. Ich muss gestehen, dass ich so unvorsichtig war, sagte Arthur lächelnd. Mein sehnliches Verlangen nach einem solchen Stein hatte ich dem Mann Roy mitgeteilt und ihm einige Rupien eingehändigt, mit dem Versprechen, mehrere folgen zu lassen, wenn das Abenteuer gelänge. Gestern Vormittag teilte er mir mit, dass es ihm gelungen sei, eine steintragende Kobra zu erspähen. In der Dämmerstunde begaben wir uns nun beide nach den kleinen Jungeln, die ein paar Meilen jenseits der Stadt liegen. Es war völlig dunkel, als wir am Orte waren. Nur wenige Schritte von einem großen Baumstamme kauerten wir im Schutze einiger Büsche nieder und warteten dort fast bewegungslos wohl eine reichliche Stunde. Der Mond war jetzt aufgegangen und warf sein scharfes Licht in das Blätterdunkel hinein. Plötzlich hörten wir es rascheln. Und richtig, dort, zwischen den Wurzeln des Stammes, war die Kobra. Im Grase vor ihr aber leuchtete etwas wie ein Glühwürmchen. Ich hatte sie nicht kommen sehen. Jetzt aber sah ich ganz deutlich, wie sie sich aufrichtete. Die Haube blähte und sich langsam seitwärts bewegte, genauso wie wenn ein Schlangenzähmer durch das Flötenspiel sein Tier tanzen lässt. Es sah aus, als bete sie den leuchtenden Stein an. Und bei Gott, in dem Augenblick hätte ich allen Märchen geglaubt, die man von diesen wunderlichen Tieren erzählt. Aber der Stein, den bekamen sie nicht? fragte Amanda fast atemlos. Das war ja mein Unglück oder meine Ungeschicklichkeit. Ich hatte meine Büchse neben mich gelegt, aber nicht fürsorglich genug, sodass ein leichtes Geräusch entstand, als ich sie ergriff. Ein schnelles, aufgescheuchtes Rascheln. Und, ach, die Kobra war verschwunden und hatte, was das Schlimmste war, ihr Schätzlein mit sich genommen. Meine Enttäuschung war unbeschreiblich. Aber Mann Roy tröstete mich. Er habe gestern auch noch eine andere steintragende Kobra entdeckt, an einem ebensolchen Baum in demselben Jungle. Dieser wollten wir eben heute Abend nachstellen, und der schlaue Hindu hat sich etwas ausgedacht, das kaum fehlschlagen kann. Und warum sind sie denn so eifrig danach, eines solchen Steines habhaft zu werden? fragte Amanda. Teils, weil sie vor einigen Wochen den Wunsch aussprachen, einen Schlangenstein zu besitzen, von dem sie mit Sicherheit wüssten, dass eine Kobra ihn wirklich mit sich herumgeführt habe. Amanda errötete über diese naive Huldigung des jungen Mannes, der übrigens auch rot wurde und dadurch nicht gerade die Situation freier machte. Nur teils? Hoffentlich haben sie einen vernünftigeren Grund gehabt, um sich einer solchen Gefahr auszusetzen, entgegnete Amanda und erschauerte sichtlich bei dem Gedanken an eine Nacht in den von Kobras wimmelnden Dschangeln. Nun, das Phänomen ist in der Tat interessant, bemerkte der Professor, und verdient wohl, gut konstatiert und genau untersucht zu werden. Vielleicht ist naturwissenschaftliches Interesse auch ein kleines Teils für mich gewesen, sagte Arthur, aber mein eigentlicher Beweggrund war doch ein anderer und auch ein tieferer als der Ritterliche, einen Wunsch meiner Dame zu erfüllen. Er ist in der Tat nichts anderes als die mystische Angst, die sie verschlangen haben. Eine mystische oder gar mythische, scherzte Amanda, denn sie stammt wohl von dem Paradiese her. Sie scheint doch allen Menschen gemeinsam zu sein. Oh, keineswegs. Bei mir ist sie fast gar nicht vorhanden. So wenig, dass ich ihre Angst nicht einmal verstehen kann. Hingegen mein Vetter, ja, vor einigen Tagen begegneten wir einem Schlangenzähmer, der uns seine Künste vormachen wollte, aber kaum hatte er seinen kleinen Korb auf die Erde gestellt und seine Dudelei angestimmt, da fing Edmund an zu zittern und wurde blass, so dass ich schnell dem Kerl eine Rupie zuwarf und ihn gehen ließ. Ich wollte mich zwingen, es zu sehen, sagte Edmund, aber ich konnte nicht. Es war stärker als ich. Ist es möglich, rief Amanda erregt, auch Sir Trevelyan geht es so? Das scheint sie ja recht zu freuen, bemerkte Arthur in einem Ton, der scherzend sein sollte, während er doch eher heraushören ließ, dass es ihm leid täte, durch seine Unempfindlichkeit, ihr gleichsam ferner zu stehen, als sein Vetter es tat. Nun, dann brauche ich mich doch nicht so sehr dieser Schwäche zu schämen. Oh, was das angeht, das ist ja gerade das Merkwürdige, das Rätselhafte, wenn es sich um eine gewöhnliche, ängstliche junge Dame handelte, aber gerade sie, die sie so mutig sind wie nicht viele Frauen. Ich? Mutig? Amanda lachte laut auf, so putzig kam ihr der Gedanke vor. Ja, das wollte ich meinen, saß ich vielleicht nicht neben ihnen im Hoh da, als sie in den offenen Rachen eines Tigers hineinschauen, der fünf Fuß oder so von ihnen entfernt war, und haben sie vielleicht geschrien oder Krämpfe bekommen? Sie waren ganz ruhig nachher. Oh, das dürfen sie gar nicht rechnen, Herr Steele, das kam eben so plötzlich, niemand dachte daran, dass schon ein Tiger in der Nähe sei. Ich wenigstens nicht. Sie waren es, die mich auf eine Wellenbewegung im Gras aufmerksam machte. Jawohl, aber ich dachte am wenigsten daran, dass es ein Tiger sein könnte, und da saß er schon oben auf dem Kopf des Elefanten, wo seine Krallen sich in die weichen Fleischkissen zwischen den Ohren des armen Tieres hineinbohrten. Ich musste mich mit allen Kräften an den Hoda festklammern, um nicht herausgeschleudert zu werden. Da lag auch schon das Ungetüm unten im Gras und alle Büchsen knallten. Es war ja gar keine Zeit da zum Angstwerden. Arthur lachte. Oh, ich kenne Leute genug, die dazu Zeit gefunden hätten, und sie haben sich auch nicht lange bedacht, als Garuda jetzt mit der Schlange kam. Und wie war es damals mit dem Piratenschiff? Da war doch Zeit genug. Der Professor machte eine bedenkliche Miene. Ja, das Piratenschiff, das war eine böse Geschichte. Mein Gott, wenn ich daran denke. Und da wäre ich nicht ängstlich gewesen? Sie waren wenigstens die einzige Dame, die nicht unten in der Kajüte lag, das Gesicht in den Kissen und die Finger in den Ohren. Die Selbstbeherrschung und der Mut, die sie damals an den Tag legten, hat meinem Vetter ganz imponiert. Oh, wie beneide ich ihn, dass er an ihrer Seite war, dass es ihm vergönnt war. Ja, aber Herr Stiel, wich Amanda Behände aus, sie haben uns ja gar nicht erklärt, wie meine Angst vor Schlangen sie veranlasste, nach einem Kobra-Stein zu fahnden. Sehr richtig, rief der Professor aus, zu dessen deutschen gelehrten Eigentümlichkeiten es gehörte, dass es ihm ein Ärgernis und ein Abscheu war, wenn ein Gespräch unberechenbare Sprünge machte, anstatt sich bedachtsam von Punkt zu Punkt zu bewegen und in gerader logischer Linie auf das Ziel loszusteuern. Sehen Sie nur auf welche Abwege wir hier geraten sind, setzte er dozierend fort, zu Elefanten, Tigern und Piraten. Lieber junger Freund, es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber einmal muss ich diese nicht unwesentliche Bemerkung machen. Ich bewundere zwar bei Ihnen einen gewissen Flug der Fantasie, der einem Jüngling gut steht, aber eines vermisse ich nur zu oft. Die Logik. Bei Ihnen einem Landsmann von Thomas Reed, wie nun gerade hier, in welcher Art nun auch diese Angst vor Schlangen sein mag, die meine Tochter allerdings in einem auffallenden Grade hat, so kann dieses doch unmöglich für Sie ein Motiv werden, um in Nacht und Nebel nach einem Kobra Stein herum zu laufen. Unmöglich? Aber Herr Professor, Sie an, ab esse ad posse valet consequentia. Selbstverständlich, aber, und jene Angst war mein Beweggrund, denn ich sah in ihr die Ahnung von einer Gefahr, die einmal ihrer Tochter durch den Biss einer Kobra drohen mag. Da haben wir den Schotten. Ahnung, Second Sight. Professor Eichstätt ärgerte sich so sehr darüber, dass dies irrationale Element ihm jetzt plötzlich in die Quere kam, dass er gar nicht bemerkte, wie wenig der Zusammenhang noch geklärt sei. Bevor er dies nachholen konnte, hatte Amanda, die etwas blässer geworden war, das fehlende Glied ergänzt. Kann denn solch ein Stein dem Gift entgegenwirken? Ja, das ist es ja gerade, was man behauptet. Man sagt, dass er, wenn er auf die frische Wunde gelegt wird, das Gift in sich aufsaugt oder sonst auf irgendeine Weise die Wirkung abschwächt. Man Roy schwört darauf. Er sagt, dass alle Schlangenzähmer so einen Stein bei sich führen, und so dachte ich denn, ja, da müssen sie aber auch ihrem Vetter einen solchen Stein verschaffen, meinte der Professor, denn sie müssen konsequent sein. Wenn es bei meiner Tochter auf Ahnung beruht, so muss es auch bei Sir Trevillian eine Ahnung sein. Oh, der mag sich selber einen suchen, antwortete Arthur mit väterlicher Gleichgültigkeit. Psst, hören sie nicht stimmen? Ja, ich glaube wirklich. Nun, jedenfalls soll er keine Kobra auf seiner Schwelle finden, das wäre denn doch ein zu schlechtes Willkommen, Garuda. Arthur hatte einen Stock, der in eine Ecke lehnte, ergriffen und hob damit die tote Schlange vom Boden empor, bevor Garuda, der sofort vom Tisch gesprungen war, seine Beute erwischen konnte. Auf die Veranda hinaustretend, ließ er das erregte Tierchen einen Augenblick zappeln, indem er den auf dem Stocke balancierenden Schlangenleib hob, bis er ihn dann in einem großen Bogen auf den Gartenrasen hinüberschleuderte. Dann wandte er sich zu den kommenden, deren Stimmen plötzlich ganz nahe erschollen und ebenso laut klangen, wie ihre Schritte lautlos waren. Ende von Abschnitt Zwei Gelesen von Hokuspokus Abschnitt 3 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Kjellerup. Erstes Buch, Kapitel 3, Der Schwarze Panther. Amanda hatte sich mit pochendem Herzen erhoben. Sie lauschte nach einer Stimme, die ihr fehlte. Schon war Arthur auf der Veranda von Indern umringt, die mit Gebärden des Fragens, der Verwunderung, der Enttäuschung, der Hoffnung und was nicht, durcheinander sprachen und riefen. Der Sahib nicht hier, noch nicht gekommen? Es war eine bunte und malerische Schar, diese braunen Gestalten in weißen Kaftans, die um den Leib mit lebhaft gefärbten Scherpen zusammengehalten wurden, die meisten barfüßig, einige in Beinkleidern, die sich eng um die Waden falteten und an den Knöcheln in pantoffelartige Schuhe überzugehen schienen. Fast jeder trug auf dem Rücken einen kleinen, runden Kupferschild, der mittels kreuzweise geschlagener Riemen über die Brust befestigt war, ein Krummschwert in der Scherpe, eine Lanze in der Hand, einzelne hatten aber anstatt der letzten Waffe, welche die Ratschputen so behennt bei der Sauhetze gebrauchten, eine arabische Flinte, mit eingelegter Silberarbeit reich verziert und so lang, dass der Büchsenlauf ihnen über die Schulter reichte, wenn sie den spitz auslaufenden Kolben auf den Fußboden stützten. Einer von ihnen trug über der Schulter eine moderne englische Jagdflinte. Dieser Mann überragte seine Begleiter fast um einen Kopf und gab dem jungen Schotten, mit dem er beim Eintreten in eifrigem Gespräch war, keinen halben Zoll in der Höhe nach, während er bedeutend schulterbreiter war. Die stechenden Augen waren von dichten, zusammengewachsenen Brauern beschattet. Der Schnurrbart starrte wie die Knurrhaare eines Tigers. Zu beiden Seiten des glattgeschorenen Kinns wuchs der Backenbart so reichlich, dass er, nach alter Ratschputensitte, mit der Spitze über das Ohr zurückgezogen war. Die wohlgepflegte Hand mit hennafarbigen Nägeln, die er bei seinem Salam mit vielem Anstand an die Stirn führte, war auffallend klein und aristokratisch, von heller Hautfarbe, gerade in ein Schwertheft alter Ratschputaner Schmiedearbeit hineinpassend. Häufig unterbrach sie das Gebärdenspiel, womit sie seinen Wortstrom begleitete, um über jene Bartfülle hinzustreichen, und diese gewohnheitsmäßige Bewegung gab ihm, trotz seines martialischen Äußeren, jenes geprägetes Minderwertigen, das ein Mann mit in den Kauf nehmen muss, wenn er verrät, dass der Bart ein wesentlicher Teil seiner Persönlichkeit ist. Und wenn es manchmal gilt, dass je größer der Bart, um so femininer der Eindruck, so wurde diese wenig beabsichtigte Wirkung hier durch den Moschusduft verstärkt, der ihn umschwebte wie ein flüchtiger Vogel, welcher sein Nest in jenen Jungeln zu haben schien. Der kleine grüne Turban, den er wie alle Anwesenden trug, war mit einer prächtigen Edelsteinagraffe versehen, die wie eine kleine Sonne glitzerte und in der eine Reiherfeder ihm über die Schulter fiel. Unmittelbar hinter ihm ging sein Diener mit einem schwerfällig zusammengeklappten Sonnenschirm, den er an der Spitze, den Stiel nach unten hielt. Diese auffallende Persönlichkeit war Chandra Singh, ein Neffe des regierenden Raja. Er sprach schnell, und seine Worte wurden alle Augenblicke von den jetzt hereintretenden Indern durch laute Reden und lebhafte Gebärden bestätigt oder ergänzt. Was er sagte, konnten aber Amanda und ihr Vater nicht verstehen. Die landläufige Versicherung ausgenommen, der Sahib sei ihm wie sein Vater und seine Mutter, denn er redete Hindustani, eine Sprache, die der Indologe auf das Tiefste verachtete, als ein Mischmasch von verdorbenem Sanskrit, allerlei Ureinwohner-Idiomen, Arabisch, und endlich, als letztem, schmachvollstem Einschlag sogar ein wenig Englisch. Die scheußlichste Karikatur einer Sprache, die in der ganzen Welt zu finden wäre, pflegte er entrüstet auszurufen. Amanda hatte sich freilich so viel davon angeeignet, als nötig war, um mit den Dienstboten sich notdürftig zu verständigen, was aber bei weitem nicht ausreichte, um den Inhalt dieses Berichtes zu verstehen. Als aber gleichzeitig mit einem plötzlichen Aufschrei alle Hände nach der Veranda zeigten, zu welcher jetzt, nachdem die Angekommenen alle in das Zimmer hereingeströmt waren, der Blick frei blieb, richteten die beiden nicht verstehenden Zuhörer schnell ihr Auge dorthin. Draußen, auf einer Bahre von Ästen, lag ein schwarzer Panther. Das moirierende Muster des glänzenden Summit-Felles schimmerte in der starken Beleuchtung deutlich hervor. Seine Hoheit Chandra Singh, wandte Arthur sich jetzt verdolmetschend an Amanda und den Professor, erzählt uns, dass mein Vetter, nachdem er jenes Prachttier erlegt hat, sich von seinen Jagdgenossen entfernte, um eine abgelegene Tempelruine zu besichtigen, wofür er, wie es ja für einen Poeten natürlich ist, am liebsten allein sein wollte. Auf dem Rückweg muss er sich dann verirrt haben. Es sei zwar daran nichts Beunruhigendes, keine Gefahr. Chandra Singh, der diese Worte verstand, machte durch Gebärden die lebhaftesten Beteuerungen und fügte in möglichst englischem Hindustani hinzu, »Oh, Gefahr! Wie könnte da nur Gefahr sein? Der Sahib sei hier überall so sicher wie in England.« »Sicherer, weit sicherer«, beteuerte sofort der ganze, mit Augen, Händen und Zungen redende Chor des Gefolges. Der große Sahib, der Gastfreund des Himmelsgeborenen, der Stolz des Landes, der Wohltäter ganz Indiens, dessen Ruhm den ganzen Erdkreis erleuchtete, dessen Schatten immer größer werden möge. Leuchtende Augen, grinsende Zähne, abwehrende Hände, wackelnde grüne Turbane, verspotteten jeden Gedankenangefahre als eine Lächerlichkeit. Für die Bühne sehr gut, aber für die Zimmerwirkung übertrieben, dachte Amanda und beschloss, ein wachsames Auge auf den bärtigen Ratschputen zu behalten. Mittlerweile war ein kleiner, fast bis zur Verwachsenheit hochschuldriger Mann, dessen stechende Äuglein Amanda mit einer peinlichen Empfindung auf sich gerichtet gefühlt hatte, ein paar Schritte vorgetreten, gänzlich zusammengekrümmt vor Demut und vor gliederverrenkender Entschuldigung, weil ein so elendes Wesen wie er sich überhaupt erdreiste, eine Meinung über etwas so Erhabenes wie den großen Sahib zu äußern, wozu er sich nur deshalb erkühne, weil er die Ängstlichkeit der Schönbrauigen wohl bemerkt habe, und weil ihm dabei ein trostreicher Gedanke aufgeleuchtet sei, welchen er nicht unterdrücken wolle in Anbetracht dessen, dass ein Wort da anzubringen ist, wo es ausgesprochen Früchte trägt und auf die Dauer haftet, wie Farbe am weißen Zeuge, was, wie er vertrauensvoll hoffe, hier der Fall sein würde, so daß dies Wort auf immer die rote Farbe auf die weißen Wangen der Mondgesichtigen zurückbringen dürfe. Das Wort nämlich, daß in diesem Lande selbst die wilden Tiere des Waldes dem großen Sahib keinen Schaden zufügen würden, der ja in der Tat kein geringerer sei als Rahm selber, wiedergeboren zum Heil dieses Landes, was ja auch die Priester bezeugten. Und der Chorus nicht weniger, der Rahm, 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 neuindisch für Rama, den Helden des Ramayana, eine Inkarnation Vishnus rief, als ob er besessen wäre. Ja, weit entfernt ihm Schaden zuzufügen, würden sie ihm unzweifelhaft den richtigen Weg zeigen, so daß man gar bald durch den Anblick des schmerzlich Vermissten seine Leber würde anschwellend fühlen. Der Inhalt dieser Rede wurde von Arthur getreulich Amanda und ihrem Vater übermittelt. Das junge Mädchen hatte große Mühe, ihrer Neigung zu widerstehen, bei der Schönbrauigen, den Referenten anzublinzeln und auf ihre zu kurz gekommenen Brauen zu zeigen, die so unschuldigerweise durch die stereotype Phrasiologie des Inders profitierten, desgleichen bei der Mondgesichtigen, illustrationshalber die Backen aufzublähen. Doch gelang es ihr, die gebotene Feierlichkeit zu bewahren. Aber etwas mußte sie sich zum Schluss doch leisten. Gut gebrüllt, Löwe, oder ich möchte es hier lieber variieren. Gut geheult, Schakal, sagte sie zu Arthur mit einer Miene und Haltung höchster diplomatischer Würde. Arthur neigte den Kopf respektvoll, aber mit einem schnellen Blick, der ihr deutlich sagte, dass er mit ihrer Schätzung des Redners ganz einverstanden sei, wenn sie diesen dem Schakal verglich, dem Tiere, das in den indischen Fabeln immer die Rolle des Verräters spielt, dem die schönsten, mit guten Lebensregeln gespickten Reden reichlich von den Lippen fließen. Dass es also hieße, auf der Hut sein. Dann wandte er sich an die Inder und verdolmetschte ihnen Amandas Worte dahin, dass der edle Pertab, der die Tapferkeit des Löwen mit der Weisheit des Schakals vereinte, die Ängstlichkeit der schönbrauigen Mondgesichtigen sehr wesentlich dadurch beschwichtigt habe, dass er die Wahrheit ohne jede Übertreibung gesagt habe, wohl wissend, wie es von einem so weisen Mann ja auch nicht anders zu erwarten sei, dass die Wahrheit am schönsten in ihrer edlen Nacktheit leuchtet und durch jeglichen Schmuck nur verdunkelt werden kann. Nichtsdestoweniger müsse er, Arthur, in Anbetracht dessen, dass, wenn auch die Götter und die Tiere helfen wollen, es den Menschen nicht gezieme, die Hände in den Schoß zu legen, durchaus darauf bestehen, dass man sofort eine Expedition ausschicke, um den schmerzlich Vermissten aufzusuchen, damit er nicht etwa die Nacht in den Jungeln zubringen müßte, da vielleicht die gar zu gastfreundlichen Tiere seine Gesellschaft nicht so bald entbehren möchten und ihn mit frommer List zurückhielten, eine Möglichkeit, die der edle Pertab trotz seiner Weisheit nicht in Erwägung gezogen zu haben schiene. Chandra Singh nickte tiefsinnig, strich mit beiden Handflächen gleichzeitig den Backenbart aufwärts und hinter die Ohren zurück, dadurch einen Hauch von Moschus aussendend, und erklärte, es sei unmöglich, weiser im Rat zu sein, als dieser junge Sahib sich soeben gezeigt habe, der zweifelsohne dereinst ein Leiter seiner Nation werden würde. Eine solche Expedition sei unverzüglich zu organisieren, und er selbst wolle die Führung übernehmen. Diese Erklärung war ein Stichwort für den Chorus. Ein neuer Stimmen- und Gebärdenausbruch der Inder bezeugte, dass sie alle, alle sich die Beine ablaufen würden, eher als dass der Sahib, der jedem von ihnen wie sein Vater und seine Mutter sei, auch nur einer Unbequemlichkeit ausgesetzt sein sollte. Die Erregung bemächtigte sich auch des Professors, der energisch aufsprang und erklärte, dass er sich der Expedition anschließen wolle, ob schon es ihm selber ebenso unersichtlich wie den anderen war, wie seine Anwesenheit anders denn als belästigend sollte wirken können, sinde mal es einigermaßen unwahrscheinlich war, dass Felsen in Schriften im Sanskrit irgendwo bezeichneten, wohin Sir Edmund sich begeben hatte. Da ein jeder der Gesellschaft seinen besten Rat über die einzuschlagende Richtung, über das Mitnehmen von Fackeln und Hunden oder Ähnliches zu Markte bringen wollte, entstand nun ein lauter und fieberhaft bewegter Menschenknäuel um Chandra Singh als Mittelpunkt, während Arthur vergebens versuchte, den unternehmungslustigen Professor dazu zu bewegen, der Expedition fern zu bleiben. Ihrem Vorsatz getreu wandte Amanda den Blick nicht von Chandra Singh ab. Dieser hatte ein Wort und einen Blick für alle, nicht am wenigsten für den Professor, den er für das Licht der Welt erklärte, dessen Begleitung ihnen von unermesslichem Nutzen sein würde. Er hatte aber, wie sie bald bemerkte, ganz eigenartige, blitzschnelle Blicke und kurze, hastige Worte für den kleinen, hochschuldrigen Pertab, der sich unentwegt an seinen Ellenbogen hielt. Dieser sein Vertrauter war von ungewöhnlich schwarzer Hautfarbe und trug sein glattes, stark geöltes Haar gerade unter dem Ohr viereckig abgeschnitten. Im Gegensatz zu seinem großbärtigen Gönner hatte er nur recht dünne Haarbüschel als dürftigen Schmuck für den unteren Teil seines spitzen Gesichtes. Wenn Chandra Singh auf den stolzen indischen Titel »Mann-Tiger« eine gewisse Forderung hatte, so machte sein Begleiter auch durch sein Äußeres, dem Schakalnamen, womit ihn Amanda schon beehrt hatte, keine Schande. Sie war dicht an die beiden herangetreten, um einige der zwischen ihnen gewechselten Worte aufzufangen und sich zu merken, in der Hoffnung, später ihren Sinn entdecken zu können. Es gelang ihr in der Tat auch, ein paar Wörter zu erhaschen. Plötzlich veranlagte eine unbestimmte Empfindung sie, den Blick flüchtig nach der Veranda abschweifen zu lassen, und sie vermochte nicht, einen leisen, freudigen Aufschrei ganz zu ersticken. Draußen stand eine Gestalt, in der ein jeder leicht das Original des an der Wand hängenden Ölbildes erkannt hätte. Der albanesische Anzug war nur mit einem nicht ganz so malerischen Mittelding von europäischer und indischer Kleidung vertauscht. Statt des kleinen grünen Turbans, den die anderen trugen, bedeckte seinen Kopf ein Strohhut, mit Baumwollstoff umwunden, dessen Enden rückwärts über den Nacken hinunterhingen, um diesen vor der Sonnenglut zu schützen. In solcher weißen, durchleuchtenden Umrahmung hatte sein Gesicht fast die bronze Färbung eines Inders. Dem halb erstickten Aufschrei Amandas folgte ein lauter Chorus von Überraschungs- und Freudenausrufen, durch die entsprechenden Gebärden unterstützt. Aber das wachsame Auge des Mädchens war schnell genug, um einen zwischen Chandra Singh und seinem vertrauten gewechselten Blick aufzufangen, der zwar Überraschung, aber alles andere eher den Freude ausdrückte. Enttäuschung und Wut waren darin, aber zuallererst ein unverkennbarer, seltsamer Schrecken, wie wenn sie ein Gespenst geschaut hätten, der selbst die dunkle Wange des Hochschuldrigen bleich wie Asche färbte. Diese Gemütserregung spiegelte sich auf ihren Gesichtern mit einer Deutlichkeit wieder, die allerdings auch nötig war, wenn Amanda nicht glauben sollte, sich geirrt zu haben. So freudig begrüßte jetzt das Paar den großen Saheb. Jedes einzelne Haar am gewichsten Tigerbarte Chandra Singhs schien sich zu sträuben, zu knistern und elektrisch zu sprühen, vor Belebung durch den erquickenden Anblick des Vermissten und das glatte Haar seines Trabanten, schwitzte Öl vor Vergnügen und salbungsvoller Dankbarkeit, als sie und der ganze Chorus mit ihnen lebhaft beteuerten, dass ihnen die Leber übergroß vor Freude würde, obwohl ja nicht die geringste Gefahr vorhanden gewesen sei, zumal, wie der hochschultrige Kleine wiederholte, selbst die wilden Tiere sich gescheut hätten diesem erhabenen Spross Rahms, der in der Tat eher als der wiedergeborene Rahm selbst zu betrachten sei, etwas zu Leide zu tun. Dass nun dieser selbst ohne Argwohn war, zeigte sich nur zu deutlich in seinem unbefangenen Gegengruß. Besonders aber beunruhigte es Amanda, dass Sir Edmund, indem er seine Büchse von sich in die Ecke stellte und dabei Chandra Singh auf die Seite nahm, diesem flüsternd eine längere Mitteilung machte, die der Rajput mit der ernstesten Aufmerksamkeit entgegennahm und in einer Haltung wie einer, der von einem Vorgesetzten eine wichtige Order erhält. Diese Vertraulichkeit der beiden Männer missfiel Amanda höchstlich. Hatte es doch fast das Ansehen, als ob sie ein gemeinsames Unternehmen vorhätten. Was ihr Vater ihr soeben von einer möglichen Rivalität zwischen den beiden Männern gesagt hatte, gab ihr einen Schlüssel zu jener Enttäuschung des Rajputen bei dem Erscheinen des Sahib, dem er offenbar eine Falle gelegt hatte. Was aber bedeutete diese Vertraulichkeit, die beide Männer verbannt? Für Sir Edmund jedenfalls eine Vergrößerung der Gefahr. Und sie entschloss sich, die erste Gelegenheit zu ergreifen, um ihn zu warnen und, wenn eine solche sich nicht schon in den ersten Stunden von selber einfände, sie durch jedwelchen Bruch mit der Etikette selbst gewaltsam herbeizuführen. Edmund begrüßte nun sie und ihren Vater freundlichst, wenn auch auf etwas zerstreute Weise. Dann zeigte er nach der Veranda hinaus. Und was soll die schwarze Bestie draußen? Der Panther, die Beute des Sahib, antwortete Chandra Singh mit tiefer Verbeugung. Und der Chorus nahm die letzten Worte auf, um sie mit allen möglichen Stimmennuancen zu variieren und mit poetischen Umschreibungen arabeskartig zu verzieren. Der Verwüster der Berge, der die Ehre genossen hat, von der Büchse des großen Sahib zur Strecke gebracht zu werden, von der Hand Rahms zu fallen, von dem der Schakalgesichtige unter vielem Beifall vermutete, dass ihm deshalb eine günstige Wiedergeburt bevorstehe. Wieso? Ich hätte den Panther geschossen? Gewiss, gerade durch das Herz, ein Meisterschuss, ein Schuss, der noch nach Jahrhunderten in den Gesängen der Hofbarten wiederhallen wird. In der Tat, wer sie sah und hörte, musste glauben, es wäre bis zu diesem Tag noch kein Panther in Indien geschossen worden. Die ihre Bewunderung so laut kundgebenden Inder wurden hinauskomplimentiert von dem nicht weniger höflichen Wirt, der ihnen versicherte, wer mit Ratschputen jagte, müsse, wenn er auch noch so ungeschickt wäre, sehr bald etwas von dem edlen Weidwerk lernen und könne nicht umhin auch einmal durch Nachahmung einen Meisterschuss abzugeben, während der Gegenstand dieses gepriesenen Schusses, der seiner günstigen Wiedergeburt entgegensehende schwarze Panther auf Arthas Anordnung fortgeschafft wurde, um abgehäutet zu werden. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 4 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch, Kapitel 4 Wie Sir Trevelyan und der Indologe ihren Rödesheimer tranken Als Edmund lachend wieder in das Zimmer trat, traf er hier nur noch den Professor, der am Tische stand und sorgsam beschäftigt war, die kostbaren Palmblätter Ecke an Ecke zu ordnen, wie ein Paket Spielkarten, damit ja nicht ein hervorstehender Rand zerknittert werden könne. Er blickte etwas verwundert auf und lächelte fragend, in Sympathie mit der Heiterkeit seines Wirtes. »Da haben Sie Ihre Inder, Professor«, lachte dieser, indem er sich in einen niedrigen Bambusstuhl warf und die Beine behaglich von sich streckte, wie einer, der sie genug gebraucht hatte. Die Gesichtszüge des Professors nahmen jetzt einen reservierten Ausdruck an, als ob sie sich en garde dieser Munterkeit gegenüber setzten. »Wie meinen Sie das?« Nun, die Geschichte war folgende. Der Schwarze Teufel hatte aus einem Gebüsch unten im Nuller vor dem Höllenlärm unserer Treiberreis ausgenommen und sich dann oben auf der Ebene, leicht verwundet, wie er war, in einem Aloe-Busch versteckt, der etwa zwanzig Fuß hoch und ebenso breit war. Er wurde umstellt, das Geschrei und das regelmäßige Bombardement mit Steinen gingen wieder los. Aber mein braver Bagheera ließ sich nicht stören. Da war nur eines zu tun. Wir mussten mit Raketen den Busch in Brand schießen. Aber es wird mir zu trocken, so zu erzählen. Also mit Ihrer Erlaubnis? Sie verschmähen wohl leider wie gewöhnlich meine Zigarren. Ich danke, um diese Zeit rauche ich nicht. Edmund zog seine Zigarrentasche hervor, wählte sorgfältig eine tadellose Regalia, schlug Feuer, zündete und blies mit sichtbarem Genuß dichte Rauchwolken vor sich hin. Natürlich hatten die Esel unsere Congreve-Raketen im Boote vergessen, also erzwungene Pause von etwa anderthalb Stunden, womit sie ausfüllen. Alles flammte um uns, die Sonne brannte fast senkrecht herunter. Es war Lanschzeit, also Lanschen im schmalen Schatten der Aloe gelagert. Es waren also mehrere Aloe-Gebüsche da, vermutete der Professor. Nein, nur das eine. Wo der Panther drin steckte? Eben, es war meine Idee. Sir Edmund lächelte mit knabenhaftem Stolz. Übrigens darf ich nicht sehr stolz sein, denn wo sonst? Weit und breit gab es keinen anderen Schatten und selbst in ihm hatten wir wohl an die hundert Grad. Aber war es denn doch nicht sehr unvorsichtig? Eigentlich nicht. Der schwarze Panther ist gefährlich, aber die indische Mittagssonne ist noch zehnmal gefährlicher. Und warum sollte auch der gute Bagheera seinen Schlupfwinkel verlassen, bevor die Raketen es notwendig machten? Es ist wahr, aber trotzdem... Trotzdem, lieber Professor, hatte ich gerade eine Flasche Hock glücklich entkorkt? Ach, Sir Trevelyan, rief Professor Eichstätt mit einer Gebärde halb komischer Verzweiflung. Wann wollt Ihr Engländer endlich damit aufhören, jeden Rheinwein Hock nach dem Hochheimer zu nennen, der gar kein Rheinwein ist, sondern am Main wächst? Was Sie in Ihrem Keller haben, ist Rüdesheimer und ein guter Jahrgang dazu. Gott verzeih es Ihnen, dass Sie einen solchen Tropfen in hundert Grad hinausschleppen, wie viel das nun auch sein mag, denn der Kuckuck kann aus Ihrem verrückten Fahrenheit klug werden. Der Engländer lachte gutmütig über die Erhitzung des braven Rheingauers. Ich verspreche Ihnen, lieber Professor, dass ich mich bessern werde. Für meine Landsleute darf ich freilich nicht einstehen. Aber das erinnert mich. Er klatschte in die Hände. Ein schwarzer, weißgekleideter Diener, der Durrwan, der auf den Stufen gekauert haben mochte, erschien und machte seinen Salam. Sir Edmund gab eine kurze Order in Hindustani. Ja, ja, mein lieber Professor, ich weiß schon, wandte er sich an den Indologen, der eine Handbewegung des Einspruchs machte. Es ist nicht in der Ordnung. Aber dieser Tag ist ein wenig aus dem Gleis gekommen, wie mir scheint, und ich glaube in der Tat eine Erfrischung verdient zu haben. Er blies ein paar Rauchwolken aus und starrte vor sich hin, als ob er den Faden verloren hätte. Doch revenons à nos moutons. Ich habe soeben eine Flasche Rüdesheimer entkorkt. Dennoch nicht ganz beruhigter Rheinländer schnitt eine Grimasse, als die dicke Zunge des Briten jenen edlen Namen herausrollte, als ob dieser die Bezeichnung einer Kartoffelart sei, anstatt die des heeresten Rebensaftes, kam aber plötzlich zum Bewusstsein von der spannenden Situation. Ja, ja, und dann, lieber Freund, dann? Dann hub ein gottloses Schreien an, das mich schnell auf die Beine brachte. Der Panther war heraus und hatte einen Treiber am Wickelchen. Etwa fünfzig Schritt von uns. Chandra Singh und ich standen dicht nebeneinander und waren schussbereit, als die Bestie plötzlich ihre Beute losließ und in mächtigen Sätzen auf uns lossprang. Ein schwarzer Nebel mit zwei glühenden Kohlen mittendrin. Ich lege an, meine Büchse versagt. Mein Gott! Ja, versagt, Professor. Und entweder mein etwas gemischtes Blut oder das echteste Blut Rajputanas hätte den Sand gefärbt, wenn Chandra Singh nicht mit einem wohlgezielten Schuss den Panther gerade vor uns zur Strecke gebracht hätte. Ja, aber, lieber Sir Trevillian, ich verstehe nicht recht. Wenn, wie Sie sagen, Ihre Büchse versagte... Das ist ja eben der Witz. Chandra Singh weiß, dass meine Büchse versagte. Er weiß, dass ich es weiß, und er weiß auch, dass ich weiß, dass er es weiß. Und dennoch, mit sprechender Gebärde, die Beute des Sahib, ein Meisterschuss, Lieder der Hofbarden, wenn das nicht echt indisch ist... Die Züge des Professors zogen sich in ihre Deckstellung zurück. Es war nicht das erste Mal, dass Edmund angedeutet hatte, wie wenig hoch er die Wahrheitsliebe der Inder einschätzte. Und ein jeder solcher Angriff auf seine Schützlinge verstimmte in hohem Grade den guten Indologen. Diesmal schienen sie nun freilich gar zu sehr auf frischer Tat ertappt zu sein, und es wollte ihm nicht gleich etwas zu ihrer Verteidigung einfallen. Aber wie verkehrt, aus dem einzelnen Fall gleich etwas Allgemeines zu machen? Ich weiß wohl, sie sind überhaupt der Meinung, dass die Inder es nicht genau mit der Wahrheit nehmen. Mild, aber korrekt ausgedrückt. Aber da muss ich doch bitten, rief der entrüstete Indologe. Die Wahrheitsliebe der Inder war im Altertum berühmt und wird auch von griechischen Zeugen bestätigt. Sie bestätigen auch, dass die Perser reiten und die Wahrheit sagen lernten. Reiten tun sie noch, aber ein Freund von mir, der sich lange in Persien auffielt, hat mir gesagt, ein Perser müsse einen großen Vorteil davon haben, wenn er sich dazu bequemt, die Wahrheit zu sagen. Es scheint, dass die Völker in der Beziehung zurückgehen. Nur die Griechen nicht. Diese wunderten sich bast darüber, dass die Perser die Wahrheit sprachen, und mit gutem Grund, denn sie waren selbst von jeher eine ausgesuchte Lügenbande, und das sind sie geblieben. Entschuldigen Sie, ich weiß, Sie sind Philhellene, aber ich kenne Sie aus erster Hand. Es war, scheint mir, eine philhellenische Angelegenheit, in der Sie sie kennenlernten. Edmund lachte. Es ist wahr, ich habe mich für Ihre Freiheit geschlagen, aber unter uns, die ehrlichsten Leute in Griechenland, waren die Türken und allenfalls die Briganten. Professor Eichstätt seufzte resigniert, war aber doch nicht willens, die gute Sache schon aufzugeben. Was denken Sie wohl, dass ich hier vor mir liegen habe, Surtje Willian, sagte er, und legte seine Hand auf die Palmblätter. Es sind die uralten, ehrwürdigen Yatakas, die uns Volkssagen von den verschiedenen Lebensläufen des Buddhas überliefern. Dort wird ausdrücklich gesagt, dass, obwohl er mehrmals ein Räuberhäuptling gewesen und viele Verbrechen begangen hat, er doch eines nie getan hat. Der zukünftige Buddha hat nie gelogen. Können wir ein bereteres Zeugnis dafür ablegen, wie hoch die alten Inder die Wahrheitsliebe schätzten? Sagten Sie mir nicht gestern, Professor, dass der Buddha auch nie als ein weibliches Wesen geboren wurde? Gewiß, das ist vollkommen richtig, erklärte eifrig der nichtsahnende Professor, der in der Unschuld seines Herzens nur Freude empfand, dass dieser splinische Brite noch so viel Aufmerksamkeit für seine Ausführungen besaß, dass er diesen eigentümlichen Legendenzug von einem Tag bis zum anderen behalten hatte. Edmund blickte pfiffig und sah den Professor mit einem, wie es diesem schien, mephistophelischen Lächeln an. Ist es Ihnen nicht aufgefallen, Professor Eichstätt, dass in dieser Zusammenstellung jedenfalls ein sehr feines Aperçu liegt? Professor Eichstätt, in dessen einfacher Natur eine echte germanische Ehrfurcht vor dem ewig weiblichen Tief eingewurzelt war, wusste nicht, welche Miene er zu der zynischen Vertraulichkeit seines Wirtes aufsetzen sollte. Dies war in der Tat noch viel schlimmer als der Angriff auf die Inder. Ihm war einigermaßen, als ob ihm jemand zumutete, über seine selige Frau zu spötteln oder seine Tochter zu verraten. Und doch hatte dieser unverbesserliche Byronianer etwas an sich, das jede Äußerung ritterlicher Entrüstung entwaffnete. Zum Glück erschien in diesem kritischen Augenblick eine hochfeierliche Prozession. Zuerst trat der Durwan als Führer herein. Ihm folgte als Zeremonienmeister der Sirdar, diesem auf den Fersen der Abdar, der ein kupfernes Brett mit zwei Gläsern trug. Nach ihm trug der Bisti einen betauten, irdenen Topf, aus dem eine braune Flasche ihren langen Hals und das Köpfchen mit der gelben Lackmütze emporstreckte. Ein lieblicher Anblick. Danach trug der Kitt Mutgar, dem das kulinarische Departement unterlag, nichts als seine Würde, die aber schwer auf seinen schmalen Schultern zu Lasten schien. Eine namenlose Nichtigkeit trug den Korkenzieher, und eine nichtstragende Nichtigkeit beschloss den Zug. Letzterer entnahm auf einen Wink des Sirdar der tragenden Nichtigkeit den Korkenzieher, holte die Flasche aus dem Wassertopf hervor und reichte beide dem Kitt Mutgar, der die Flasche entkorkte, und dem Sirdar übergab, der dann die Gläser füllte, welche der Abdar zurechtstellte, worauf die Nichtigkeit die Flasche wieder in den kühlenden Wassertopf untertauchen ließ, und der Bisti diesen auf den Tisch zur Weiterbenutzung hinstellte. Der Durrwan hatte diese Vorgänge mit einem tief melancholischen Blick überwacht, als ob er in ihnen eine Illustration zum alten Panzertandram-Spruch sähe. Fußnote, Panzertandram, berühmtes indisches Fabelwerk. Ende Fußnote. Diejenigen, welche das Dienen ein Hundeleben nannten, haben unwahr gesprochen. Ein Hund geht ja hier nach eigenem Ermessen, ein Diener auf geheißtes Herrn. Da er sich nunmehr von der Wahrheit dieses Spruches vollkommen überzeugt hatte, salamte er den anderen vor und leitete den Rückzug ein, und die schwarze, weiß gekleidete Prozession verschwand mit derselben sammetsohligen Lautlosigkeit, mit der sie erschienen war. »Schmerzlich ist es, den Bisti mit einem gemeinen Wassertopf anstatt des Eiskübels erscheinen zu sehen, den er in allen Kantonnements brachte, zuletzt in Kornpore, labenden Gedächtnisses«, rief Sir Edmund. »Aber so weit hat doch Kala Rama seinen Staat nicht gebracht, wie viel er auch für die Zivilisation tut. Nun, auch diese Rückständigkeit hat ihre Reize, und so wollen wir denn in diesem, wenn auch etwas lauen aber, edlen Saft, Indien hochleben lassen, zumal das alte Indien, womit sie so vertraut sind. Was mich anbelangt, so kennen sie es nicht, platzte Professor Eichstätt gedankenlos heraus. Nachdem er den ersten Schluck in der hohlen Zunge gehalten und ihn zögernd etwas hinunterrieseln lassen, starrte er jetzt in das unvergleichliche Goldlicht des echten Rheinweins hinein und hatte fast vergessen, wo er sich befand. Ihn umwebte das hellgrüne, seidene Mailaub der Buchen des Niederwaldes. Er sah den heiligen Fluß sich durch die Gauen krümmen. Ja, es war ihm, als hörte er das Rauschen der Stromschnellen im Bingerloch. »Freilich kenne ich das alte Indien nur sehr wenig«, gab der Brite gutmütig, vielleicht auch herablassend zu. »Und doch, mir ist, als hätte ich ihm heute in die Augen geschaut.« »Wem?« »Ihrem Indien des Altertums.« »Ja, Professor, ich habe heute ein seltsames Abenteuer erlebt, umso seltsamer, als ich kaum sagen kann, worin es bestand.« »In der Tat, ein Abenteuer?« Der Indologe, richtiger Rheingauer, verriet nicht gerade brennende Neugier. Ihm rieselte der Rüdesheimer noch so labend die Kehle hinunter, mit seinem Duft alle alten, heiligen Erinnerungen lieblich erweckend. Er hatte die Augen geschlossen und stand hoch auf dem Niederwald. Den Hundsrück fuhr sich in blauer Ferne und zu seinen Füßen den alten Mäuseturm, mitten in dem wirbelnden Strom, und er lauschte mit geringer Aufmerksamkeit dem Berichter seines Wirtes, wie dieser, kurz nachdem der Panther erlegt worden war, die Jagdgesellschaft verlassen hatte, um eine abgelegene Tempelruine aufzusuchen, und dann auf dem Rückweg sich plötzlich in den Dschungel bewachsenen Hügeln verirrt hatte. In der Tat mochte die Sache nicht so ungefährlich sein, wie es beim ersten Blick schien, und ich bereute schon meine Unvorsichtigkeit. Da begegnete mir ein Inder, ein wandernder Yogi, aber einer Gestalt, sage ich Ihnen, wie aus den alten Weden herausgetreten, ein, ja, wie heißt doch der Kerl, von dem Sie mir erzählten, dass irgendein verrückter Raja ihm tausend goldgehörnte Kühe für jedes Wort aus seinem Munde schenkte? »Jaina Valkia, meinen Sie vielleicht?«, murmelte Professor Eichstätt mechanisch, noch immer im fernen Rheingau verweilend. »Jawohl, wie man sich einen Jaina Valkia vorstellen könnte. Nun, er zeigte mir den Weg und begleitete mich, bis ich vom Rand der Dschungeln aus die Stadt unter mir sah. Dann ging er landeinwärts, ohne meines Dankes zu achten.« Er sagte, Edmund schwieg, ließ eine letzte Rauchwolke vor sich hin, warf den Zigarrenstumpf über die Veranda hinaus, führte das Glas an die Lippen und vergaß zu trinken. Die plötzliche Stille weckte den Professor aus seinen Heimatsträumereien. »Ja, und dann?«, fragte er, um doch etwas Interesse zu zeigen. »Ja, das war alles.« »Jedenfalls scheint das einen tiefen Eindruck auf sie gemacht zu haben, und das ist ja schon viel. Ich möchte wohl den Mann sehen, der das vermochte.« In der Tat, ich wollte, sie hätten seinen Blick gesehen, denn ich wüsste gerne, ob es mir allein so geht. Überall sehe ich noch vor mir diese großen, dunklen Augen. Sie erinnerten mich an Shelleys. In einer großen Menschenmenge fand ich immer Shelly schnell heraus, durch seine Augen. Sein Blick leuchtete durch alles andere hindurch, wie Leben durch Totes. Aber der Blick dieses Inders hatte noch etwas anderes. Etwas Unheimliches, würde ich sagen, wenn er nicht so gütig gewesen wäre, Aber geheimnisvoll tief, zu tief für das Senkblei des Verstandes, wenigstens das meinen. Nur ein Ding weiß ich, das mich ebenso verzaubert, das mich vor unbegreiflichen Ahnungen schaudern lässt. Welches? Sie werden mich auslachen, Professor, aber sei es drum. Ich meine den gelben Edelstein, den Carla Rama in seinem Turban trägt. Den Schlangenstein? Professor Eichstätt war mit einem plötzlichen Sprung aus seiner Heimatgegend in das verheißene Land der Mysterien mit ganzer Seele zurückgekehrt. Ich sie auslachen, Sir Edmund. Mein Gott, wer bin ich, dass ich das tun sollte? Habe ich den Zusammenhang aller Dinge durchschaut? Oh nein, freuen tut's mich, dass auch Sie von dem Haucher dieses alten Landes der mystischen Weisheit angehaucht werden. Vielleicht ist das nur der Vorbote eines Sturmes, der ihr Innerstes aufwühlt und welchem eine neue Anschauung von Welt und Leben folgt. Ja, ja, sie wären nicht der Erste, dem hier in Indien die Schuppen von den Augen gefallen sind. Edmund lachte etwas leichtsinnig. Oho, läuft es da hinaus? Nicht so früh verlockt, Professor. Ich bin nicht nach dem Land der mystischen Weisheit. Nein, nach dem Lande des glühenden Lebens und der feurigen Liebe, müde von dem alten Europa, wo ich vergebens für die untergehende Freiheit kämpfte, von jener Welt der altgeborenen Sklaven, der blöden Vorurteile. Freilich taten sie das, entgegnete der Indologe. Aber nicht darauf kommt es an, wie man auszieht, sondern wie man heimkehrt. Ihr wisst, wonach Saul auszog und was er fand. Eine Krone fand er, freilich. Da mögen sie recht haben. Eine Krone. Der eigentümliche Stimmklang und der sonderbare Blick, der sich nicht auf den Professor richtete, sondern nach den Zinnen des Raja-Palastes adlerartig hinausschweifte, hätte wohl einem schärferen Beobachter zu denken gegeben. Aber der Indologe war, wie immer, zu sehr bei der Sache und nur darauf bedacht, die begriffliche Ausführung festzuhalten und keine Ausschweifung zu gestatten. Schnell fiel er ein, die Krone der Weisheit, meine ich. Oh, ich weiß, was Sie meinen, die Krone mit dem Stein der Mystik. Nein, da wenden Sie sich an meinen Vetter, der da kommt. Ihn haben Sie in Kalkutta mit so blauem Dunst umnebelt, dass er auf alle Jogi-Künste schwört. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 5 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Die Weltwanderer Arthur trat eilig von der Veranda herein, warf seinen Hut auf einen Stuhl und eine große Ledertasche auf den Tisch und fuhr sich mit den Fingern durch sein kurzes, blondes Haar. Aha, die Post Deshalb deine Erregung lachte Edmund Mann, was willst du denn dieses Heimweh-Fieber endlich einmal aus dem Blute hinaustreiben? Das taugt nicht für uns. Sein Ton unterstrich das letzte Wort. Sein bedeutungsvoller Blick wurde von seinem Vetter kaum erwidert. Mittlerweile hatte Edmund die Tasche geöffnet und den Inhalt auf dem Tisch herausgewälzt. Nein, mein armer Junge, kein Brief für dich. Hier ist Edinburgh Review bedeutend zahme, seitdem Byron ihnen den Kopf wusch. Nimm hin, Mann Junge, das klingt immer ein wenig nach Old Lang Syne. Fußnote Old Lang Syne Längst vergangene Tage Lied von Robert Burns Ende der Fußnote Hier, Herr Professor, ein Brief und zwei Drucksachen für Sie und hier eine großmächtige Briefschaft für mich. Aha, Ministerialsiegel. Edmund brachte Siegel und riss mehrere Papiere und einen Brief aus dem großen Umschlag heraus. Onkel Archibald natürlich, was hat nur der alte, gichtische Gentleman mir zu sagen? Der Professor war in seinen Brief, Arthur in die Review, zu sehr vertieft, um das Stutzen zu bemerken, das sich auf Edmunds Gesicht zeigte, bevor er noch die erste Seite durchflogen hatte, um dann einem immer spöttischer werdenden Lächeln zu weichen, das nun in lautes Lachen überging, als er den Brief auf den Tisch warf, ohne von der dritten zur vierten Seite umzulättern. Nun könnt ihr mich in der Tat beglückwünschen, meine Freunde. Er blicket in mir ein langverkanntes politisches Genie, das endlich von seinem intelligenten Vaterland entdeckt wird. Begrüßet den designierten Gesandten für Afghanistan. Arthur ließ seine Revue fallen und schartete den Vetter mit offenem Munde an. Sie gehen nach Afghanistan, rief der Professor, und was wird denn hier aus mir werden, fuhr es ihm durch den Kopf. Freilich wird ja mein Freund, der Minister Carla Rahme, der mich herberufen hat, auch für meinen weiteren Aufenthalt sorgen, bin ich doch noch lange nicht mit den Inschriften fertig. Aber wo kann ich und besonders Amanda hier ein so bequemes Heim finden wie bei Sir Edmund? Und mit ihm geht jedenfalls auch sein Sekretär, dieser junge Schotte, der offenbar sein Herz an meine Tochter verloren hat. Ein trefflicher, zuverlässiger junger Mann, wie mir scheint, der mir als Schwiegersohn sehr erwünscht wäre. Gott weiß, wann man ihn dann wieder sieht und was daraus wird. Beruhigen Sie sich, mein lieber Professor, sagte Edmund. Alles bleibt hier beim Alten. Ich gehe nicht nach Afghanistan. Die Ehre muss ich aber doch schätzen. Gewiss, gewiss, es ist eine große Ehre, mit einer solchen Mission betraut zu werden. Aber warum wollen Sie sie denn ausschlagen? Ich denke, es müsste für Sie höchst interessant sein. Professor Eichstätt, der sich nicht wenig schämte, bei seiner eigennützigen Bestürzung ertappt zu sein, schien jetzt seinen Wirt zur Annahme überreden zu wollen. Und Edmund erging sich schon in heftigen Ergüssen über die nichtswürdige, krämerhafte Politik seines Vaterlandes, als er plötzlich von Arthur unterbrochen wurde, der den Brief genommen hatte und ihn nun seinem oratorischen Vetter umgedreht hinhielt, mit zitterndem Zeigefinger auf die letzte Seite zeigend. Was ist das hier, Edmund? Edmunds Augen öffneten sich doppelt so weit und starrten Arthur verständnislos an, während er den Brief dem Professor überreichte. Außer sich vor Begierde zu erfahren, was wohl die beiden Herren so aus der Fassung brachte, entriss Professor Eichstätt den Brief der willenlosen Hand seines Wirtes. Die letzte Seite enthielt nur ein paar Zeilen und darunter die großmächtige, mit lassoartigem Schnörkel versehene Unterschrift, Archibald Pembroke. Aber quer über die ganze Seite, leeres und beschriebenes mit festen Zügen überschreitend, standen, anscheinend mit einem Blaustift geschrieben, die zwei Worte Index Providentiel. Kann jemand das begreifen, rief Edmund? Wie ist dies hineingekommen? Beide Siegel ungebrochen, das des Ministeriums und das meines Onkels. Ihr Onkel hat sich einen Scherz erlaubt, vermutete der Professor. Oh, da kennen Sie mal Lord schlecht. Oder sein Sekretär oder irgendeiner in seinem Büro. Sie kennen ihn schlecht, sage ich. Sehen Sie doch hier, wie vorsichtig er seinen Schnörkel bis ganz heruntergeführt hat, damit nicht Raum übrig bleibe, wo ein anderer etwas schreiben könnte. Nie hätte er den Brief versiegelt, ohne zuerst nachzusehen. Nie hätte er ihn einem anderen zum Versiegeln gegeben. Arthur nickte und sagte mit seltsamem Nachdruck, Nein, nein, Herr Professor, der dies schrieb, hat nicht gescherzt. Ah, rief Edmund erregt und nahm Arthur im Arm, du weißt, wer es ist. Wer? Nein. Was weißt du denn? Hast du jemals vorher solche Schrift gesehen? Schrift in geschlossenen Briefen? Arthur nickte. Der Professor sprang auf. Aber lieber junger Freund! Nun, was ist es, also Arthur? Was es ist? Es ist Ragiyuk. Es kam wie aus der Pistole geschossen, mürrisch, fast trotzig von dem jungen Mann, der sich nun so in die Enge getrieben sah. Der Ausdruck war dem Professor und Edmund wohl bekannt als die moderne indische Bezeichnung für kulte Kräfte höchster Ordnung. Edmund lachte laut auf, ohne dass dies Lachen doch ganz natürlich klang. Es hatte einen Ton des Gewollten, wie wenn jemand sich durch erheuchelte Heiterkeit gegen etwas wehrt, was ihm sonst zu ernst oder gar unheimlich sein würde. Sagte ich es Ihnen nicht, Professor? Sie haben in Kalkutta den guten Arthur etwas verrückt gemacht, so dass er bereit ist, auf alle Jogi-Wunder zu schwören. Aber Herr Steele, wandte sich Professor Eichstätt jetzt fast bittend an Arthur, Sie können doch nicht ernstig meinen, dass jemand in einen versiegelten Brief etwas hineinschreiben kann. Hineinschreiben habe ich nicht gesagt. Nun, wie Sie es zu nennen belieben, wir wollen nicht um Worte streiten, aber ich bitte Sie, dies geht dann doch über die Hutschnur. Ich gebe ja zu, dass man hier von den Jogis Dinge ausgeführt sieht, die sich wie Wunder und Zaubereien ausnehmen. Dabei wollen wir aber doch nicht vergessen, dass diese Dinge von den alten Innern selbst nicht als wirkliche Vorgänge, sondern als Augenverblendung aufgefasst werden. Dies geht unzweifelhaft hervor aus einer sehr interessanten Stelle in den Brahma-Sutras, wo Kankara die nur scheinbare Realität des individuellen Selbstes und andererseits dessen Verschiedenheit von dem einzig realen, höchsten göttlichen Selbst außerordentlich fein dadurch illustriert, dass er etwa sagt, der Zauberer, der in einem in die Luft hineingeworfenen Faden in die Höhe zu klemmen scheint, ist auf dieselbe Weise verschieden von dem Zauberer, der in Wirklichkeit auf der Erde stehen bleibt. Also, mein lieber Freund, in Wirklichkeit ist kein Faden und kein Kletterer da, sondern wirklich ist nur der Zauberer, der ruhig mitten im Kreise steht und bei den Zuhörern die Halluzination hervorbringt, als ob er an einem Faden in die Höhe klimme. Ebenso, mein Kankerer, und Sie werden die Feinheit dieses Vergleichs bewundern, existiert in Wirklichkeit nur das Brahman, die Gottheit, in ewiger Ruhe. Und nur durch das Nichtwissen, das heißt, durch das sinnliche Bewusstsein, scheint es, als ob eine Menge wandernder, gleichsam an Fäden emporklemmender, individueller Seelen da wären. Das ist nun also die Erklärung der größten aller indischen Autoritäten. Nach ihr müssen wir also annehmen, dass der kleine Mangobaum, den der Yogi gestern hier auf der Veranda vor unseren Augen aus dem Topf emporwachsen ließ, in Wirklichkeit gar nicht da war. Ach, der Mangobaum, unterbrach ihn Arthur ungeduldig, der gehört ja nur zum niedrigsten Hartha-Yog. Fußnote, Hartha-Yog, so Sila Kara, okkulte Kräfte niederen Ranges, Zauber. Ende der Fußnote. Der diese Worte geschrieben oder vielmehr chemisch gesprochen, sie aufs Papier gesprochen, sie aufs Papier gefällt hat, der hat Kenntnis von Naturkräften, die unsere Gelehrten nicht ahnen, weil er die höchsten Prinzipien seiner Natur, vor allem den Buddi, zur Entwicklung gebracht hat. Ach, mit ihren Prinzipien, das ist ja... Um Gottes Willen, rief Edmund, fangen Sie nur nicht von den sieben Prinzipien an. Gewiss nicht, gewiss nicht, beruhigte der Professor seinen Launen haften wird. Ich wollte Ihnen nur sagen, Herr Steele, diese ganze Lehre von den sieben Prinzipien, von der Sie mir noch gestern vorschwärmten, ist ja nichts anderes als ein grobes Missverständnis von der berühmten Anandavalli in Taitiriya Upanishad, wo nämlich ein sehr geistreicher Versuch gemacht wird, den Kern des Menschen und der Natur, den Atman, aus allen Hüllen herauszustellen. In dieser Stelle nämlich... Oh, ich kenne sehr wohl die Anandavalli, Herr Professor, gewiss ist sie die älteste Belegstelle von der Prinzipienlehre. Ja, nur gänzlich missverstanden. Eine grobe Entstellung, wenn dort von dem aus Nahrungssaft bestehenden Selbst das aus Lebenshauch bestehende getrennt wird, so heißt das doch. Hier wurde aber der eifrige Indologe durch den eintretenden Siddhar unterbrochen, der den Besuch des Ministers Kala Rama anmeldete. Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Sonja Abschnitt 6 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der weit über die Grenzen seines kleinen Landes, ja über ganz Indien hinaus berühmte Minister, der jetzt von zwei Dienern begleitet in das Zimmer trat, war ein hochgewachsener, schlanker Greis mit bartlosem Gesicht, dessen edle, geistvolle Züge in heller Bronze gegossen schienen. Amanda hatte nicht Unrecht, wenn sie nach der ersten Begegnung mit Kala Rama sagte, er sehe eher wie ein Pandit oder Sanyasin denn wie ein Staatsmann aus. Fußnote Pandit Schriftgelehrter Sanyasin Religiöser Bettler Heiliger Ende Fußnote Wenn auch eine gewisse weltmännische Gewandtheit und eine Sicherheit des Auftretens, wie sie nur die äußere Autorität verleiht, diesen ersten Eindruck wieder etwas verwischte. Zunächst wurde dieser Eindruck freilich unterstützt durch die für einen orientalen und zumal einen Inder auffallende Einfachheit seines Anzuges. Vom Scheitel bis zur Sohle war er in weiße Baumwollenstoffe gekleidet. Nur die Scherpe, die den langen Kaftan um den Leib sammelte, war aus weißer Seide und prachtvolle Perlenschnüre hielten den leichten, faltenreichen Mantel mit den offenen Ärmeln über der Brust zusammen. Den einzigen farbigen Punkt aber bildete ein in seinem Turban befestigter gelber Diamant von seltener Größe und prachtvollem Glanz. Kala Rama blieb an der Schwelle stehen, verbeugte sich und führte die linke Hand an die Stirn. Der Minister war, wie männlich bekannt, kein Linkser. An diesem Gruß hing eine Geschichte, wie die Engländer sagen, und zwar ein Stück Rajputaner Geschichte. Ein Vorfahr Kala Ramas hatte, um die Mitte des 17. Jahrhunderts, bei einer Begegnung mit dem Feldherrn des Großmoguls sich durch Handschlag sicheres Geleite geben lassen. Kaum aber hatte er im Vertrauen hierauf sein Heeresgefolge abziehen lassen, als er gefangen genommen und bald danach im Gefängnis ermordet wurde. Von jenem Tage an aber grüßten die Mitglieder dieser Familie nur mit der linken Hand. Und dies war ein so anerkanntes Privilegium, daß, wenn einer von ihnen am Hofe des Großmoguls in Delhi erschien, in jener herrlichsten Audienzhalle der Welt, der Nachfolger des großen Akbar auf seinem Diamantenthron es sich gefallen lassen mußte, durch diesen linkshändigen Gruß sich an den einstigen, mit der Rechten geübten Verrat des Moguls erinnern zu lassen. So unterließ denn dieser Gruß Kalaramas niemals, durch seine fast legendarische Symbolik, eine seltsam feierliche Wirkung auf empfängliche Gemüter auszuüben. Und zumal auf die romantische Natur Edmonds machten die anerkannten Verdienste des Mannes nicht halb so starken Eindruck wie jener Hauch eines ritterlichen, feudalen Geistes, der diese nach der Stirn emporgeführte Hand umwehte. Fast wider seinen Willen fühlte er sich jedes Mal aufs Neue dadurch beehrt, wie durch die Berührung von einem wahrhaft vornehmen Wesen, was sich denn auch in seinem eigenen Gruß Ausdruck gab. Sobald nun also der Salam allerseits mit gebührendem Anstand vollzogen war, nahm Kala Rama auf dem ihm angebotenen Stuhle Platz und mit einem feinen Lächeln um die schmalen Lippen sagte er, Ich sehe dort edler Sahib in ihrer Hand einen Brief, der im engsten Zusammenhang mit meinem heutigen, vielleicht etwas überraschenden Besuche steht. Wie, Exzellenz, Sie wissen, ah, mein Onkel! Kala Rama nickte. Lord Pembroke hat mir die Ehre gemacht, sich vertraulich an mich zu wenden, und der Premier hat mich auf gleiche Weise ausgezeichnet. Diese beiden hohen Herren haben mir auseinandergesetzt, welch wichtige Aufgabe sie in ihre Hände legen wollten, und haben mich aufgefordert, mein Möglichstes zu tun, um sie zur Übernahme dieser Mission zu überreden. Ich habe denn auch keinen Augenblick verloren, um hierher zu eilen, aber gewiß wird meine Zurede überflüssig sein. Allerdings, Exzellenz, antwortete Edmund mit einem höflichen Lächeln, das nicht ganz ohne eine spöttische Beimischung war. Sie würde insofern überflüssig sein, als ich mich gar zu wohl hier befinde, in dem Staat, den ihre unvergleichliche Lebensarbeit zu einem so blühenden Zustand erhoben hat, gar zu wohl, als daß ich daran denken sollte, ihn so bald zu verlassen. Lieb, wie es uns allen hier sein muß, edler Sahib, daß es Ihnen hier so gut gefällt, würde es mir doch sehr leid tun, wenn Sie aus diesem Grund einen so ehrenvollen Antrag von sich wiesen, zumal, wo es sich um eine für Ihr Vaterland so wichtige Sache handelt. Mit Recht schreibt ihr Oheim, die Regierung brauche dazu einen Mann, der, wie gerade Sie es sind, mit orientalischen Sitten vertraut ist. Noch immer nicht genug, Exzellenz, ich möchte mir hier diese Sitten recht zu Gemüte führen. Die Züge Kalaramas nahmen einen ernsteren Ausdruck an. Nein, nein, Sir Trevelyan Sahib, Sie dürfen diese Gelegenheit nicht von sich weisen. Sie sind jung, Sie haben große Fähigkeiten. Sollten diese nur hier in Müßiggang verkümmern? Warum denn nicht? Ich habe von jeher Indien als den Ort der Beschaulichkeit rühmen hören. Und doch sprechen Sie mit liebenswürdiger Überschätzung von meiner Lebensarbeit hier. Oh, Sie, Exzellenz, gehören überall zu den Ausnahmen. Eine gewisse Unruhe bemächtigte sich des Professors und des Sekretärs, denn das Gespräch schien mehr und mehr den Charakter eines Wortgefechtes anzunehmen, in welchem Edmund mittelst nichtsagender Redewendungen auszuweichen versuchte, auf eine Weise, die für einen so hochgestellten Mann wie Kalarama es war, wohl etwas Verletzendes haben konnte. Auch ließ ein ganz leiser Zug des Missbehagens am Mundwinkel und ein etwas härterer Klang der Stimme verraten, daß der Minister anfing, dieses Spieles überdrüssig zu werden und eine Fortführung desselben seiner nicht ganz würdig zu finden. Ich vermute, daß dies als ein Kompliment gemeint ist. Aber Exzellenz, selbstverständlich! Eine fast unmerkbare Handbewegung lehnte jede Versicherung als überflüssige Störung ab. Aber ich hoffe keine Ausnahme zu sein, wenn ich der Meinung bin, daß ein Untertan, der in einer politischen Krise sich für eine bestimmte Mission ganz besonders eignet, nicht das Recht hat, diese auszuschlagen, wenn seine Regierung ihn damit beauftragt. Jedes andere Vorhaben muß dagegen zurücktreten. Ich wüßte nicht einmal, Sahib, daß Sie hier etwas von besonderer Wichtigkeit vorhaben könnten. Der Blick, der bei diesen Worten plötzlich hervorschoss und Edmund traf, schien Herz und Nieren durchdringen zu wollen. Edmund begegnete ihm mit einem halbtrotzigen, halbspöttischen Blick, dem es aber offenbar Mühe kostete, standzuhalten. Arthur errötete wie ein ertappter Schuljunge, kramte in den Papieren und wagte weder den Minister noch seinen Vetter anzusehen. Professor Eichstätt fühlte sich gänzlich aus der Situation herausgesetzt oder mein Gott, war es möglich, daß zwischen der Rani und seinem Wirt ein Abenteuer im Gange sei? Die erdrückende Stille vor einem losbrechenden Gewitter schien im Zimmer zu herrschen, aber dieser Moment war kaum gespürt, als er auch schon vorüber war. Noch schien der Nachhall seiner letzten Worte nicht ganz verklungen zu sein, als Kalarama mit einem unendlich anmutsvollen Lächeln fortfuhr, zumal sie ja, wie ich höre, soeben einen schwarzen Panther, diese seltene Beute, erlegt haben. Nun haben sie ja aber schon gewöhnliche Panther, Königstiger und Bären die Menge geschossen. Sie haben zu Pferde und mit der Lanze den Eber gejagt, was nicht nur die Ratschputen, sondern selbst die Engländer als den feinsten Sport in der Welt betrachten. Also, was wollen sie noch? Elefanten und Rhinozerosse können wir hier nicht bieten. Und wenn wir auch könnten, dürfte Afghanistan doch vorzuziehen sein. Von ihrem eigenen Standpunkt aus, ich will sagen, als Sport betrachtet. Denn ich schicke dies voraus als ein Argument, das bei ihnen wahrscheinlich am stärksten in die Waagschale fallen wird, wer jetzt nach Kabul geht, um in dem Sinne ihrer Regierung mit Dost Mohammed zu verhandeln, der täte allerdings gut daran, zuerst sein Testament zu machen. Meines würde nicht viel enthalten, lachte Edmund, aber allerdings ist dies ein besseres Argument als irgendeines, das mein Ohrheim vorbringt. Wir wollen aber darüber nicht die Ernsten übersehen, sagte Kalarama. Die Lage ist meiner Ansicht nach etwa folgende. Seine Hoheit, Lord Bentink, ist im Begriff, sich zurückzuziehen, was wir allgemein bedauern, denn was man auch über einige seiner finanziellen Maßregeln urteilen mag. Mein Urteil Exzellenz ist, daß er ein verdammt knickriger Kerl ist, der alles in Geld machen will, und das Einzige, was mich wundert, ist, daß er der Versuchung widerstand, den Taj Mahal in Agra zu verkaufen, damit eins der größten Weltwunder um des Materials willen niedergerissen würde. Es war nahe genug daran. Es muß ihn viel gekostet haben, auf die angebotenen lumpigen Drei Yaks Rupien zu verzichten. Fußnote Drei Yaks Rupien gleich dreißigtausend Pfund Sterling Ende Fußnote Nun, dann wollen wir ihm das umso höher anrechnen, meinte Kala Rama mit einem feinen Lächeln. Jedenfalls ist aber dies negative Verdienst nicht sein einziges. Seine Unterdrückung der Sati und Ausrottung der Thaks gereichen ihm zu großem Ruhm. Fußnote Sati Witwenverbrennung Thaks Würger religiöse und professionelle Raubmörder im Dienste der schrecklichen Göttin Kali Ende Fußnote Vor allem aber hat er durch seine kluge und vorsichtige Politik die englische Regierung in Indien sehr gefördert. Deshalb ist es bedauerlich, dass er sich jetzt zurückziehen muss. Wenn nun Sir Charles Metcalf als Senior des Rates ihm im Gouverneurposten folgt, dann dürfen wir erwarten, dass diese Politik fortgesetzt wird, solange er sich halten kann. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass es der Gegenpartei gelingt, Sir Auckland durchzusetzen. In diesem Falle teile ich ganz die Furcht ihres Ohrheims und des Premier, das Lord Auckland, dessen Temperament und Gesinnung ja bekannt sind, versuchen wird, den vertriebenen Afghaner-Schar Shudja auf den Thron in Kabul zurückzubringen, wo indessen der Usurpator Dost-Muhammad fester sitzt, als diese Leute glauben. Er weiß sehr wohl, dass Shudja in Ludiana nicht ganz ohne Grund auf die englischen Bayonette hofft. Und das treibt ihn hinüber zu den Russen, die Tag für Tag in Zentralasien Fortschritte machen und schon daran sind, einen festen Gesandtschaftsposten in Kabul einzurichten. Nun ist die Aufgabe die, den Russen den Rang abzulaufen und Dost-Muhammad für die englische Seite zu gewinnen. Wohl zu merken, ohne ihm Peshawar auszuliefern. Denn diese Stadt, den Siks, wieder abzugewinnen, ist der Traum seines Lebens. Dass davon nicht die Rede sein kann, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Mit den Siks ist nichts zu spaßen. Ranjit Siks, Befreite, sind von europäischen Offizieren ausgebildet und geführt und noch dazu von religiösem Fanatismus beseelt. Und sie sollen nicht ihresgleichen haben seit den Ironsides eures Cromwell. Fußnote Siks, Ranjit Singh Die Siks waren eine religiöse Sekte mit militärischer Disziplin. Nach dem Fall des Mogul-Kaisertums beherrschte sie Panjab. Ihr König Ranjit Singh, 1800 bis 1839, brachte die Macht der Sekte zum Kulminationspunkt. Er war ein treuer Verbündeter der britischen Regierung. Ende Fußnote Kurz Der Schlüssel Zentralasiens liegt in Kabul und es gilt dessen, habhaft zu werden. Wer diese Aufgabe löst, der würde England einen Dienst erweisen, der kaum zu überschätzen ist. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, Sahib, daß Sie dieser Mann sein werden. Kalarama erhob sich. Und so habe ich jetzt die Aufgabe erledigt, die mir von ihrem Ohrheim und in der Tat von der englischen Regierung anvertraut wurde. Es wäre meinem Ohrheim und der Regierung gewiß unmöglich gewesen, einen besseren Vertreter zu finden, Exzellenz, antwortete Edmund mit höflicher Verbeugung. Die Ausführungen eurer Exzellenz haben ja allerdings der Sache ein anderes Aussehen gegeben, als es der Brief meines Ohrheims vermochte. Dieser Brief hat übrigens noch einen sehr interessanten Zug, auf den ich vielleicht die Aufmerksamkeit eurer Exzellenz lenken darf. Er reichte Kalarama den Brief hin, mit der letzten Seite nach oben und in umgedrehter Lage. Bitte, Exzellenz, sehen Sie sich einmal diese Inskription an. Drei Augenpaare betrachteten mit gespanntester Erwartung das Gesicht des Ministers. Ein Stutzen und dann ein vorüberhuschendes, freudiges Aufblitzen seiner Züge ließen erkennen, daß ihm die rätselhafte Inschrift irgendetwas sage. Exzellenz, was halten Sie davon? fragte Edmund atemlos. Ein Fingerzeig der Vorsehung, vermute ich. Oh, ein sehr hübsches Motto. Ich könnte mir in der Tat für diesen Brief kein besseres denken. Ich meine nicht den Sinn, Exzellenz, ich meine das Vorhandensein dieser Schriftzüge auf diesem Blatt unter doppelter Versiegelung, der meines Ohrheims und der des Ministeriums. Dass die Schrift vor dieser Versiegelung angebracht wäre, scheint mir fast ausgeschlossen zu sein, da ich die pedantische Genauigkeit und Vorsicht meines Ohrheims kenne. Und außerdem scheint mir diese Schrift nicht von einem Engländer herzurühren. Die Hand, die diese zwei Worte schrieb, scheint mir zwar unsere Buchstaben schreiben zu können, aber sie scheint mir gewöhnt zu sein, ganz andere zu schreiben. Ich glaube, darüber kann kein Zweifel sein. Aber Exzellenz, dann ist dies doch mehr als rätselhaft. Oder wenn Sie eine Erklärung dafür haben. Kalarama schwieg einen Augenblick und sah vor sich nieder, mit einem Ausdruck, der bei einem anderen vielleicht als Verlegenheit gewirkt hätte, bei ihm aber nur den Charakter bedachtsamer Ruhe hatte. Nehmen wir an, Sahib, dass dieses sonderbare Phänomen vielleicht mir weniger rätselhaft als Ihnen ist, so kann ich es Ihnen doch nicht erklären. Wir Inder sind von Alters her im Besitze von Geheimnissen, die dem Westen völlig unbekannt blieben. Wir sind aber in diesem Punkte sehr vorsichtig, sogar empfindlich. Diese Dinge sind uns, wenn auch nicht heilig, so doch höchst ehrwürdig, und wir lieben es nicht, sie dem Lächeln des sich klüger dünkenden Unglaubens, richtiger Nichtwissens, auszusetzen. Deshalb kann es sehr leicht geschehen, dass Sie auf eine Frage in dieser Richtung, zum Beispiel nach Ragiyog, eine glatte Verneinung zur Antwort bekommen, als hätte der Befragte nie etwas von einer solchen Sache gehört, obwohl sehr nahestehende Freunde von ihm im Besitze solcher Kräfte sein mögen. Arthur nickte und sah triumphierend seinen Vetter an, der aber diesen Blick nicht beachtete, da er vor Ungeduld brannte, weil dieser schlaue Inder, wie er meinte, sich hinter nichtssagenden Phrasen einen Ausweg suchte. So richtete er nun denselben Blick auf den Professor und schleuderte dadurch diesen ehrwürdigen Mann aus der Zurückhaltung hinaus, die ihm der Respekt vor dem greisen Minister gebot. »Aber, Exzellenz!« rief er. »Bedenken Sie doch, dass Sie durch solche Worte den unseligen Aberglauben aufmuntern, der schon einen so vortrefflichen jungen Mann...« Kalarama schüttelte seinen Kopf mit nachsichtigem Lächeln. »Da, da, sehen Sie, schon werde ich von unserem gelehrten Freunde überfallen.« »Oh, Exzellenz! Ich bitte Sie!« »Ihnen, lieber Professor, kann ich nur, von dem vorliegenden unbedeutenden Fall ganz absehend, mit den Worten des großen Dichters, der, wie mir scheint, euch Deutschen ebenso bekannt ist wie seiner eigenen Nation, sagen, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als eure Philosophie sich träumen lässt. »Eure!« »Denn unsere Philosophie hat ja immer davon geträumt.« »Aber das, was Sie mir neulich über die Lehre Eures großen Kant auseinandersetzten, und auch noch die eines anderen Jüngeren...« »Schopenhauer, meinen Exzellenz gewiß!« »Ein noch unbekannter Schriftsteller, der aber sicher einem nicht geringen Ruhm entgegengeht.« »Sein Buch wurde mir bei der Abreise von einem Freund gegeben, der nicht gerade viel davon hielt, aber der Meinung war, es würde sich wohl als Reiselektüre eignen für einen, der nach Indien ging.« »Und darin hatte er recht«, sagte Kalarama, nach dem, was Sie mir über diesen Mann mit dem schwer auszusprechenden Namen sagten. »Ein Teufel von einem Namen allerdings! Aber Sie müssen lernen, ihn auszusprechen«, murmelte Edmund, die Worte benutzend, mit denen Byron in seinem Journal Grillpatzers gedachte. »Ja, mein lieber Professor, solche Männer sind für mich erfreuliche Zeichen und deuten darauf, daß die Wege des Westens und des Ostens sich zusammenfinden werden, daß ihr erdenken werdet, was wir erträumt haben. Ist es doch eine uralte indische Anschauung, daß Raum und Zeit nicht in die Tiefe, nicht in das Wesen der Dinge reichen. Aus dem Selbst, dem Unentstandenen, ist der Raum entstanden. Er ist dem Subjekt des Erkennens eingewoben, lehrt der Vedanta. Und der große Buddhist Nagasena antwortete dem König Melinda auf seine Frage über das Wesen der Zeit. Wo es Seelen gibt, die nach dem Tode wiedergeboren werden, dort ist die Zeit. Wo es Wesen gibt, die gänzlich im Nirwana befreit sind, dort ist die Zeit nicht. »Herrlich, Exzellenz, herrlich! Oh, Sie haben recht! Diese von allen tiefen Geistern geahnte, von Kant aber zuerst wissenschaftlich fest begründete, fundamentale Wahrheit, die einzige Eingangspforte zu aller Metaphysik und zu jeder wahren Religion. Sie wird die ganze Welt umspannen. Sie wird, sie muß, vor allem hier in Indien. Wer möchte ermessen, bis zu welcher Höhe philosophischer Beretsamkeit der Indologe von der Inspiration des Augenblicks getragen, sich erhoben hätte, wenn nicht leider Sir Edmund, dessen Ungeduld jetzt überschäumte, die erste durch Atemnot des Redners geschaffene Pause benutzt hätte und auf die Gefahr hin, diesem gemessenen asiatischen Würdenträger als ein aufdringlicher Tölpel zu erscheinen, scharf eingeschnitten hätte? Exzellenz, ehe Sie zu weit in die Metaphysik geraten, gestatten Sie mir die Frage, kennen Sie diese Handschrift? Ja, Sahib, ich kenne Sie. Diese mit größter Ruhe gegebene Antwort wirkte so verblüffend, dass selbst der begeisterte Kantianer aus der abstrakten Raumzeitlichkeit augenblicklich zur Konkreten zurückkehrte. Arthur aber starrte Kalarama mit weiter aufgerissenen Augen an, als es sich einem Minister gegenüber eigentlich geziemte. Edmunds Stimme zitterte schon vor Erregung, als er weiterfragte, »Dann werden Exzellenz mir gewiß nicht die Genugtuung versagen, mir kundzugeben, wer es war, der diesen Scherz sich mir gegenüber erlaubt hat?« »Das ist schon aus dem Grunde unmöglich, Sahib, weil hier kein Scherz mit Ihnen getrieben worden ist. Aber das kann ich Ihnen sagen. Der Mann, der dies schrieb, meinte es gut mit Ihnen, und Sie würden gut daran tun, seinen Rat zu befolgen.« Nachdem Kalarama mit tiefem und nachdrücklichem Ernst diese Worte an Edmund gerichtet hatte, fuhr er mit unerwarteter, lächelnder Freundlichkeit fort, »Ich muß auch gestehen, daß ich schon so überzeugt war, Sie in einer solchen Gesinnung anzutreffen, daß ich sogar darauf bedacht war, Ihnen zum Abschied ein kleines Erinnerungsgeschenk zu überreichen.« Bei diesen Worten trat Kalarama nahe an den vor Verwunderung fast zurückweichenden Edmund heran. »Der Stein, den ich in meinem Turban trage, hat Ihnen immer sehr gefallen, glaube ich,« sagte er lächelnd und neigte seinen Kopf ein wenig, damit Edmund sich bequem den Diamanten ansehen könne. »Der Schlangenstein! Ja gewiss, Exzellenz, der Stein ist schön, sehr schön!« »Nur schön?« fragte Kalarama. »Verzeihen Sie, ich hatte den Eindruck gehabt, daß er Sie auf weit tiefere, fast geheimnisvolle Weise fesselte.« »Wenn ich Ihnen so anblicke wie jetzt?« »O Exzellenz, Sie irren sich nicht!« rief Professor Eichstätt. »Ist es doch kaum eine Stunde her, daß Sir Edmund mir eben in diesem Sinne von dem Schlangenstein sprach.« »Ja, ich kann es nicht leugnen,« gab Edmund zögernd zu. »Ich weiß selber nicht, was mich oft so seltsam berührte, wenn der Glanz seiner Facetten mein Auge traf. Jetzt, wo ich durch ihr freundliches Entgegenkommen, Exzellenz, so ruhig und genau den Stein anblicken kann, sehe ich eben nur einen selten schönen Diamanten.« Kalarama lachte leise, wie in sich hinein. »Hm, dann ist es gut, daß ich mich doch schließlich für ein anderes Geschenk entschlossen habe.« Er wandte sich an einen der beiden Diener, die an dem Türpfosten stehen geblieben waren, jeder einen verhüllten Gegenstand in den Händen haltend. Der Diener näherte sich mit tiefer Verbeugung und setzte einen kleinen, reich gearbeiteten Silberschrein auf den Tisch vor dem verwunderten Edmund hin. »Eine wundervolle Arbeit, Exzellenz, gewiß ein sehr altes Stück,« murmelte der noch immer etwas verwirrte Engländer. »Oh, die Innenseite ist die Hauptsache, Sahib,« entgegnete Kalarama und reichte ihm ein zierliches Schlüsselchen. Edmund öffnete den Schrein. Kaum aber hatte er den Deckel zurückgeschlagen, als er mit einem halberstickten Schrei zurücktrat. »Der Blick des fremden Yogi,« murmelte er. Arthur und der Professor hätten in ihrem Eifer fast die Stirnen zusammengestoßen, um zu sehen, was für ein Wunderding der Schrein barg. Die Innenseite war mit weißer Seide ausgeschlagen, und darauf lag ein großer, gelblich-grüner Stein, ein Zwillingsbruder, wie es schien, dessen, der im Turban des Ministers leuchtete. Wie alle alten indischen Steine war er nicht in Facetten, sondern flach geschliffen. Wenn ihm aber dadurch auch das lebendige, unendlich reflektierte Strahlenspiel der auf europäische Weise bearbeiteten Diamanten entging, so war das stetige, intensive Leuchten seiner mystischen, goldig-grünen Substanz umso machtvoller. Statt des Flächenschimmers lauter geheimnisvoller Glanz der Tiefe, statt spielender Geistreichheit schauende Weisheit. Wahrlich, rief Professor Eichstätt, jetzt verstehe ich das alte Sankhia-Wort, gleich wie etwa ein Juwel, ein Edelstein von reinem Wasser, achteckig, wohlbearbeitet, auf Lichter Decke liegend, leuchtet und funkelt und strahlt, ebenso glänzend ist die Seele, wenn sie nach dem Tode genesen ist. Das ist der höchste Glanz, über den es keinen größeren und helleren gibt. Hohe Priester des Sanskrit-Tempels, sprach Kalarama mit wohlwollendem Lächeln. Ihr habt aus der Schatzkammer eurer Gelehrsamkeit keinen geringeren Edelstein hervorgesucht, als ich aus dem meinen, und die beiden spiegeln ihren Glanz aufs Schönste ineinander wieder. Dann wandte er sich heiter lachend an Edmund, Verzeihen Sie, Sahib, daß ich mir diesen kleinen Scherz erlaubte und sie so auf die Probe stellte. Sie haben dieselbe glänzend bestanden und sich in der Tat als Kenner gezeigt, als sie den echten Schlangenstein mit solcher Sicherheit erkannten. Mit Ausnahme von mir selber wüßte ich in der Tat keinen, der imstande wäre, dies bei Tageslicht zu tun. Denn im Dunkeln ist es eine leichte Sache, da der Schlangenstein dann ein schwaches Leuchten von sich ausstrahlt, das jetzt freilich nur der Rest von vergangener Herrlichkeit ist, wie er denn in der Tat im grauen Altertum auch noch andere köstliche Eigenschaften besessen haben soll. Die Sage von diesen sowie auch von dem Vorgang, wodurch diese beiden Steine an demselben Tag in den Besitz meines berühmtesten Ahnherren kamen, ist noch erhalten. Und Sie, mein lieber Professor, werden dieselbe in einem Manuskript finden, das ich als Geschenk für Sie mitgebracht habe, da ich weiß, daß alte Legenden Ihnen teurer sind als alte Steine. Oh, Exzellenz, stammelte Professor Eichstätt ganz überwältigt. Freilich ist es für Sie kein Abschiedsgeschenk, denn Sie bleiben ja jedenfalls hier, wenn auch Sir Trevelyan sich entschließen sollte, nach Afghanistan zu gehen. Das Manuskriptkästchen möchte ich aber am liebsten mit Ihnen in Ihrem eigenen Studierzimmer öffnen, Herr Professor, wenn Sie mich dahin führen wollen. Edmund, der noch immer im Anblick des wunderbaren Steines verloren war, wurde bei diesen Worten aufmerksam und kam plötzlich zum Bewusstsein der seltsamen Situation, in die er durch dies Geschenk versetzt wurde. Aber Exzellenz, sagte er, als Kalarama schon eine Bewegung machte, um sich zu verabschieden, ich kann ja unmöglich ein solches Geschenk annehmen, dieser Stein ist, auch ledig aller Wunderkräfte, ein Vermögen wert. Und für mich, Sahib, antwortete Kalarama, ist ein Vermögen nichts wert. Ich bin, wie Sie wissen, reich, aber bald, sehr bald, werde ich reicher sein, als Sie sich wohl vorstellen können. Dieser Stein sollte, meine ich, dem gehören, für den er den größten Wert hat, und das sind offenbar Sie. Nein, keinen Abschlag, Sahib, ich bitte Sie, und auch keinen anderen Dank, als dass Sie morgen Abend beim Gartenfest des Raja, mir die Freude machen, sich mit dem Schlangenstein zu schmücken. Auf Wiedersehen dort, Sahib. Edmund wollte noch eine Einwendung machen, zögerte aber, bis es zu spät war und der Minister sich schon mit dem Professor der Tür zuwandte, die sein Diener aufmachte. Da schien er sich plötzlich anders zu besinnen. Ach, Exzellenz, bitte, sagte er, einen Schritt vortretend, nur noch ein paar Worte. Mit einem erstaunt fragenden Blick wandte sich Kalarama an ihn. Eure Exzellenz haben mich durch dies großmütige und so überaus prächtige Geschenk, bei dem ich wahrlich noch nicht weiß, ob und wie ich es empfangen darf, durch diese märchenhafte Überraschung, die eben nur ein Kalarama einem bereiten könnte, haben Exzellenz mich so außer Fassung gebracht, dass ich gänzlich einer kleinen privaten Angelegenheit vergaß, die mich noch heute in ihren Palast geführt hätte, wenn Eure Exzellenz mir nicht zuvor gekommen wären. Sie ist vielleicht nicht von großer Wichtigkeit, aber ich möchte sie doch am liebsten nur in Gegenwart meines Vätters und Sekretärs mit Ihnen besprechen, Exzellenz. Der Ausdruck Arthurs zeigte hinlänglich, daß er nicht eingeweiht sei. Seine Verwunderung war erkennbar. Ganz wie Sie wünschen, Sahib. Verehrter Professor, Sie werden mich so lange entschuldigen. Ich suche Sie alsbald in Ihrem trauten Studierzimmer auf, um Ihnen mein bescheidenes Geschenk einzuhändigen. Ende von Abschnitt 6 Abschnitt 7 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Erstes Buch Kapitel 7 Der Romal Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Sir Trevelyan, sagte Kalarama, sobald die Tür sich hinter dem Professor geschlossen hatte. Er lehnte aber mit einer leichten Handbewegung ab, wieder Platz zu nehmen, und gab durch seine ganze Haltung trotz aller Verbindlichkeit deutlich genug zu erkennen, der Sahib möge sich kurzfassen und nur Wichtiges berühren. Obwohl Edmund kaum umhin konnte, diese Zeichen zu bemerken und richtig zu deuten, schienen sie auf den unverfrorenen Engländer nur wenig Eindruck zu machen. Die Frage, fing er im unbefangensten Ton an, Um deren Willen ich so frei bin, Eure Exzellenz ein wenig zurückzuhalten, betrifft die Tags. Wir stehen ja heute im Zeichen dieser sehr interessanten indischen Ritter des Mondes und der freien Straße. The Daily Gazette war voll von den dreißig, die kürzlich in Saugor gehängt wurden. Sie legten sich selbst den Strick um den Hals und sprangen vom Gerüst herab, um nur ja nicht von einem Paria berührt zu werden und mit Einbuße ihrer Kastenreinheit ins Jenseits zu gehen. Ist das nicht bewundernswert? Sich zu denken, dass es professionelle Mörder zu Tausenden gibt, die in einer Brüderschaft organisiert sind, durch mysteriöse Riten verbunden, eine geheime Sprache, nur ihnen verständlich sprechend, Überall, in allen Ständen verteilt, und dabei so eingeweiht, dass, wenn ein Tag aus Himalaya und einer vom Kap Komorin sich begegnen, sie sich beim ersten Blick als die Würger Kalis erkennen. Oder übertreibe ich? Mir scheint, es geht aus diesem letzten Prozess deutlich hervor. Das ist in der Tat so, Sahib. Und ich sage Ihnen, Exzellenz, man würde das in England für ein Märchen halten. In England, wo ich, Gott sei Dank, nicht mehr bin. Mein ganzes Wesen zittert vor freudiger Erregung darüber, in einem Wunderland zu sein, wo es noch solche Abenteuer gibt. Ich will nicht sagen, dass die Tagsgrade die lobenswerteste Seite Indiens sind. Oh, vom Standpunkt der Behörde freilich nicht. Aber Sie wissen, Exzellenz, dass ich ein Stück von einem Poeten bin, und Sie können sich denken, dass diese Sache meine Fantasie aufs Lebhafteste erregt. Ich sehe da einen kapitalen Vorwurf für ein Gedicht à la Thomas More, noch besser vielleicht à la Southie. Hey, Arthur, das soll mich berühmt machen. Und an wen könnte ich mich nun besser wenden als an Eure Exzellenz, an den Regenten eines unabhängigen Staates? Sie haben gewiß reiche Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln können, und Sie werden mir dieselben nicht vorenthalten? Nicht wahr? Es sind doch tags hier. Ein flüchtiger Blick genügte, um zu sehen, dass der Minister es seiner Würde nur wenig angemessen finde, wegen einer literarischen Liebhaberei aufgehalten zu werden, und nur einen sehr, sehr flüchtigen Blick erlaubte sich Arthur auf Kalarama zu werfen. Er schämte sich ein klein wenig, weil sein Vetter die gegenseitige Stellung so unweltmännisch vergaß. Etwas Eigentümliches im Stimmklang bei der letzten Frage veranlasste ihn aber, Edmund anzusehen. Ein lauerndes Licht im Blick, ein, wie ihm schien, fast humoristisches Zittern der unteren Gesichtsmuskeln, ließ ihn stutzen und machte ihn neugierig, was wohlkommen würde. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, antwortete Kalarama. Aber die Tags haben sich seit langer Zeit hier nicht mehr bemerkbar gemacht. Was aber Ihre Sprache betrifft, die Sie soeben erwähnten, so gehört ein Wörterbuch darüber zu den seltensten Schätzen meiner Bibliothek, und ich stelle Ihnen dasselbe sehr gerne zur Verfügung. Da bin ich Ihnen unendlich verpflichtet, Exzellenz. Aber freilich, es ist hart, sich mit Büchern begnügen zu müssen, wo einen das frische Leben selbst inspirierend umgeben sollte. Der Dichter der Tags in Indien, und gerade an einer Stelle, wo keine Tags sind, oh weh, da muß ich ja doch meine Koffer packen. Denn Sie wissen, Exzellenz, einem Künstler geht sein Werk über alles. Aber wirklich, es ist geradezu eine Schikane. In den britischen Besitzungen wimmeln sie nur so, ganze Wagenladungen werden wöchentlich zum Gericht in Saugur gebracht, und hier, im echten Indien, keine. Wirklich gar keine? Wiederum das lauernde Licht im Blick und das humoristische, wenn nicht gar spöttische Lächeln im Mundwinkel und Kinn, das jetzt auch dem Minister auffiel. Ich sage nicht, dass es keine Tags hier gibt, Sahib, sondern nur, dass Sie sich seit langer Zeit nicht bemerkbar gemacht haben. Vor sieben Jahren verschwand eine Gesellschaft von zwölf Personen, eine kleine Kaufmannskarawane, zwischen hier und Gvalior. Das war jedenfalls das Werk der Tags. Ob aber diesseits oder jenseits der Grenze, konnte nicht ermittelt werden. Und kein einziger entkam? Oh, es ist nicht die Art der Tags, jemand entkommen zu lassen, dessen hat sich wohl noch niemand rühmen können. Niemand? Wirklich? Das ist interessant, hochinteressant. Ich glaube sogar gelesen zu haben, dass die Gräber der Opfer oft gegraben sind, noch bevor sie erwürgt werden. Das ist wohl so. Jedenfalls ist der Gräber eine wichtige Person unter den Tags. Früher war das freilich anders, wenn man der Tradition Glauben schenken will. Denn man erzählt, dass sie ursprünglich gar nicht ihre Opfer begruben, sondern sie liegen ließen, wo sie erwürgt waren. Und ihre Göttin Kali, die auf dem Tiger reitet und mit einem Halsband von Totenköpfen geschmückt ist, kam dann und verzehrte die Leichen. Aber einst geschah es, dass ein junger, neugieriger Tag sich umsah und beim Mondlicht die schreckliche Kali mitten in ihrem Schmause erblickte, wie sie in jeder Hand einen Leichnam hielt, während ein Dritter ihr halbwegs zum Maule heraushing. Darob wurde die Göttin so erbost, dass sie schwur, die Erwürgten nimmermehr fressen zu wollen, bis sie sich erweichen ließ und ihren Dienern zum Einscharren der Toten einen ihrer Zähne gab. Vermutlich die Spitzachst, von der öfters in den Verhören die Rede ist? Ja, die Spitzachst ist ein Symbol jenes Vermächtnisses und jede Bande führt eine solche. Sie wird auf geheimnisvolle Weise angefertigt und ihre umständliche Weihe muss vor dem Beginn jeder Expedition wiederholt werden. Der Träger der Axt folgt dem Range nach unmittelbar auf den Anführer. Jeden Abend begräbt er sie im Lager an einem gesicherten Orte, und zwar mit der Spitze nach der Richtung, in die die Bande zu wandern beabsichtigt. Ist diese keine günstige, so wendet sich die Axt von selber und zeigt mit der Spitze, wo sie hingehen sollen. In früherer Zeit war übrigens der Gebrauch der, dass man die Axt in einen Brunnen warf, aus dem sie dann von selber in den Schoß des Trägers hinaufstieg. Ein Tag, den ich vor mehr als zwanzig Jahren verhörte, behauptete steif und fest, dies mit eigenen Augen gesehen zu haben, und zwar bei der ersten Expedition, die er als Erwachsener und Eingeweihter mitmachte. Denn sie werden ja schon als Knaben mitgenommen. Die Axt habe aber, meinte er, jene Kraft verloren, weil die tags Verbotenes Taten und Vorgeschriebenes vernachlässigten. Nur bei einigen Banden in Dekan, die Kalis Gebote genau befolgten, käme das noch vor. Jener Tag war weit davon entfernt, seine Mordtaten zu bereuen. Im Gegenteil, er sah sie als ein frommes Werk an. Nicht wir haben die Menschen getötet, sagte er mir, sondern die Göttin durch unsere Hand. Wir sind nichts als willenlose Werkzeuge der Devi. Sind nicht alle Berufsarten uns von der Vorsehung angewiesen? Gewiss, sagte ich, und mich hat die Vorsehung zum Richter gemacht. Nicht ich lasse dich hängen, sondern der Gerechtigkeitsgott durch meine Hand. Das wären so ein paar Einzelheiten aus meiner eigenen Erfahrung. Vielleicht sind sie für ihre poetischen Zwecke verwendbar. Oh, ganz gewiss, ich bin Ihnen unendlich dankbar, Exzellenz. Wusste ich doch, dass ich mich nicht vergebens an Sie wenden würde. Die aus dem Brunnen steigende Axt ist Kapital. Aber ebenso heilig wie die Spitz-Axt ist wohl das geweihte Tuch, womit das Opfer erwürgt wird? Ich gestehe, dass das mir ein ganz besonderes Interesse einflößt. Wie nennen Sie es doch gleich? Der Romal Ganz recht, der Romal, rief Edmund und notierte sich eifrig den Namen. Haben Sie vielleicht selbst einen solchen gesehen, Exzellenz? Einmal, ja. Es war ein einfaches, baumwollenes Tuch, etwa einen Fuß breit und vier lang. Gelb, es soll aber auch weiß sein können. Am einen Ende waren mit weißer Seide einige geheime Zeichen eingenäht, wahrscheinlich bei der Einweihung selber, die in ganz bestimmten Vollmondnächten unter Opferung einer schwarzen Ziege geschieht. Edmund kratzte schnell noch ein paar Worte aufs Papier und machte sein Notizbuch zu. Noch einmal meinen allerherzlichsten Dank, Exzellenz, für diese überaus wertvollen Enthüllungen. Und nun gestatten Sie mir nur, eine kleine, vielleicht nicht ungeziemende Zeremonie zu vollziehen und zugleich Ihnen ein zwar an Wert geringes, aber doch nicht uninteressantes Geschenk zu überreichen. Ich erinnere mich aus den Memoiren meines Großvaters, dass es wenigstens in den nördlichsten Teilen Indiens Sitte ist, dass, wenn ein Niederer sich einem Höheren nährt, er eine kleine, weiße, seidene Scherpe überreicht. Diese ist freilich nicht aus Seide, aber sie kann vielleicht hier Dienst tun. Er hatte aus seiner Brusttasche ein zusammengeknülltes Tuch genommen, das er jetzt mit beiden Händen auseinanderzog und dem Minister darbot. Arthur sprang mit einem unwillkürlichen Ausruf in die Höhe. Es war ein schmales, langes, baumwollenes Tuch von weißer Farbe. An einem Ende, das über die Hand Edmonds herabhing, waren mit gelber Seide einige mystische Zeichen eingenäht. Selbst die orientalische Ruhe Kalaramas erlitt eine vorübergehende Erschütterung. Ja, sagte er, nachdem er aufmerksam die Zeichen betrachtet hatte. Das ist ein Romal, kein Zweifel. Darf ich fragen, wie Sie zu diesem seltenen Stück gekommen sind? Mit dem besten Recht von der Welt, Exzellenz, denn es war offenbar für meinen Hals bestimmt. Ich weiß nicht, ob unser schöner Brummel eine solche Halsbinde nach seinem Geschmack gefunden hätte, obwohl sie groß genug ist und den Vorteil hat, dass man keine zweite braucht. Diese scherzhafte Bemerkung war für Arthur bestimmt, denn es war kaum anzunehmen, dass der Ruhm des englischen Stutzers und seiner Halstücher bis zu Kalarama gedrungen sei. Aber die Vorstellung, dass sein Vetter nur mit knapper Not diesen mysteriösen Mördern entkommen sei, brachte Arthur zu sehr außer Fassung, als dass er auch nur das schwächste Lächeln übrig gehabt hätte. Zum großen Ärger Edmonds, der nicht gerne, was er für einen hübschen Witz hielt, unter den Tisch fallen sah. So sollte ich also wirklich jemand vor mir sehen, der sich rühmen kann, in den Händen der Tagsgewesen und ihnen entkommen zu sein, »Sogar eine solche Trophäe mitbringend?« fragte Kalarama. »Nicht ganz in ihren Händen, aber doch so ziemlich. Wenn eure Exzellenz Platz nehmen wollen, werde ich ihnen den Vorgang genau beschreiben.« »Ja, da bitte ich sehr darum,« sagte der Minister und setzte sich. Seine feingeschnittenen, schmalen Lippen waren fest zusammengepresst. Der Blick seiner dunklen Augen war gespannt. Es war offenbar, dass dies Auftauchen der Tags, woran die entschiedenen Äußerungen des Engländers ihn kaum mehr zweifeln ließen, ihn überaus peinlich berühre, und dass er entschlossen sei, den Frevel streng zu bestrafen, wenn es möglich wäre, die Täter aufzuspüren. Exzellenz kennen gewiss die kleine Tempelruine, die ziemlich hoch oben jenseits des Nulla. Ein alter Krishna-Schrein, gewiss. Nun, ich benützte heute einen Jagdausflug, der mich in diese Richtung führte, um mir das interessante Denkmal anzusehen. Allein, wie es ja einem Poeten unter Säulen geziemt. Auf dem Rückweg kam ich über eine kleine Hochebene, wo zwischen großen Steinblöcken nur graue Kapernsträucher, wilde Myrten und Aloen wuchsen. Kalarama nickte, die Stelle sei ihm wohl bekannt. Hier bemerkte ich, dass ich nicht so einsam sei, als ich es hätte wünschen können. Nackte, braune Gestalten huschten zu beiden Seiten, mit verdächtiger, katzenartiger Behändigkeit zwischen Steinen und Gebüsch dahin. Sie blieben unbeweglich verborgen, wenn ich stillstand, und wenn ich weiterging, waren sie wieder da. Ich bin nicht gerade ängstlich von Natur, aber der Gedanke schlug mich, dass diese Inder mir kaum hier als meine Leibwache folgten. Meine Büchse war gespannt. Ich überzeugte mich davon, dass Pistole und Dolch bei der Hand waren. Kalarama schüttelte den Kopf. Wenig hätten sie ihnen genützt. Allerdings, mir half etwas gänzlich Unerwartetes. Wie aus der Erde emporgeschossen, stand plötzlich ein Fremder, ein Inder, wenige Schritte vor mir. Zuerst glaubte ich, es sei der Häuptling dieser Bande. Er redete sie auch mit großer Mündigkeit an, aber heftig und zornig. Nicht in Hindi. Mehrmals hörte ich den Laut Botani. Den Geheimnamen der Tags für die Göttin Kali, erläuterte Kalarama. Aha, ich dachte mir so etwas. Nun, als er sie hinlänglich abgekanzelt hatte, schloss er mit einem fulminanten Satz und einer gebieterischen Handbewegung und die nackten Kerle stoben nach allen Seiten auseinander. Mein Retter redete mich, eine neue Überraschung, auf Englisch an und bot sich, mein Führer durch die Hügel-Jungeln zu sein, was ich natürlich mit vielen Danksagungen annahm. Wie wir aber weitergehen wollten, bemerkten wir an einem Aloe-Busch etwas Weißes. Es war jenes Tuch, das an einigen Dornen hängen geblieben war. Aber wie gewaltig muss die rätselhafte Wirkung dieser Persönlichkeit gewesen sein, wenn der Würger entweder gar nicht bemerkte, dass er seinen Romal verlor oder sich nicht einmal umwenden durfte, um ihn aufzuheben. Kalarama nickte nachdenklich. Ist es Ihnen aufgefallen, Sahib, dass, wenn der Würger schon den Romal in den Händen hatte und sonst wäre das Tuch nicht hängen geblieben, dann war es schon der allerletzte Moment? Der Fremde ist um keine Sekunde zu früh gekommen. Was war denn das für ein Mann und wie sah er aus? Ich würde ihn seiner Kleidung nach für einen wandernden Yogi halten und anders kann ich mir auch nicht seinen Einfluss auf die Tags erklären. Sie müssen ihn für einen Heiligen halten, sonst hätten Sie wohl uns beiden den Gar ausgemacht. Es sei denn, dass er selber ein hochgestellter Tag war und dass er ihren Leichtsinn beschimpfte, bei hellem, lichten Tage einen Engländer ermorden zu wollen, dessen Verschwinden in der ganzen Welt Aufsehen erregt hätte und der Sache Botanis gerade in diesem Augenblick sehr schädlich gewesen wäre. Er mag ihr Vorhaben so spät erfahren haben, dass er erst an Ort und Stelle die Tat hindern konnte. Das scheint mir sogar die wahrscheinlichste Erklärung zu sein. Edmund schüttelte den Kopf. Ich kann nicht glauben, dass er ein Tag sei. Professor Eichstätt gegenüber äußerte ich, er sehe aus wie eine Gestalt aus der Wederzeit, wie ein Yajnavalkya. Ich, der ich ihn gesehen habe, kann mir ganz gut vorstellen, dass seine Erscheinung auf so fantastische Gemüter, wie man sich die religiösen Würger wohl vorstellen darf, einen so überwältigenden Einfluß ausüben könne, wie den, der hier sicher eintrat. Niemand, der ihn gesehen, wird seiner je vergessen. Sie wecken meine Neugierde, Sahib. Wären Sie nicht imstande, uns sein Äußeres zu schildern? Schlecht genug, fürchte ich. Er war ziemlich, wenn auch nicht ganz, von ihrer Größe, Exzellenz. Dunkle Locken fielen ihm auf die Schulter hinunter, und der geteilte Bart in Verbindung mit den regelmäßigen Zügen verlieh ihm etwas von unserem Christustypus. Aber das Auffallendste war für mich der Blick seiner tiefliegenden Augen. Vielleicht hat er wie ein Tierbändiger lediglich durch diesen Blick die Tags bezähmt. Mich würde das nicht wundern. Kennen Exzellenz vielleicht jemand hier, auf den die Beschreibung passt? Es kann kein Hiesiger sein. Kalarama schüttelte den Kopf, aber ein ganz schwaches Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Arthur hatte dieses Lächeln sich dort wie ein plötzliches Licht zünden sehen, in dem Augenblick, als sein Vetter das rettende Erscheinen des Fremden erwähnte, und hatte bemerkt, wie sein Glanz sich während der Schilderung mehr und mehr über das Gesicht des greisen Ministers verbreitete, um dann in diesen Schlupfwinkel zurückzukehren, wo es fortfuhr, seinen Funken glimmen zu lassen. Ich möchte darauf wetten, dachte er, dass Kalarama ganz genau weiß, wer jener Fremde ist, der kein Hiesiger sein kann. Wie schlau der Alte der Frage auswich. Und nicht nur das, aus irgendeinem Grunde ist sein unerwartetes Auftauchen ihm höchst willkommen, ganz abgesehen von der Rettung Edmonds. In dieser Sache ist ein Punkt, sagte Kalarama und blickte von dem Romal auf, mit dem seine Finger spielten, ein Punkt, der mir ganz unerklärlich bleibt und der für mich und meine Aufgabe von höchster Wichtigkeit ist. Es ist folgender. Die Tags sind Räuber. Sie sind religiöse Raubtiere, vor allem aber Raubtiere. Das mag mit ein Grund sein, warum fast ausschließlich Inder ihnen zum Opfer fallen. Insofern nämlich, als nur Inder mit vielen Gütern umherreisen. Ein anderer Grund ist zweifelsohne der, daß sie das Aufsehen fürchten, welches das Verschwinden eines Europäers erweckt. Nun hätten sie also gegen die Tags doppelt gefeit sein müssen. Einmal als Europäer und dann als einer, der keine Beute verspricht. Denn man wird sie nicht in Verdacht haben, auf der Jagd große Schätze bei sich zu haben. Es muss also ein ganz anderes Motiv dahinter stecken. Und zwar ein sehr starkes, um jene Scheu vor dem Europäer zu überwinden. Das Raubtier im Tag kann es nicht sein. Kann es der religiöse Fanatiker sein? Ist es möglich, Sahib, daß sie auf irgendeine Weise, etwa beim Besuch des Kali-Tempels, gegen religiöse Vorurteile, haben verstoßen können? Ich glaube nicht, Exzellenz. Allerdings war ich im Kali-Tempel. Es mag ja sein, daß ich angesichts ihrer scheußlichen Majestät nicht hinlänglich erschüttert aussah, aber sonst bin ich mir keiner Profanation bewusst. Kalarama wies kopfschüttelnd eine solche Erklärung ab. Oder haben Sie sich hier irgendeine private Feindschaft zugezogen? Wenn der Betreffende ein Tag wäre, würde das die Sache erklären. Ich wüßte nicht, Exzellenz. Dann muß es wohl doch eher die Göttin sein, deren Zorn ich geweckt habe. Mit dem grübelnden Verstand kommen wir hier nicht weiter, sagte Kalarama. Aber wir haben ja glücklicherweise einen anderen Weg, da uns der Zufall das heilige Werkzeug selbst in die Hand gegeben hat. Es sollte mich Wunder nehmen, wenn wir nicht mittels des Romals noch in dieser Nacht des Täters habhaft würden. Freilich dürfen wir aber auch keine Zeit mehr verlieren. Kalarama erhob sich und führte seine linke Hand an die Stirn. Also, Sahib, ich wünsche Ihnen nach diesem bewegten Tag einen recht angenehmen Abend. Und noch ein Zug, der mir für Ihre Tagdichtung einfällt. Die Treue der Tagfrauen ist sprichwörtlich in ganz Indien. Mancher Raja könnte in dieser Beziehung jeden Tag beneiden. Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Gellerup Erstes Buch Kapitel 8 Das Manuskript In den Vorsaal hinaustretend fand Kalarama seine Leute und bei ihnen Professor Eichstätt, der sie's nicht wollte nehmen lassen, selbst den Minister in sein Zimmer zu führen. Die ziemlich lange Wartezeit füllte der Professor durch ein Gespräch mit Kalaramas Sekretär aus, einem jungen, intelligenten Inder, den er freilich nicht so befestigt in der orthodoxen Vedanta-Philosophie fand, wie er es hätte wünschen können. Der Professor bestrebte sich eifrig, dem jungen Manne die Überlegenheit des ehrwürdigen Chankara über alle seine Widersacher darzutun und ihm einzuschärfen, den so wichtigen Unterschied zwischen der exoterischen und der esoterischen Betrachtungsweise oder wie Chankara es nennt, Aparavidya und Paravidya der niederen und der höheren Wissenschaft ja nicht aus den Augen zu verlieren, sondern überall an der Letzteren in ihrer ungetrübten Wahrheit festzuhalten und die buchstäbliche Schriftauffassung solcher Stellen, die von einem persönlichen Gott sprechen, den langsamen Geistern, wie Chankara sie nennt, zu überlassen. Der junge Brahmane lauschte seinen bereten Worten mit höflichster Andacht in Miene und Haltung, während er sich mit Entsetzen überlegte, wie viele Waschungen er unternehmen und wie viele Sprüche er hersagen müsse, um nach diesen Berührungen seitens eines Chudra seine Kastenreinheit wiederzugewinnen. Denn in seinem Eifer ergriff der Indologe mehrmals die kleine braune Hand des Hindu, um sie zwischen seinen großen, roten, mit väterlicher Zärtlichkeit zu drücken. Der Angst des solchermaßen gefährdeten jungen Brahmanen und der begeisterten Beretsamkeit des deutschen Gelehrten machte das Erscheinen des Ministers ein Ende. Er winkte den Sekretär an sich heran, zeigte ihm den Romal und setzte ihn durch ein paar bündige Sätze vollkommen in die Situation hinein, so vollkommen in der Tat, dass ein grauer Schatten über die helle Bronzefarbe seines Gesichtes fiel. Dass die Tags in der Nähe der Stadt am hellen Tag sich gezeigt hatten, war eine Neuigkeit, die seine Knie unter ihm schlottern ließ. Indessen antwortete er verneinend auf die ziemlich scharfe Frage Kalaramas, ob ihm etwas fehle, und nahm mit gespanntester Aufmerksamkeit die Befehle entgegen. Er solle sofort mit dem Romal zum Polizeimeister gehen. Einige auserlesene Leute und als wichtigstes Mitglied der Expedition, der beste Spürhund aus dem Jagdkoppel des Raja, müssten so schnell wie möglich aufbrechen, um an Ort und Stelle die Spur aufzunehmen. Kalarama zeigte ihm, wie der Rand der Scherpel an einer Stelle etwas zerrissen war, offenbar von den Aloe-Dornen. An diesen müssten also noch einige Fäden hängen, so dass man den Hund mit der Schnauze auf die Fährte setzen könne. Nach menschlicher Berechnung, fügte Kalarama hinzu, ist dann das Schicksal des Besitzers des Romals besiegelt, und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Kali einen Diener beschützen will, der sein heiliges Tuch im Stich gelassen hat. Die Leute mit dem Hunde müssen ihn aufjagen, wenn sie ihm auch bis in den Himalaya zu folgen haben. Du aber kehrst sofort zurück und stattest mir Bericht ab. Schicke mir das Boot her, denn ich will auf dem Wasserwege nach Hause zurückkehren, um die Abendkühle zu genießen. Damit verabschiedete er den Sekretär und wandte sich an Professor Eichstätt mit einer Entschuldigung, weil er ihn wegen dringender Regierungsgeschäfte habe warten lassen und mit der freundlichen Bitte, ihn nunmehr in sein gelehrtes Asyl geleiten zu wollen. Das Zimmer, in das der Indologe und Kalarama am Ende des Korridors eintraten, lag nach der entgegengesetzten Himmelsrichtung. Es war dunkler und weniger heiß als das Gartenzimmer, aber auch luftloser, und die Luft, die da war, hatte sich längst mit geleerten Staub völlig gesättigt. Bücher aller Art standen und lagen nicht nur auf den Regalen, sondern so ziemlich überall, wo etwas stehen und liegen konnte. Kaum aufgeschnittene Broschüren, die nach Druckerschwärze und eingebundene Bücher, die nach Leimrochen, alte, stockfleckige Folianten, schimmelige Pergamente, offenbar Aktenstücke aus der Mogul-Periode, und große Kartenrollen mit sorgfältig gezeichneten Abbildungen von Felseninschriften, alle hauchten sie je ihren charakteristischen Beitrag zur Bibliothek-Atmosphäre aus. Aber zwei Noten entschiedener orientalischer Natur hoben sich pikant in dieser Duft-Symphonie hervor. Der mumienartige Geruch der Palmblatt- Manuskripte und der beklemmende, süßliche Duft des Sandelholzes, das bald in Kästchen verarbeitet, allerlei Dokumente umschloss, bald als einfache Bretterstücke jenen Palmblattschriften anstatt des Einbandes dienten. Der ruhende Orgelpunkt, ein Residuum alten Tabak- Qualmes, war allerdings unzweifelhaft okzidentalischer Klangfarbe und in der Tat bezeugten einige langrührige Pfeifen mit Porzellanköpfen, die in den Ecken lehnten, dass Professor Eichstätt noch immer seinen Studentengewohnheiten frönte. Wie denn auch ein kostbar ausgestatteter Nargile, alias Hubblebubble, der offenbar nur als Zimmerschmuck auf einem Seitentische stand, bekundete, dass diese unter dem indischen Himmel entschieden stilgerechtere Form des Tabakgenusses dem Indologen nicht mundete. Als sie hineintraten, schien das Zimmer leer zu sein. Die beiden Anwesenden boten sich nicht dem ersten Blicke dar. In einer Ecke, wo einmal eine Schlange oder eine Ratte sich aufgehalten haben mochte, schnupperte Garuda herum. Mutmaßlich konnte seine Herrin nicht fern sein. Sie lag in der Tat auf einer niedrigen Bambusbank, kopfüber in einen Folianten gestützt. Dies Werk, das sie mit einem Eifer studierte, der jedem Skolar Ehre gemacht hätte, war das verachtetste in der ganzen Bibliothek, der Chandala im Reiche der Bücher, also das Hindostani Lexikon. Freilich war der Zweck, den Amanda mit diesem Studium verfolgte, kein wissenschaftlicher. Sie hatte aus dem Gespräch zwischen Chandrasingh und seinem Vertrauten drei oder vier Wörter herausgehört und hoffte, wenn sie ihre Bedeutung feststellen könnte, dadurch vielleicht einer sehr wichtigen Sache auf die Spur zu kommen. Aber ihre Bemühungen waren bis jetzt vergebens gewesen und mussten es auch bleiben, konnte sie doch nicht ahnen, dass sie diese Wörter in einem noch verächtlicheren Lexikon hätte suchen müssen, in dem des Ramassi, der Geheimsprache der Tags, das allerdings noch nicht aus der Bibliothek des Ministers in die des Professors hinüber gewandert war. Das Hereintreten des Vaters vermochte noch nicht, das Mädchen in ihrer Untersuchung zu stören. Als sie aber hörte, wie er Entschuldigungen hervorstammelte, weil Exzellenz das Zimmer in einer so schrecklichen Unordnung vorfände, fuhr sie erschrocken in die Höhe. Eilig strich sie sich einige Haare, die sich aus der sorgfältigen Frisur gelockert hatten, aus dem Gesicht, glättete, so gut es ging, die nicht vorschriftsmäßigen Falten, welche das Kleid sich angeeignet hatte, und starrte mit hilfloser Reue auf einen verdächtigen Schatten vorne an der weißen seidenen Bluse. Denn sie war im vollkommensten Dress angezogen für den bevorstehenden Besuch bei der Rani. Freilich war sie in mehr als guter Zeit fertig, aber sie hatte die Stunde ausnützen wollen, wo Edmund, wie sie von ihrem Mädchen hörte, einen Besuch vom Minister hatte, und sie ihn also doch nicht sprechen konnte. Da sie jedenfalls ihre beabsichtigte Warnung vor der Fahrt nach dem Palast an ihn richten wollte, mochte sie nicht durch die leidige Operation des Angekleidet Werdens sich verhindert sehen, einen vielleicht einzig sich darbietenden günstigen Moment im Fluge zu erhaschen. Allerdings war nun das zarte Kleid nicht gerade für intime Beschäftigung im Studierzimmer des Vaters geeignet und die Körperstellung in der sie sich während der letzten Viertelstunde befunden hatte, war weder im Stil mit ihrem äußeren Menschen noch war sie demselben förderlich gewesen. Aber derartige scharfe Konflikte zwischen Ausstaffierung und Betragen kamen bei Amandas Temperament nicht gerade selten vor. Wiewohl sie sich regelmäßig, wenn sie sich dessen bewusst wurde, was nicht immer geschah, furchtbar darüber schämte. Hier hatte sie nun doppelten Grund dazu, daß auch gerade ein orientalischer Minister sie so antreffen müsse. Ihr Gesicht, das schon durch die Stellung und das erregte Suchen nicht gerade eine gleichmäßige orientalische Blässe angenommen hatte, glühte doppelt von den aufsteigenden Blutwellen der Verlegenheit, als sie sich vor diesem Minister tief verneigte. Mit dem Bewusstsein, daß er, der, wie sie aus den Worten ihres Vaters entnommen, ein Bewunderer der Rani war, sie jetzt ganz besonders schrecklich finden müsse. Das schien indessen nicht der Fall zu sein, oder er müßte sich als völliger alter Hofmann sehr gut verstellen können, so gut in der Tat, daß man darauf hätte schwören mögen, der Greise Inder fände fände die Germanen-Jungfrau in diesem Zustand tiefster Verwirrung besonders liebreizend. Wenn Kalarama auch immer Amanda mit ausgesprochenem Wohlwollen, ja mit Zärtlichkeit begegnete, so war sein Wesen doch von einer eigenen Herzlichkeit geprägt, als er nun ihre Hände zwischen den Seinen drückte und bezeugte, wie froh er darüber sei, daß sie offenbar das indische Klima so gut vertrüge, worauf er Hultreich den Gelehrten wegen der Unordnung des Studierzimmers beruhigte. Der Professor Sahib möge ihn hier doch nicht als den Minister, sondern als den Skolar betrachten. Ei, was ist denn das für ein herrliches Stück? fragte Amanda, die jetzt einen kunstvoll geschnitzten, elfenbeinernen Schrein entdeckte, den Kalaramas Diener mitten auf den Tisch gestellt hatte. Ja, das glaube ich, daß du danach fragst, rief der Vater seelenvergnügt, und doch ist dieses Wunderwerk nur eine Hülle für etwas viel kostbareres. Denke dir, seine Exzellenz hat mir ein Manuskript geschenkt, das eine uralte Sage aus der Familienchronik seines Hauses enthält. Wenn ihnen nur das Manuskript keine Enttäuschung bereitet, mein lieber Professor Sahib, sagte Kalarama mit dem ihm eigentümlichen, launigen Lächeln, indem er dem Indologen den kleinen Schlüssel überreichte. Mit einer vor Erregung zitternden Hand öffnete Professor Eichstätt den Schrein. Das Manuskript, das er herausnahm, war freilich nicht, wie er erwartet hatte, ein Palmblattstoß. Es war auf starkem englischem Postpapier mit geduldiger Hand jeder Buchstabe wie gestochen in englischer Sprache geschrieben. Aber, aber Exzellenz, das ist ja Ihre eigene Handschrift. Ich gestehe meine Schuld. Allerdings habe ich diese alte Familientradition selbst niedergeschrieben. Und zwar auf Englisch, als eine gute Übung für meine Musestunden. Doch habe ich nichts erfunden, ja, kaum einen Zug hinzugefügt, der nicht schon in unseren alten Niederschriften von dieser Tradition sich findet. Nur die Darstellungsart dürfte von dem Geiste der abendländischen Sprache etwas angehaucht worden sein. Aber das ist ja noch interessanter. Eine Handschrift, ja, ein geistiges Produkt Kalaramas. Wer kann sich eines solchen Besitztums rühmen? Wie soll ich eurer Exzellenz für eine solche beispiellose Auszeichnung danken? stammelte der Indologe, dem es schwer genug fiel, seine Enttäuschung über dieses Quid Pro Quo ganz zu verbergen. Durch Nachsicht, mein lieber Professor und meine liebe Mem Sahib, der ich sogar zutraue, eine noch strengere Richterin in solchen Sachen zu sein als der Professor selbst. Amanda schlug vor dem neckischen Blick ihres Vaters die Augen verschämt nieder. »Aha«, lachte der Indologe, »man sollte wahrlich glauben, daß seine Exzellenz zugehört hätte, wie du vorhin die Gedichte Sir Edmonds verrissen hast. Aber wenn ich den Geschmack meiner Tochter recht kenne, werden Exzellenz sich durch ihre Autorschaft kaum irgendeinen Tadel von den Lippen meiner Amanda zuziehen können. Nun, dann wäre ich gar nicht abgeneigt, sofort die Probe zu machen und ihnen etwas davon vorzulesen, sagte Kalarama, indem er sich verbeugte und den ersten Bogen des Manuskriptes zur Hand nahm. Freudig bedankten Vater und Tochter sich für das unerwartete Anerbieten und nahmen erwartungsvoll auf der Bank Platz. Amanda mit etwas mehr literarischer Erwartung denn es wollte sie bedünken, als ob Kalarama nicht etwa einer plötzlich auftauchenden Lust, seine eigene Sache vorzutragen, nachgäbe, sondern vielmehr eine ganz bestimmte Absicht verfolge, die es ihm wünschenswert erscheinen ließ, dass sie beide so bald wie möglich mit dem Inhalt dieses Manuskriptes bekannt würden. Zurückgelehnt in den Bambussessel fing Kalarama an mit seiner klaren vollen Stimme seine Niederschrift der Schlangensteinsage vorzulesen. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch Neuntes Kapitel Der Schlangenstein Erstes Hauptstück Teil 1 Etwa anderthalb Jahrhunderte nach dem Nirvana des Vollendeten, welchem damals auch schon die Lehre des Buddha zu leuchten angefangen hatte, ein junger gerechter Fürst namens Narada. Er war der Lehre zugetan, ein Hörer des Wortes, ein Beschützer des Ordens. Gleich jenem großen Herrscher, der bald danach ganz Indien unter seinem segensverbreitenden Zepter vereinigte, dem ewig ehrwürdigen Kaiser Ahsoka, kannte er kein vornehmeres Geschäft, als für das Wohl der Wesen zu sorgen. So wenig aber ist diese Welt eine Stätte des Friedens, dass auch dieser milde, friedliebende Fürst sich genötigt sah, einen langen und blutigen Krieg zu führen. Im Norden des Reiches, in dem an das Gebirge grenzenden Hügelland, waren die Bewohner stets den Einfällen aus den Waldbergen ausgesetzt, wo die schwarze Haut noch unbezwungen hauste. Die Wilden, die wie Affen in den Bäumen und wie Schlangen in den Höhlen wohnten, trieben den Unsrigen das Vieh weg, besonders aber raubten sie Kinder, um sie bei ihrem scheußlichen Götzendienste zu opfern. Nun geschah es einmal, dass der Fürst die kühlen Nachmittagsstunden in seinem Lustpark Mahimzasa hatte er sich in dem tiefen Schatten eines mächtigen hundertstämmigen Feigenbaums gelagert und lauschte der frommen und gelehrten Nonne Isidasi, die eine Rede des Erhabenen rezitierte. Da wurde diese erbauliche Unterhaltung von einer ärmlich gekleideten Frau unterbrochen, die zwei Kinder an der Hand führend plötzlich vor dem Fürsten erschien und sich ihm zu Füßen warf. Denn Nerada hatte befohlen, dass Bittsuchende zu jeder Zeit bei ihm Vortritt haben sollten. Erhabener König, rief sie, beschütze du diese unschuldigen Kinder. Ich bin weit gewandert, um sie in Sicherheit zu bringen, von den nördlichen Gauen komme ich her, und ich habe eine Forderung für deine Fürsorge für diese Kleinen. Denn ihren Bruder haben die Affensprossen geraubt, um ihnen ihrem schrecklichen Gott zu opfern, und du hast es nicht verhindert. Ob solcher dreisten Worte, die sogar einen Verweis enthielten, entsetzten sich die ringsumstehenden Höflinge. Der Fürst aber ließ die Frau alles genau berichten, und unter strömenden Tränen erzählte sie, wie die schwarze Haut einen Räuberzug gemacht hatte, Leute getötet, ein ganzes Dorf niedergebrannt, Viehherden davon getrieben, und nicht nur ihr Kind, sondern auch noch viele andere geraubt. Radar sich das Haar, zerriss sein Kleid und rief, weh mir, wie habe ich gesündigt, dass solche Gräuel in meinem Reich geschehen und ich es nicht hindern kann. Warum hast du mehr Land, als du verteidigen kannst, König, sagte das Weib, dass der Kummer jede Rücksicht, ja selbst alle Billigkeit vergessen ließ. Ein zorniges Murmeln der Hofleute erhob sich, und der Feldherr rief, Weib, wie kannst du so zu deinem König sprechen? Nein, Mahim Sasa, sagte Narada sanft, schild mir nicht die unglückliche Frau, denn sie tadelt mich mit Recht, wie ich jetzt fühle. Nun höret aber auch alle mein Gelübde. Nicht will ich eher wieder den beseligenden Worten des Erhabenen lauschen, die noch in unseren Ohren klangen, als diese Unglücksbotschaft kam, um Bevor ich nicht die schwarze Haut im Gebirge mir untertan gemacht habe, so dass Friede an der Nordgrenze wie an den anderen Grenzen herrscht und alle meine Untertanen völlige Sicherheit genießen. Nachdem Narada dies feierliche Gelübde abgelegt hatte, befahl er einem der Hofleute, für das Weib und ihre beiden Kinder zu sorgen und ließ den Heerführer sofort die nötigen Anstalten für den Feldzug treffen, den er selbst führen wollte. Während seiner Abwesenheit sollten die Regierungsangelegenheiten in den Händen Mahim Sasas, des greisen Feldherrn ruhen. Mahim Sasa verneigte sich tief. Möge doch der Liebling der Götter, mein edler Herr und König geruhen, seinen Diener auszuschicken, um jenes Räubervolk zu bezwingen. Nicht so, mein lieber Mahim Sasa, antwortete Narada, du stehst jetzt in deinem siebzigsten Lebensjahr und bedarfst der Ruhe, auf die du einen wohlverdienten Anspruch hast. Möge mein König mir geneigtes Gehör schenken, bat der Kreis mit eindringlicher Stimme und Miene, ich war der Diener deines Vaters und in seinem Dienste habe ich an die zwanzig siegreiche Feldzüge geführt, aber es ahnt mir, dass der Bevorstehende wegen der Unwegsamkeit des Waldgebirges und der wilden Art seiner Bewohner der schwierigste und gefährlichste wird. Nun darf aber ein guter König sich solchen unbekannten Gefahren nicht aussetzen, die weilen sein Leben zu kostbar ist. Ein Schlechter möge das immerhin tun, denn an ihm geht wenig verloren. Wie aber erst, wenn der Herrscher wie hier unersetzbar ist, sollte, was die Götter verhüten, meinem Herrn etwas zustoßen, dann würde dein Halbbruder, Prinz Ayatasuta, den Thron besteigen. Wir alle kennen seinen störrischen und wilden Charakter, der ihn zwar für den Krieg geeignet macht, besonders wenn er lernen könnte, Vorgesetzten zu gehorsamen und sich selbst zu bändigen, der ihn aber ebenso gewiss, wenn er auf dem Thron säße, zu einem Fluch für das Land machen würde, wie du ein Segen bist. Darum möge mein Herr und König, der Liebling der Götter, der Wohlfahrt seines Volkes gedenkend, seinen Diener Mahim Sasa ausschicken, um die schwarze Haut zu bezwingen, selber aber in seiner Hauptstadt bleiben und die vier Stände überwachen. Ein beifälliges Murmeln der Hofleute unterstützte diese Weise bitte. So ließ sich denn Narada überzeugen, zu bleiben und dem kreisen Feldherrn die Führung des Kriegszuges zu überlassen und schweren Herzens gab er nach. Jauchzen scharrten sich die Krieger um Mahim Sasa's Banner, das sie nicht mehr gehofft hatten, im Felde wehend zu erblicken und wenige Tage nachdem der Fürst jenes Wort gesprochen, nahm das Gebirge in den Schatten seiner Täler und schluchten die mutigen Scharen auf, um sie glücklicherweise gelichtet. Jene schwarzen Höhlenbewohner rühmten sich nicht eines göttlichen Wesens als Stammvater, wie es die Arier tun, sondern betrachteten sich selbst als Abkömmlinge der Affen und weder ihre Gesichtszüge noch ihre langen sehnigen Arme straften diesen seltsamen Ahnenstolz Lüge. Sie spannten den großen Bogen mit dem Fuß und vermochten den Pfeil quer durch den Leib eines Elefanten zu treiben. Im Krieg verwandten sie auch Pfeile, die statt einer Spitze ein halbmondförmiges Eisen trugen, womit sie dem Feinde einen Arm oder den Kopf glatt abschnitten und wenn sie angriffen war, ihr Geheul so furchtbar, dass im Anfange selbst die ältesten Kriegshilfen scheuten. Nie stellten sie sich zur Schlacht, sondern fochten aus dem Hinterhalt und leisteten zähen Widerstand in den Engen, die sie zuvor mit Baumstämmen und Steinen versperrt hatten und wo sie von oben ganze Felsstücke auf unsere Krieger hinabwälzten. So waren sie zwar keineswegs Helden, zeigten sich aber in ihren eigenen Umgebungen als noch furchtbarere Gegner, als es die berühmtesten Helden hätten sein können. Mahim Mahim Sasa machte unter solchen Umständen nur langsame, wenn auch stetige Fortschritte. Endlich erreichte er aber ihren Hauptort, der in einem mäßig breiten Talkessel lag. Die Stadt lehnte sich an die Felswände und war nach vorne durch eine mehr als mannshohe Mauer geschützt. Hier leistete der Feind hartnäckigen Widerstand und nachdem die Mauer erstürmt war, verteidigte er sich Schritt für Schritt zwischen den Steinhütten. Schon sank die Sonne zwischen glühenden Wetterwolken, die über dem Gebirgspass sich ballten, als die schwarze Haut endlich in den Winkel zusammengedrängt war, den die senkrechten Felswände bildeten. Hier bot sich nun den Unsrigen ein seltsamer Anblick. Denn gerade da, wo sich alles zusammenschloss, gähnte eine finstere Höhle und ein mächtiger, über sie hervorspringender Sandsteinblock war bis zur rohen Ähnlichkeit eines Tigerkopfes ausgehauen, dessen aufgesperrter Rachen die Höhle vorstellte, in dem der Rand der Wölbung in ein spitziges Zahnornament ausgezackt war. Auch waren einige Tropfsteinzapfen, aus dem Inneren herstammend, als besondere Fangen eingesetzt. Da nun die Affensprossen in diese Ecke hineingetrieben wurden, sah es aus, als ob ein kolossaler Tiger seinen blutroten Rachen aufsperrte, um sie alle zu verschlingen. Da erhob sich Mahim Sasa in dem goldglitzernden Houda auf dem Rücken des Ilfentiers, der ihn in hundert Schlachten getragen und dessen Haut von Speer und Pfeilwunden so durchfurcht war wie eine alte Wettertanne von Blitzschlägen und mit gewaltiger Stimme, die das Waffengetöse und die Schlachtrufe und das heulende Todeslied der Wilden übertönte, verkündete er Gnade für alle, die ihre Waffen von sich werfen und dem König Nerada gehorsam schwören wollten. Einige Feinde taten dies, bei weitem die meisten aber wehrten sich bis zum letzten Atemzuge, den sie unter den drohenden Tigerzähnen aushauchten. Denn in die Höhle sich zurückziehen wagte keiner, da diese das große Heiligtum des Volkes war, wo ihre Gottheit thronte und in welches nur der Priester hineingehen durfte, um das Opfer darzubringen. Dieser aber lag schon, selber ein Opfer, vorne im Tigerrachen von einem Pfeile durchbohrt. Nun erwog Mahim Sasa in seinem furchtlosen und weisen Herzen, dass die Einnahme und Zerstörung der Stadt für ein so wildes Volk wenig zu bedeuten habe, solange das Heiligtum unberührt und das Götzenbild, dem sie drinnen opferten, unversehrt blieb. Denn alle, die noch ringsum in Wäldern und Gebirgshöhlen steckten und immer noch seinen Verbindungen drohten und seine Posten überfielen, würden sich für unbezwungen halten. Verlautete aber, dass ihre Gottheit vernichtet sei, dann würden auch jene dem Sieger huldigen. So erhob er denn abermals seine Stimme und verkündete, dass es seine Absicht sei, in den Tigerrachen hineinzugehen und das Götzenbild der Schwarzen Haut mit seiner eisernen Schlachtkeule zu zertrümmern, worauf er seinen Hilfen niederknien ließ und sich hinunterschwang. Bei dieser Botschaft belebten sich ringsum die Gesichter der Schwarzen Haut auf sonderbare Weise. Die schon stumpfsinnig dreinblickenden Gefangenen lächelten einander mit geheimnisvoller Bosheit zu und die Sterbenden, die schon in ihren letzten Zügen lagen, erhoben ihre Köpfe, die von einem vergnügten Zähnefletschen abscheulich entstellt waren. Aus dem Tigerrachen aber ertönte das hohle, keuchende Lachen des Priesters, das sofort in einem schaurigen Röcheln erstarb, um dann aus dem Innern des Berges in gespenstischem Widerhall zurückzukehren. Da erblasste selbst der kühnste Krieger. Die Häuptlinge drängten sich um ihren geliebten Feldherrn und beschworen ihn, sich nicht in die Höhle hineinzuwagen, wo ihm wahrscheinlich ein Hinterhalt gelegt war, denn darauf schien die Freude zu deuten, die unsere Feinde nicht verbergen konnten. Er möge doch wenigstens ein Gefolge der ausgesuchtesten Krieger mit sich nehmen. Niemand war eifriger, sich als Begleiter anzubieten, als der Prinz Ayatasattu, der junge Halbbruder des Fürsten, der den Gedanken nicht ertrug, dass er nicht an einem so seltenen Abenteuer teilnehmen sollte. Denn keiner wusste, welche Gefahr drinnen im Höhlenheiligtum lauerte, und ob sie menschlicher oder dämonischer Art sei, dass sie aber unerhört schrecklich sei, daran konnte niemand mehr zweifeln. Ob er nun der Stimme der Weisheit folgte, die ihm sagte, dass die Wirkung auf diese wilden Gemüter weit stärker sein würde, wenn er, der Feldherr, allein ihr Götzenbild zertrümmerte, als wenn er von einem starken Gefolge begleitet in das Heiligtum hineindränge, oder ob diese innere Stimme die des Ehrgeizes war, die selbst dem Weisen noch immer verlockend klingt, Mahim Sasa schlug jede Begleitung aus. Allein trat der edle Kreis in die Höhle des Tigerkopfes hinein. Der Rachen verengte sich sofort zum Schlund. Dieser enge Felsengang, der nur in Mannes Breite und Höhe ausgehauen war, lief schnurgerade in den Berg hinein, und so begleitete das glühende Licht der untergehenden Sonne den mutig vorwärts schreitenden noch immer, zumal die glänzenden Kristalle und das edle Gestein, die den Felswänden zu entwachsen schienen, wie Pilze der Erde, jenes fern im Rücken gelassene Tageslicht in die Tiefe hineinlockten, wo es sonst wohl nimmer hineingedrungen wäre. Als es aber endlich dennoch versagen wollte, mündete der Gang in einen gewölbten Raum aus. Hier waren die Wände mit mannigfachen Juwelen eingelegt, von der Kuppel hingen kristallklare Tropfsteinzapfen herunter wie Hängezierrate, und der Boden war blank geschliffen, dass man meinte, in die Luft hinaus zu treten, so vollkommen spiegelte er Wände und Wölbung wieder. All dies glänzte geheimnisvoll dämmernd in der letzten Glut der Abendsonne, aber außerdem noch im grünlich-gelben Schimmer eines anderen Lichtes, das aus einem zweiten Gange hereinströmte, der in schräger Richtung hier einmündete. Genau in der Mitte jener Tempelhalle befand sich ein kleiner Altar, worauf eine Kumme aus bandartig rot- und gelbfarbigem Jaspis stand. In ihrem Boden war ein großer Diamant eingefasst, der den ganzen hereinströmenden Lichtschein zu sammeln und wieder auszustrahlen schien. So war die Höhlung der Schale wie von einem leuchtenden Fluidum gefüllt und darin lag eine menschliche Hirnschale, offenbar die eines Kindes, gänzlich leer, als ob der Inhalt gierig ausgefressen worden wäre. Mahim Sasa seufzte. Dazu also wurden unsere Kinder gestohlen. Hierher gelangten die armen Kleinen. Wahrlich, Zeit ist es, dass diesem ein Ende gemacht wird. Wohl sehe ich, dass der Feldzug nichtig und umsonst ist, wenn dieser Opferschmaus jemals noch stattfindet. Prüfend ließ der alte Krieger den Nagel seines Daumens die Schneide seines Schwertes entlang gleiten. Dann schliff er die geschmeidige Klinge auf dem glatten Rand der Jaspiskumme, wobei ihm ein wenig Schleim zustatten kam, der an diesem Rande klebte. Als er sich zum Weitergehen wandte, glitt sein rechter Fuß aus. Er blickte hinunter und bemerkte einen schleimigen Streifen, der sich vom Fuße des Altars über den spiegelblanken Steinboden in den weiterführenden Gang hineinzog. Die Stirn Mahim Sasas runzelte sich nachdenklich. Er wusste jetzt, welche Gestalt das Götzenbild dieses unheiligen Heiligtums hatte. Mit dem nackten Schwert in der linken wie einen Dolch gehalten, um es schnell in die rechte hinüber zu führen, die jetzt die schwere Eisenkeule umspannte, betrat Mahim Sasar den neuen Gang, in dem ein grünliches Dämmerlicht zitterte. Der Gang war so niedrig, dass der Feldherr, der von mehr als gewöhnlicher Manneshöhe war, sich etwas bücken musste. Die Ausmündung war nicht sichtbar, doch schien sie nicht weit entfernt zu sein. Mahim Sasar war sich völlig darüber klar, dass diese Strecke die gefahrvollste sei, ja, dass ein Angriff dort ihm wahrscheinlich tödlich sein würde. So schritt er denn so schnell vorwärts, wie seine gebückte Stellung und die Vorsicht wegen des schleimigen Pfades in der Mitte es ihm erlaubten. Ein stoßweise kommendes, trockenes, leises Zischen begrüßte schon sein Nahen. Jetzt öffnete sich der Ausgang und sogleich sah er die Schlange. Sie saß aufrecht, sprungbereit, an der entgegengesetzten Wand der Zelle, auf einer kleinen Erhöhung, wie auf einem Hügel von Diamanten. Ihre Körpergröße war die eines mäßigen Pythons, aber die aufgeblähte Haube, die mit einem Kranz von Rubinen gesäumt war, verriet, dass er eine Kobra vor sich hatte, und im weit aufgerissenen Rachen glänzten zwei Giftzähne, wie die Hauer eines Ebers. Mitten in der Stirn aber leuchtete ein großer gelber Edelstein, von dem das Licht ausging, das von unzähligen Kristallen und Diamanten aufgefangen, gebrochen und weiter geschickt, das Innere dieses Felsentempels dämmerig erhellte. Mahim Sasa sprang, ohne einen Augenblick zu verlieren durch die Türöffnung und schleuderte seine Keule, die den Kopf des Kobra-Königs an der linken Seite traf und den Giftzahn dort zerschmetterte. Er nur mit der Wirkung eines abgeleiteten Keulenschlags, weil ja der Giftzahn fehlte. Bevor aber der Wurm den Nacken biegen konnte, um mit der rechten Fange zu wirken, hatte das Schwert Mahim Sasas seinen Kopf gerade unterhalb der Haube vom Rumpfe getrennt. Noch drohte freilich der Schlangenkörper selbst, der sich auch schon nach der Art des Pythons um die Beine Mahim Sasas geschlungen hatte, bestrebt, ihn zum Falle zu bringen, was mit einem weniger sehnenstarken Manne wohl auch gelungen wäre. Der abgehauene Kobra-Kopf, der noch voller Leben steckte, und mittels der beweglichen Haube, die wie ein auf das trockene gebrachter Plattfisch klatschend auf den Boden schlug, sich ein wenig hin und her bewegen konnte, betrachtete mit brennenden Augen diesen Kampf, in der Hoffnung, mit seinem tödlichen Zahn den Fuß des Helden erreichen zu können, um danach wohl gar mit seinem Körper wieder zusammen zu wachsen. Fauchend und zischend musste er sehen, wie Mahim Sasas Schwert immer wieder einen der lebendigen Knoten zerschnitt, bis die abgetrennten Stücke sich ringsum auf dem Boden krümmten, vergebens einander suchend. Es muss nun, ruft hier der alte Chronist aus, ein prächtiges Schauspiel für eine nicht zu zaghafte Gottheit gewesen sein, zu sehen, wie jener unvergleichliche Edelstein in den fauchenden und schnappenden Kobra-Kopf eingefasst und gleichsam aus ihm hervorblitzend die diamanten strotzende Tempelzelle erhellte und mitten in ihr von den nachtlos sich bäumenden und windenden Pythonstümpfen umgeben den greisen Helden, dessen hageres Gesicht, den Bartschmuck verschmäht, mit Zügen wie aus Bronze gegossen, ehe an einen Sanyassin denn an einen großen Krieger gemahnt hätte, wäre nicht der gebieterische Blick gewesen, offenbar gewohnt eine Lage zu überschauen, um unzögerlich die Tat dem Rat folgen zu lassen. Betrachtete man seine gerade und schlanke Gestalt, die mit dem Scheitel fast die Decke berührte, so meinte man, eine eherne Säule zu sehen, die dieses Demand Gewölbe trug, wie er denn in der Tat noch jahrzehntelang die Stütze des Reiches sein sollte. Die scharf gebogene Nase, dem Schnabel eines Raubvogels nicht unähnlich, konnte in solchen Umgebungen die Vorstellung vom himmlischen Greifen Garuda erwecken, der soeben einen Schlangendämon vernichtet hatte. Aber das gütige Aussehen seiner hellen Augen, wie er nun den Göttern dankte, weil es ihm vergönnt worden war, durch diese Tat einem solchen Gräuel ein Ende zu machen, mochte wohl jedem sagen, dass in diesem grausigen Heiligtum, das verblendete Menschen zur Verehrung eines Ungeheuers aus den Felsen gehauen hatten, jetzt endlich ein wahrhaft verehrungswürdiges Wesen erschienen war. Als solches sahen ihn denn auch Freunde und Feinde an, als er wieder zwischen sie trat. Die vor der Tigerhöhle versammelte Menge hatte mit steigender Erregung, aber sehr verschiedenen Gefühlen die Rückkehr Mahim Sasas erwartet. Bei den Unsrigen wuchs die Furcht bis zu lauten Fragen und Klagen. Die Feinde vermochten kaum ihre freudige Hoffnung zu knebeln. Schon war es dunkel geworden. Der Prinz Ayatasattu rief nach Fackeln, um in die Höhle hinein zu dringen und den Feldern zu befreien oder zu rächen. Im Geheimen nicht unzufrieden, weil somit doch auch ihm ein Abenteuer hier vorbehalten war. Da wurde man tief drinnen im dunkelsten Dunkel des Tigerachens ein Licht gewahr. Das sah aus wie ein gelblich funkelnder Stern, der sich näherte. Als er aber endlich aus dem engen Gang, der gleichsam den Schlund vorstellte, in den offenen Rachen hervortauchte und seinen Glanz in diesem verbreiten konnte, erkannten alle die ragende Gestalt Mahim Sasas und sahen, dass dieser Schein von einem an seinem Stirnband befestigten Diamanten ausstrahlte. Jauchzen stürzten ihm seine Häuptlinge bis zur Wölbung der Tigerzähne entgegen, ergriffen seine Hände und umklammerten seine Knie, während die Freudenrufe der gemeinen Krieger sich weiter und weiter verpflanzend und immer mächtiger anschwellend den Widerhall der Berge weckte. Die entwaffneten Feinde aber zeigten mit Fingern und murmelten und riefen Der Stein, der Schlangenstein, sie ihn, den Unverwundbaren, den Herrn des Schlangensteins, den Rochen auf dem Bauche heran, um seine Füße zu lecken. Also huldigten die Leute der Schwarzen Haut, diese Sprossen der Affen und Nachbarn der Tiger, unserem großen Mahim Sasa. Den sie aber den Herrn der Welt nannten, wollte nur ein getreuer Diener seines Fürsten Narada genannt sein. Ihm hatte er nun dieses wilde Volk unterworfen, Denn, wie er es richtig vorausgesehen hatte, von diesem Augenblick an wagte niemand den geringsten Widerstand. Und die Gunst seines Herrn ließ ihn nach seiner siegreichen Rückkehr auch nicht unbelohnt bleiben. Keine Geschenke oder Ehrenbezeugungen freuten ihn halb so viel wie die herzliche Zuneigung des jungen Fürsten. Denn dieser wollte den Feldherrn immer um sich haben, nicht nur um seinen weisen Rat in Dingen, die das Reich und das öffentliche Gemeinwohl betrafen, sofort zur Hand zu haben, sondern weil er auch in persönlichen Angelegenheiten diese Stimme der durch Erfahrung reifen Herzensgüte und den Anblick edelster Menschlichkeit nicht entbehren mochte. Am liebsten weilte er mit ihm unter einem schattigen Baum seines Parks und ließ sich dort von der ebenso gelehrten wie frommen Nonne Isidasi die Reden des Buddha vortragen oder diesen oder jenen dunklen Punkt der Lehre erörtern wobei der ebenso tiefe wie scharfe Verstand Mahim Sasas unermüdlich war bis zu den letzten erreichbaren Wurzeln solcher Fragen zu dringen Am 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 meisten hätte es nun wohl den Neigungen des edlen Kreises entsprochen sich jetzt nachdem sein eigentliches Tagewerk vollendet war und er auf Ruhe wohlverdienten Anspruch hatte dem religiösen Leben gänzlich zu weihen und den weißen Anzug des Hausvaters mit dem gelben Mantel des Mönches zu vertauschen Zwei Rücksichten hielten ihn aber von diesem Schritte zurück erstens die Treue gegen seinen Fürsten der seine hohe Weisheit noch dem Staatsdienst erhalten wissen wollte dann aber war er auch noch durch eine gar sanfte und liebliche Fessel an das Leben in der Häuslichkeit gebunden Mahim Sasa hatte vor Jahren seine innig geliebte Gemahlin verloren und sie hatte ihm keine Kinder hinterlassen so wäre sein herrlicher Palast ihm öde erschienen wenn ich die Hallen und Säulengänge oft von einer kleinen vogelartigen Kinderstimme wiedergehalten hätten dieses Kind war Amara das Töchterlein seines bedeutend jüngeren Bruders Baku obschon der Kriegerkaster angehörend hatte sich dieser der Kunst gewidmet und war ein großer Baumeister und Bildner geworden er war schon gegen die 50 als sein Weib ihm dieses Kind Gebar sein einziges um dann zu sterben die Kleine wurde das schönste Kind das man je gesehen hatte goldige Locken umwallten das rosige Gesicht gleichsam ein äußeres Wahrzeichen dass hier eine Seele von ursprünglicher arischer Reinheit durch die Jahrhunderte die seit dem Eindringen unserer vedischen Altvorderen in den Gauen Indiens verflossen waren hindurchgedrungen sei unbefleckt von dem dunklen Blut das in diesem Zeitraum von allen Seiten hereingesickert war und unserer edlen Rasse schon etwas ihre heroische Art genommen hatte wie der erste Blick der Herbstsonne wenn sie die Regenwolken durchbricht war ihr Lächeln und an wen sie mit ihren sich liebevoll drückte der mochte wohl nimmer recht wissen ob er vor Freude lachen oder vor Wehmut weinen sollte eine so rührende Innigkeit hauchte ihr Wesen aus so war sie denn die Augenweide und die Herzensfreude ihres Vaters aber womöglich noch mehr die ihres Ohheims an seine kleine Amara dachte er als er in jener leeren von abendsonnenglut und Edelsteinglanz durchsponnenen Tempelzelle stand und am Rande der Jaspiss Schale sein Schwert schliff sie schien vor ihm zu stehen als der Genius unzähliger kleiner die hier geopfert wurden und die ihren Angehörigen ebenso lieb gewesen und wenn die Ehrenbezeugungen und Liebeszeichen an denen es Fürst und Volk bei seinem Siegeszug nicht fehlen ließen ihm auch alle wert waren so freute und rührte ihn doch nichts mehr als das Blumengebinde das die kleine Amara selbst gebunden hatte und ihm um den Hals hängte als er sie empor hob und küßte recht als ob sie ihm dankte im Namen aller durch ihn gerechten hingeopferten Kinder und im Namen aller durch ihn geretteten noch Ungeborenen nicht wissend ob er lachen oder weinen sollte tat Mahim Sasa beides Die Erziehung des Lieblings ließ er sich nun besonders angelegen sein umso mehr als es öfter geschah dass ein plötzliches rätselhaftes Gefühl unheimlichen Banges sich über ihn schlich wenn die Kleine auf seinem Schoße saß und mit einem begehrlichen Lächeln auf den Schlangenstein zeigte bis er das Stirnband mit dem wundervollen Stein abnahm und es ihren Kinderhänden zum Spielen anvertraute Schatten jenes Tigerrachens sich über ihn senkte und mit der Ahnung durchschauere dass irgendeine schreckliche Gefahr diesem lieblichen Geschöpf noch in jungen Jahren drohe so fühlte er sich denn berufen ihr väterlicher Hüter zu sein zumal ihr eigener Vater dazu ihm wenig geeignet schien denn obwohl er die schönen Kunstwerke seines Bruders sehr bewunderte konnte er nicht umhin mit seinem Fehler zu bemerken eben solche Fehler die gewöhnlich den Künstlern anhängen und sie so selten jene wahre innere Größe erreichen lassen die ihm selbst in so ausgezeichnetem gerade zu eigen war denn wenn man auch von der Eitelkeit absieht die den Künstler noch leichter als andere Männer an ihrem Gängelbande führt so geht dieser oft so sehr in seinem Werke auf dass er darüber seine menschlichen Pflichten vernachlässigt und vor Schauen vergisst er das Sehen sieht er aber dann erblickt er die Dinge und Verhältnisse bald im Lichte seiner Hoffnung bald im Schatten seines Fürchtens nicht aber so wie sie in Wirklichkeit sind und so bleibt er sein Leben lang ein Kind und wird nie richtig zum Manne wohl mag es Ausnahmen geben aber Baku gehörte nicht zu ihnen Dies war das Urteil Mahim Sasas wenn er zwar liebevoll und nachsichtig aber auch aufmerksam und unverblendet das Wesen und Treiben seines Bruders beobachtete und er tat sich selber das Gelübde wie ein Vater über das stille aufblühende Mädchen zu wachen das ihm seine Liebe reichlich vergalt also wusste Mahim Sasa sich im Frieden so gut wie im Kriege zurecht zu finden und es fehlte ihm Tätigkeit für den Geist noch an Befriedigung für das Gemüt nicht so der Prinz Ayatasattu vergebens suchte Fürst Narada ihn an seinen Lieblingsstudien teilnehmen zu lassen und den Blick seines jungen sehr begabten Bruders auf das Unvergängliche zu richten umsonst waren auch seine Bemühungen den Prinzen in dem friedlichen Dienst des Staates zu beschäftigen ja selbst die Aussicht einmal in der Führung des Heeres den Greisen Meister zu ersetzen wozu Ayatasattu durch vorzügliche kriegerische Eigenschaften zwar wohl befähigt war hatte für seinen ungeduldigen Tatendrang nicht hinlänglichen Reiz um als fernes Ziel ihn zu dauernder und stetiger Wirksamkeit zu locken so vernahm er mit großer Freude dass zwischen zwei westlichen Nachbarfürsten eine Feder ausgebrochen sei selbst aller Mahnung seines Bruders Narada bot er demjenigen der Unrecht hatte aber der Schwächere war seine Dienste an weil er meinte dass auf seiner Seite am ehesten Ruhm zu gewinnen wäre er verhalf ihm auch zum Siege und weilte dann an seinem Hof sei es dass wie er behauptete die Jagdgründe dort ausgiebiger waren sei es dass es ihm angenehm war das Auge seines Bruders und Fürsten nicht auf sich aber als der große König der Javaner Fußnote Javaner Jonia Griechen Alexander der Große Ende Fußnote mit seinem prächtigen Heer Penschab überflutete begab er sich eilends zu einem Fürsten dieses Landes Porus und nahm an seiner Seite Teil an der unglücklichen Schlacht am Ufer des Jelam seitdem hatte man nichts mehr von ihm vernommen sein Bruder beweinte ihn als Tod und ehrte sein Andenken als das eines Helden der im Kampf gegen fremde Barbaren gefallen war Ende von Abschnitt 9 gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 10 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch Kapitel 9 Der Schlangenstein Erstes Hauptstück Teil 2 Unterdessen hatte Fürst Narada geheiratet Er führte eine Fürstentochter von den Ganga-Ländern heim, deren Schönheitsruhm durch die Lande ging. Mahamaya hatte man sie genannt, das ist die große Täuschung. Wenn nämlich diese Sinnenwelt wie die Weisen Lehren eine bloße Täuschung ist, so ist doch die größte Täuschung in ihr, gleichsam das berückendste Muster im Schleier Mayas, die sinnliche Liebe, die in der Gestalt dieses wundervollen Weibes verkörpert zu sein schien. Deshalb eben hieß sie Mahamaya und war auch außer Mahimzasa am ganzen Hof kein Mann, jung oder alt, der nicht vom Zaubertrank ihrer Schönheit berauscht wäre. Dieser aber sah sie mit kalten Augen an und fand, was er suchte, dies und jenes auszusetzen. Hatte doch auch der Weiseste irgendeine kleine Torheit und so verdross es den Om Amaras allenthalben eine Schönheit bis zum Himmel gehoben zu hören, die von der seiner Nichte so verschieden war wie die Nacht vom Tage. Diese war jetzt nahe daran, aus einem lieblichen Kind eine reizende Jungfrau zu werden. Werden diese laut schwatzenden Toren mit den Augen bis zum Überlaufen voll von den üppigen Formen jenes dämonischen Weibsbildes auch noch zu schätzen wissen, welche wahrhaft reine himmlische Schönheit sich ihnen in der Gestalt unserer Amara offenbart? Dies waren seine Gedanken und ernahm es seinem Bruder übel, dass dieser sich immer wieder abquälte, den Prachtgliedern der Herrscherin in einem Bildwerke gerecht zu werden. Mit tödlichem Groll bemerkte Mahamaya, dass dieser berühmte und mächtige Mann für ihre Schönheit unzugänglich war, ja, die Stirn hatte, in seinem innersten Herzen dieselbe zu leugnen und dass alle ihre Anstrengungen ihn für sich zu gewinnen spurlos an ihm abglitten. Anstrengungen, deren Geringste genügt hätte, jeden anderen Mann, der ihr je begegnet war, zu ihrem kriechenden Sklaven zu machen. So schrieb sie es auch seinem Einfluss zu, dass ihr fürstlicher Gemahl, anstatt durch die Lockspeise ihrer Liebkosung immer anhänglicher zu werden, im Gegenteil, schon bevor ein Jahr um war, merklich kühler wurde. Und vielleicht hatte sie nicht so ganz Unrecht, denn obwohl Mahim Sasa nie mit einem Wort andeutete, wie sehr er die Wahl seines Fürsten bedauerte, war Narada doch zu sehr an ihn gewöhnt, um nicht seine Gedanken zu lesen, und mochte wohl dadurch in der keimenden Abneigung bestärkt werden, die durch die vertrauliche Bekanntschaft mit seiner Frau sich zu regen anfing. Nun hatte Mahamaya ihren Gemahl nie geliebt, vielmehr war schon von Anfang an seine ganze Art und Weise ohne Harmonie mit ihrem eigenen Wesen. Aber das Gefühl, dass die Leidenschaft, die ihre Entschleierung nach der Handergreifung in der Brust des Bräutigams aufgewühlt hatte, sich unwiederbringlich verlor, dass alle die Reize, die ihr die Natur als Wiegengeschenk gegeben, und alle Künste und Schliche, die ihre Aja Fußnote Aja Amme Ende Fußnote nach allen Regeln der Liebeswissenschaft ihr beigebracht hatte, nicht vermochten, jene hinsichende Leidenschaft wieder zu frischem Leben zu erwecken, diese tropfenweise sich mehrende Erfahrung war in der Tat ein bitterer Trank für den Stolz dieses verwöhnten Weibes. So musste denn auch ihre Milchschwester Nimbawati, die sie aus der Heimat in die Fremde begleitet hatte, die geduldige Zuhörerin bei manchen Verzweiflungsausbrüchen sein und ihre ganze Erfindungskraft aufbieten, um irgendeinen Trostgrund oder etwas Hoffnungsfreudiges vorzuführen, da sie sonst unter der noch übler werdenden Laune der vornehmen Milchschwester sehr zu leiden hatte. Bei einer solchen Gelegenheit vermutete sie, dass dies alles wohl eine von Lakshmi Fußnote Lakshmi Gattin Vishnus, die Göttin des Glücks Ende Fußnote Dass dies alles wohl eine von Lakshmi verhängte Strafe sei, weil sie in diesen Jahren es versäumt hatte, ihre Lampenfeier zu begehen. Mit dieser Feier aber hat es folgende Bewandtnis. Sie war einheimisch in den Gegenden an der Ganga, wo auch Mahamaya zu Hause war. Dort gehen, in gewissen Vollmondnächten, die Mädchen und jungen Frauen nach dem Ufer des heiligen Stromes oder nach dem des Nebenflusses, der gerade ihre Gegend durchströmt und tragen in den Händen ein Lämpchen aus Ton, wie ein Boot geformt und mit einem brennenden Docht versehen. Dies Lämpchen setzen sie in das Wasser und wenn das kleine Fahrzeug, ohne an einem Stein Schiffbruch zu leiden oder auf einer Sandbank zu stranden oder im Schilf und Seegras festzuhängen oder von Strudeln umgeworfen zu werden, glücklich auf dem ruhigen Rücken des Stromes davongetragen wird, die kleine Flamme noch immer wie ein güldenes Fehnlein wehend, dann hat die Göttin das Opfer huldreich angenommen und was die Besitzerin eines solchen glücklichen Lampenschiffleins sich im Herzen wünscht, das wird sind ja aber hier nicht an den Ufern der Mutter Ganga und nicht einmal ein Nebenfluss strebt ihr zu durch dieses unheilige Land, seufzte Mahamaya. Dafür können wir nichts, erklärte die praktische Milchschwester, der es wohl nur darauf ankam, die Fürstin aus ihrer dumpfen Verzweiflung herauszulocken. Was nicht unsere Schuld ist, das wird uns die Lakshmi auch nicht anrechnen, wenn wir nur tun, was in unserer Macht steht. Nun ist hier, am Fuße des Palastberges ein Wasserlauf, der gerade jetzt nach der Regenzeit reichlich genug und doch auch nicht zu reißend sein wird. Dort setzen wir unsere Lämpchen hinaus, wenn es jetzt in ein paar Nächten Vollmond wird. Gerade der erste nach der Regenzeit, es könnte sich nicht günstiger treffen, und wenn sie, ohne zu erlöschen, in den See hinausgeführt werden, dann dürfen wir das Beste hoffen, denn auch mein Wunsch soll nur deinem Glück gelten. Mahamaya umarmte und küsste Nimbavati. Liebste Schwester, du bist zu meinem Heil geschaffen, aber wie können wir dort hinunter kommen? Nie wird man uns unbegleitet gehen lassen. Wenn aber schon, wie du weißt, die zufällige Anwesenheit eines Mannes das Lampenopfer nichtig macht, wie viel mehr dann eine ganze Kette von Trabanten und Wärtern. Oh, lass das meine Sorge sein, der Wärter an der Tür des Kenana Fußnote Kenana die Frauengemächer Ende Fußnote ist mir schon mehr als gewogen und wenn ich den am nördlichen Gartenpförtchen noch nicht kennen sollte, so habe ich doch Zeit genug, um ihn kirre zu machen. Er soll glauben, was ich ihm sage, dass sich eines deiner Mädchen ein hübsches und frommes Spiel aus meiner Könnte er dann hartherzig genug sein, um mich daran zu hindern? Wenn er dich nur nicht für einen verkleideten Mann hält, wird er nichts dagegen haben, dass wir allein zusammen zum Fluss gehen. Also sprach Nimbavati mit der schlauen Leichtfertigkeit, die seit den Tagen von Krishna und Radha, der Milchschwester der Heldin eines Liebesabenteuers zu eigen scheint. Und Mahamaya versicherte ihr noch einmal, sie sei zu ihrem Heil geboren. Alles ging nun auch, wie Nimbavati es sich ausgedacht hatte. In der nächsten Vollmondnacht befanden sich die beiden Milchschwestern unten im waldigen Tale, durch welches der kleine Fluss seinen Weg zum See suchte, dessen Fläche nur ein paar hundert Schritt entfernt, durch Gebüsch und Zwischenstämmen ruhig strahlte, während zu ihren Füßen das eilige Wasser bald rieselnd im Mondlichte glitzerte, bald murmelnd in das Dunkel des überhängenden Ufers hineinglitt, und hinter ihnen der große, vom Bergfelsen geworfene Schatten, aus dem sie soeben hinausgetreten waren, über den stummen Baumwipfeln ausgebreitet lag. Sie ließen den Überwurf von den Schultern gleiten und standen nun für ihr sinniges Spiel bereit. Der duftige Musselinrock, silbergrau und goldig-gelb, der vom perlenblitzenden Gürtel bis zu den von goldenen Spangen umfassten Knöcheln in leichten Falten fiel, würde ihre Bewegung nicht hindern, wenn sie dem schwimmenden Lämpchen, das noch mit unbeweglicher Flamme in ihren rechten ruhte, springend und wartend folgten, und dies leuchtende Fahrzeug mit dem langen Zweig buxierten, den sie in der linken hielten. Noch einen Augenblick und beide Lämpchen tanzten fröhlich auf dem Strom dahin. Mahamaya und Nimbawati folgten ihnen, bald am Grasufer laufend, bald von Stein zu Stein springend, bald plätschernd ins Wasser tretend, bald lachend, bald fluchend, nun einen kleinen Angstschrei ausstoßend, wenn eine Lampe von einem Strudel erfasst sich im Kreise trete, nun einen Jubelruf ertönen lassend, wenn es ihnen gelang, mit der langen Route ein in den Schilfen hängen gebliebenes Leuchtschifflein wieder flott zu machen, in fortwährender Spannung, noch aufgeregter als zwei spielende Kinder, galt es doch das Glück. So ging es eine Zeit lang und schon konnten sie die Ausmündung in den See offen vor sich sehen. Da teilte sich nach links ein Seitenarm ab, der, bald schmal und reißend, bald breit überkiesig ergießend, zwischen Gebüsch und Gestein sich buchtend zu verlaufen schienen, und das schwimmende Lämpchen Mahamayas nahm diesen wenig versprechenden Weg, während das Milchschwesterliche nach einigem Besinnen auf dem Hauptstrom Seewerts schoss, von der jubelnden Nimbawati begleitet. Mit Angst und Mühe buxierte Mahamaya ihr feuerbeflagtes Fahrzeug weiter, und schon öffnete sich auch ihm, nicht gar zu weit entfernt, das weite Meer, als es von bösen Geistern, in der Gestalt einiger herabhängender Zweige, am anderen Ufer gefangen genommen wurde. Mahamaya sprang auf einen Stein hinaus, von wo aus sie zwar mit der Spitze ihrer langen Route das gefährdete Glücksschiff gerade erreichte, nicht aber befreien konnte. Schon war sie daran, ins Wasser hinunter zu steigen und hinüber zu warten, als etwas geschah, was ihr wie ein Wunder vorkam. Aus dem dichten Schatten einer Tamarinde sprang eine glänzende Gestalt in den Strom hinaus, war mit ein paar Schritten am anderen Ufer, löste vorsichtig das Lämpchen aus dem Netzwerk der Zweige heraus und setzte es ebenso behutsam mitten auf den Strom, der es sofort mit sich von dannen führte. Mahamaya vergaß aber gänzlich ihrem Glücksschifflein nachzusehen, so sehr war ihr Blick von dieser fremden Gestalt festgenommen. Es war ein Mann in Rüstung, aber in welcher Rüstung? Wenn Mahamaya einen vollbewaffneten Krieger gesehen hatte, dann war es ihr immer vorgekommen, als gewahre sie ein metallenes Gehäuse, worin, wie eine Schnecke, ein menschenartiges Wesen steckte, dessen einzige Bestimmung es sei, auf Befehl des Fürsten zu töten und sich töten zu lassen. Aber diese Rüstung schmiegte sich, von den Schultern bis über die Hüften hinunter, so biegsam an die Haut wie diese an die Muskeln, deren lebendiges Spiel bei jeder Bewegung sichtbar war. Um die Schenkel aber fielen lose Riemen, und das Wasser, das ihm um die Knie schäumte, bewegte sie, als ob weiße Nymphenhände mit ihnen ein neckisches Spiel trieben. Ja, selbst der blanke Helm schien belebt. Trotzig erhob er seinen Kamm, um den Krieger noch höher zu machen, und schob einen gesichtsartigen Schirm hervor, damit die Augen aus seinem Schatten heraus wie Sterne leuchten könnten, und schob ihn auch nicht weiter hervor, weil die vollen Lippen aus dem grausen Bad heraus im Mondlicht feucht glänzen sollten. Also stand diese Erscheinung vor ihr, ein Krieger und ein Mann, wenn auch kein irdischer, so lebensstrotzend, dass er selbst das toteste und starrste, was er anhatte, mit seinem Leben durchdrang. Wie lebhaft aber war erst sein Lächeln, als die Lippen sich nun öffneten und sprachen, eine Absara bist du wohl, du schnellgliedrige, schönbrauige, vom Himmel herabgestiegen, um auf unserer Erde zu spielen, denn zu dieser Stunde liegen ja die Menschentöchter schlafend auf ihren Lagern. Fußnote, Absara, Himmelsnümpfe, Ende Fußnote. Mahamaya vermochte kein Wort hervorzubringen. Und habe ich gar dein Spiel gestört, als ich dir helfen wollte, du Juwelenäugige? Was war's mit dem schwimmenden Lämpchen? Soll es dir das Glück senden? Es hat mir Glück gebracht. Mahamaya hauchte die Worte kaum hörbar aus und schloss die Augen, um dies strahlende Bild gleichsam ganz in sich zu verschließen. Dann schwankte sie, und sofort fühlte sie sich von zwei starken Armen umfasst und empor gehoben und aus dem Mondschein in den tiefsten duftgesättigten Schatten hineingetragen. Am folgenden Tage weilte Mahamaya mit ihren Frauen im Taubenhof, wo der Abrichter seine geflügelten Scharen vorführte. Die Fürstin folgte nicht eben sehr aufmerksam den Künsten, welche die Tauben, dem Stab und den Rufen des Abrichters gehorchend in ihren luftigen Reigen tadellos ausführten. Auf der Ruhebank zurückgelehnt sprach sie leise mit Nimbavati, die sich über sie vorneigte und in deren geduldiges Ohr sie die Lobpreisungen ihres Helden ergoss. Und wer er war, woher er kam, das hat er nicht gesagt, fragte Nimbavati. Brauchte er denn das, Odoteurin, Rama war es, Krishna, Vishnu selbst, wer sonst hätte wohl so herrlich erscheinen können, in solcher goldigen Himmelsrüstung, wie ich sie dir beschrieben habe. Fußnote, Rama und Krishna galten beide als Inkarnationen von Vishnu. Ende Fußnote. Aber ach, wie soll ich ihm nun wieder begegnen? Liebste Nimbavati, du musst Mittel finden, dass wir heute Nacht dort hinuntergehen können, denn gewiss erwartet er mich an derselben Stelle. Oh, das ist nicht nötig, versetzte die schlaue Milchschwester, und würde nicht einmal das Rechte sein. Wenn dein Liebhaber wirklich Vishnu ist, und wer könnte daran zweifeln, dann brauchst du nur die heutige Nacht auf der obersten Terrasse des Schlosses zuzubringen, gleich jener Königstochter, die der Weber in Vishnus Gestalt besuchte, wovon du wohl gehört hast. Nein, davon habe ich nie gehört, sagte die Fürstin. Wer war denn das? Und während sie aus einer goldenen Schale mit der Hand Reiskörner schöpfte und sie den Tauben hinwarf, die augenblicklich eine Ruhepause hatten und um sie herumtrippelten, lauschte sie lächelnd der Erzählung Nimbavatis. Jena Weber hatte sich in die Königstochter verliebt und siegte vor Sehnsucht und Verzweiflung dahin. Nun war aber sein bester Freund ein Stellmacher, ein Meister in seiner Kunst. Dieser versprach, Rat zu schaffen. Man wusste, dass die Königstochter während dieser heißen Nächte auf der obersten Terrasse des Palastes schlief, wo niemand hinauf konnte. Der Stellmacher verfertigte nun eine sehr künstliche Flugmaschine in der Gestalt Garudas des himmlischen Adlers, Vishnus Reittier. Sie war so eingerichtet, dass man sie in Bewegung setzen, lenken und stoppen konnte mittels eines Keils, je nachdem man diesen Eintrieb, Auszug oder seitwärts rückte. Auf diesen falschen Garuda setzte sich nun der Weber, prächtig angetan, einen Diskus in der Hand, ein Diadem auf dem Kopf, begrenzt und Vishnu gleich an Aussehen und fuhr nachts auf die Terrasse zur schönen Königstochter, die er nach dem Gadarwin-Ritus ehelichte, ohne Vater und Mutter zu fragen, ohne Priester, ohne Wederspruch und ohne Opfer. Als es nun später ruchbar wurde, dass sie dort von einem Liebhaber nächtlichen Besuch empfing, hielten ihre Eltern heimlich Wache. Da sie aber diese göttliche Gestalt durch die Luft kommen sahen, priesen sie ihr Glück und die Ehre, die ihrem Haus widerfahren sei. Hieraus ersehen wir nun auch, fügte Nimbavati hinzu, dass es Vishnus Art ist, auf diese Weise seine Auserkorene zu besuchen, denn wie sonst hätte der Stellmacher auf diesen Gedanken kommen können. Wenn er sich gestern in einer bescheideneren Gestalt genaht hat, so geschah das offenbar, um dich zu schonen, damit du nicht zu sehr erschrecken oder wohl gar sterben solltest, wenn er sofort in seiner ganzen Majestät auf Garuda reitend sich dir offenbarte. Dir ziemt es aber, jetzt zu zeigen, dass du ihn wohl erkannt hast. Deshalb musst du ihn unbedingt heute Nacht auf der Terrasse erwarten. Mahamaya umarmte sie stürmisch und nannte sie die beste und weiseste aller Milchschwestern. Dann verkündete sie sofort ihren Frauen, die Nächte seien jetzt so luftlos, dass sie in der vorigen Nacht gar nicht in ihrem Zimmer habe schlafen können. Sie sollten deshalb ihr Nachtlager auf der obersten Terrasse bereiten. Erst wollte sie das Elfenbein an der Bett hinausgetragen haben, dann bestimmte sie sich für das Sandelholz. Sie bezeichnete ihnen auch, welche Kissen, Decken, Teppiche, Tischchen, Schemel und sonstige Geräte hinaufgeschafft werden sollten. Und zwar müsse das alles sofort geschehen, als ob damit auch das Herankommen der ersehnten Nachtstunde beschleunigt würde. Als sie sich dadurch etwas beruhigt hatte, ließ sie wieder den Taubenabrichter die Vögel einige Künste machen und war mit ihrem Lob nicht karg. Sehr bald hatte sie jedoch keinen Blick mehr dafür, sondern fing wieder an, Limbavatis Ohr mit dem Preis ihres Glückes als Vishnu-Braut zu belästigen. Dabei entblößte sie ihre Brust und betrachtete das Perlenmal, das der Geliebte ihr zum Seingedenken mit den Zähnen eingeprägt hatte. Dadurch wurde ihre Sehnsucht zu solcher Glut angefacht, dass ein Tränenstrom sich vergebens bestrebte, sie zu löschen. Die Fürstin erklärte ihrer Milchschwester, dass sie es gewiss nicht bis zur Nacht aushalten würde. Ihr göttlicher Liebhaber müsse sich ihrer erbarmen und sich ihr schon früher zeigen, damit sie durch den Anblick neue Kräfte schöpfte, denn sie fühle sich schon jetzt einer Ohnmacht nahe. Die fügsame Nimbavati zögerte nicht, sie in dieser Hoffnung zu bestärken. Wir wollen uns sofort ein Zeichen geben lassen, sagte sie. Wenn die weißen Tauben am höchsten steigen, dann wirst du ihn jetzt bald erblicken. Steigt aber die blaue Schar am höchsten, dann musst du dich freilich bis zur Nacht gedulden. In diesem Augenblick trat ein Kenaner-Wärter herein. Fürst Narada ließe die Fürstin bitten, sich sofort in die Audienzhalle begeben zu wollen. Nimbavati wurde so bleich wie Asche und verwünschte alle schwimmenden Lakshmi-Lampen. Sie dachte nicht anders, als dass der Fürst von der nächtlichen Begegnung Kunde erhalten habe und fühlte sich als Anstifterin des Frevels schon eingesackt auf dem Boden des Sees liegen. Mahamaya wurde von solchen Befürchtungen nicht in Unruhe versetzt. Denn könnte Vishnu auch gar leicht auf seinem Garuda über den Taubenhof hinfliegen, um sie zu stärken, so war in der Audienzhalle schwerlich, etwas von ihm zu erwarten. Sie versicherte der Milchschwester, dass sie so bald wie möglich zurückkehren werde. Und sie, rief sie freudig, das Zeichen ist günstig, die weißen Tauben sind am höchsten aufgestiegen. Als Mahamaya in die Audienzhalle trat, fand sie dort den ganzen Hofstaat versammelt. Neben dem Thron stand ein in goldener Rüstung herrlich glänzender Held. Mahamaya blieb auf der Schwelle stehen und vermochte kaum, einen leisen Aufschrei zurückzuhalten. Narada aber nahm den Fremden an der Hand und führte ihn vor sein Gemahl. Begrüße, Mahamaya, deinen Schwager Ayatasattu, der uns wie ein von den Toten auferstandener wiedergegeben ist. Ayatasattu hatte in der Tat in jener furchtbaren Schlacht bei Jelam mehr als eine Wunde erhalten, war aber zusammen mit dem König Porus, der ebenfalls verwundet war, glücklich aus der Niederlage entkommen. Als nun König Porus dem Sieger huldigte, folgte Ayatasattu ihm ins Lager Alexanders. Das fremdartige Treiben hier, all das Neue und Überraschende, das ihm vor Augen kam, die Bekanntschaft mit Leuten einer anderen und wie ihm vorkamen, feinsinnigeren Bildung, der Umgang mit geprüften Kriegern, die unter fremden Himmelsstrichen so viel Merkwürdiges erlebt hatten, der bestrickende Verkehr mit den Javaner Frauen, von denen es im Lager wimmelte, blonde Frauenbilder, die aus Gold und Elfenbein gemacht schienen, vor allem aber die überwältigende und bestrickende Persönlichkeit des Welteroberers selbst. All das berauschte den abenteuersuchenden Prinzen so sehr, dass er sich nicht loszureißen vermochte. Auch wurde er bald der erklärte Liebling Alexanders. Dieser wollte unter den Indern ein Inder sein. Was nun aber in sein Lager zusammengeströmt war, kam fast alles aus dem Indus oder dem Fünfstromland. Unter denjenigen aber, die aus dem eigentlichen Indien hergeeilt waren, war Ayatasattu der einzige Prinz aus einem Fürstenhause, die anderen waren nur einfache Krieger oder gehörten sogar den niedrigsten Kasten an, wie der später so berühmte Chandragupta. Hier war nun aber ein echter indischer Fürstensohn, der ihm von den wunderbarsten, selbstgeschauten Dingen erzählte, von den Edelstein strotzenden, von Schlangen beschützten Felsengrotten und der ihm versicherte, er würde von den Indern als der Avatar Vishnus, der wiedergeborene Rama, angebetet werden. Als nun der große Eroberer, anstatt solchen schmeichlerischen Träumen nachzugeben, den eindringlichen Vorstellungen seiner Feldherren und dem Murren seiner Krieger nachgeben musste und nach Persien zurückzog, trieb sich Ayatasattu jahrelang an den kleinen Höfen im Induslande und im südlichen Penchab herum, in der Hoffnung, in diesen bewegten Zeiten selbst irgendwo die Macht an sich reißen und ein eigenes Reich gründen zu können. An jedem solchen Hof befand sich damals eine einheimische und eine javanische Partei. Ayatasattu schloss sich überall der Letzteren an, um durch ihre Hilfe emporgehoben zu werden. An einem Orte aber wurde die Verschwörung schon in ihrem Anfang entdeckt. Am anderen freilich ging alles nach Verabredung bis zum entscheidenden Streich bei einem abendlichen Fest, bei dem verzweifelten Kampfe im Palastgarten aber behielten die Getreuen die Oberhand und Ayatasattu kam nur mit dem nackten Leben davon. Da er nun wohl einsah, dass sein Stern ihm in diesen Gegenden nicht leuchtete, eilte er, ohne irgendwo den mindesten Aufenthalt zu machen, Tag für Tag weiter wandernd seiner Heimat zu. Die Nacht brach an, als er sich noch mitten im felsigen Hügelland nördlich von seiner Vaterstadt befand. Er kannte diese Gegend nicht genau, da er aber das Rauschen eines Baches in der Nähe vernahm, meinte er, er brauche nur diesem zu folgen, um sein Ziel zu erreichen. Dies war freilich anfangs mit großen Schwierigkeiten verbunden. Als aber der Vollmond aufging, wurde der Abstieg ihm bedeutend erleichtert und endlich sah er zu seiner nicht geringen Freude den See vor sich glitzern. Erschöpft vor Müdigkeit streckte er sich im tiefen Dunkel einer Tamarinde und schon umnebelte der Schlaf seiner Sinne, als er hinter sich freudige Mädchenstimmen vernahm. Sofort war jede Müdigkeit wie weggeblasen. Er lauschte gespannt wie ein Jäger beim Annähern der Beute, bereit, ein Liebesabenteuer, wenn es sich ihm hier plötzlich darbot, an der Stirnlocke zu fassen. Dies blieb ihm denn auch, wie wir wissen, nicht aus. Narada nahm seinen Bruder mit der herzlichsten Freudigkeit auf. Wenn Ayatasattu als einziges Besitztum aus seinen langen Irrfahrten die prächtige Rüstung mitbrachte, die ihm der Welteroberer selbst zum Abschied geschenkt hatte, in der er aus dem nächtlichen Gemetzel geflohen war, um dann später in diesem Anzug Mahamaya als ein Wesen aus der Himmelswelt zu erscheinen, ließ die Großmut seines Bruders, der ihn um jeden Preis seine Enttäuschung vergessen lassen wollte, ihm bald Reichtum und Besitz im reichten Maße zuteil werden. Jenes ehebrecherische Liebesglück, das von der schwimmenden Lakshmi-Lampe eingesegnet war, führte nun ein lichtscheues, aber üppiges Dasein, gleich dem giftigen Nachtschatten im Dunkeln wuchernd und glühend. Mahamaya vergaß gänzlich enttäuscht zu sein, weil ihr Liebhaber nicht Vishnu war, und konnte er nun auch nicht auf dem Adler reitend sie nachts auf der Terrasse besuchen, was unleugbar eine große Bequemlichkeit gewesen wäre, so gelang es doch der unermüdlichen und unerschöpflichen Schlauheit Nimbavatis, immer neue Gelegenheiten herbeizuführen, bei welchen die Liebenden sich völlig unbemerkt trafen. So regte sich denn auch kein Verdacht, obwohl die heiße Ungeduld Mahamayas oft genug die Vorsicht zur Seite werfen wollte und der guten Milchschwester ihre Aufgabe aber nicht gerade erleichterte. Aber dieser Liebesgenuss vermochte das stürmische Herz des Prinzen keineswegs zu erfüllen. Die Pläne, die er im fernen Westen hatte aufgeben müssen, warum sollte er sie hier im Heimatland nicht verwirklichen? Lagen doch die Verhältnisse, wie er sehr bald entdeckte, noch unendlich günstiger hier. Zwar eine javanische Partei gab es am Hofe nicht, dafür aber war die Herrscherin selbst, seine Sklavin, bereit, ihm mit jedem Mittel zu dienen. Ihre Macht über die Männer war unbegrenzt, so unbegrenzt, dass es ihr sogar gelingen musste, sie ihrem erklärten Liebhaber dienen zu lassen. Dann waren die Brahmanen von der größten Unzufriedenheit mit ihrem fürstlichen Halbbruder erfüllt. Sie knirschten mit den Zähnen vor Wut, weil dieser den Orden des Buddha, besonders die unter der Führung der frommen Isidasi stehenden Nonnen, auf das Entscheidendste begünstigte, ja, ihnen seine ganze Huld schenkte. Mit Ingrimm und Entsetzen sahen die Priester die Opfergaben in immer geringeren Mengen herbeifließen und die Zukunft schien ihnen mit dem völligen Verlust ihrer alther gebrachten Größe zu drohen. Aber auch die Krieger waren wenig zufrieden, da unter dieser Herrschaft keine Aussicht auf einen Feldzug war und der Fürst nur darauf bedacht schien, Kanäle und Hospitäler zu bauen. So schäumten sie vor Ungeduld wie feurige Pferde, denen die Bahn verschlossen ist. Ayata Satu schloss sich nun immer mehr allen Unzufriedenen an und sein Hauspriester, der ebenso fanatische wie gewandte Bharat Vaya, war unermüdlich, die Beziehungen immer mehr zu befestigen und zu erweitern. Eine scharfe Ansporn erhielt der Ehrgeiz des Prinzen durch die Nachricht, dass sein alter Gefährte und Nebenbuhler in der Gunst des Welteroberers Chandragupta im Patalaputra im Osten die Herrschaft an sich gerissen hatte, wie es schien durch eine ähnliche Hofumwälzung wie die, an denen er sich selbst schon ein paar Mal ohne Erfolg beteiligt hatte. Wenn er aber Chandragupta recht kannte, dann würde dieser rastlose Emporkömmling sich nicht damit begnügen, sondern bald seinen Nachbarn mit Krieg überziehen. Möge er auch damit nur Erfolg haben. Hatte er nur erst selbst die Herrschaft hier an sich gerissen, dann würde er mit Chandragupta natürlich zusammenstoßen und wie sollte ihm dieser ein Kudra widerstehen können. Alles, was Chandragupta sich gewann, müsste dann an ihn fallen, und warum sollte er sich nicht ganz Indien unterwerfen. Mit solchen hochfliegenden Plänen berauschte sich Ayatasattu, denn der Geist des fremden Eroberers hatte es ihm angetan. Aber ein Hindernis stand noch unerschütterlich zwischen ihm und solchen glänzenden Aussichten. Dieses Hindernis war Mahim Sasa. Von ihm hatten alle diese Krieger, die jetzt zu Ayatasattu als zu ihrem Führer emporblickten, einstmals das Waffenhandwerk gelernt. Ihre Wunden wie ihre Beute hatten sie unter seiner Leitung gewonnen. Sie waren gewohnt, seinem geringsten Befehl unweigerlich zu gehorchen, ja, auf den Wink seiner Brauen aufzupassen. Eins war sicher, solange sie seine Stimme vernahmen, solange der Blitz seines Adler Auges sie erreichen konnte, würde keine Kriegerhand sich zu einer Tat erheben, die seinem Willen entgegen war. Tag und Nacht sahen deshalb Ayatasattu darüber nach, wie er den Greisen Feldherrn beseitigen könnte. Vergebens wollte er seinen Bruder dazu verleiten, Mahim Sasa in irgendeinem wichtigen Auftrag an einen Nachbarhof zu schicken. Der Fürst blieb dabei, der alte Feldherr sollte Ruhe haben. So schien denn der einzige Ausweg der zu sein, Mahim Sasa mit Gewalt aus dem Weg zu räumen und das Herz des Prinzen wäre auch vor dieser Maßnahme nicht zurück gescheut. Aber auch hier schien ihm ein unüberwindliches Hindernis im Wege zu stehen. Mahim Sasa war wie Ajwathaman im Mahabharatam durch seinen Edelstein geschützt. Freilich trug Ajwathaman seinen wunderkräftigen Stein in der Stirn selbst eingefügt, wie eben jener Schlangenkönig den Schlangenstein getragen hatte. Aber dieser verließ auch seinen jetzigen Besitzer nicht, wenn er auch nur an einem goldenen Stirnreif befestigt war. Und nicht nur feierte seine Wunderkraft den Kreis gegen Waffen, sodass er hiebfest dann auch Gift, selbst wenn es durch das Essen beigebracht wurde, konnte dem Körper nichts anhaben, der immer von diesem Diamanten berührt und von seiner geheimnisvollen Kraft durchstrahlt wurde. Kalarama legte lächelnd das Manuskript auf den Tisch und sagte, Sie sehen, was für Wunderkräfte damals dem Schlangenstein zugeschrieben wurden. Aber ich fürchte, dass er sie wohl zum größten Teil eingebüßt hat, wie denn auch nur ein schwacher Abglanz seiner Leuchtkraft noch vorhanden ist. Sonst würden wir uns allerdings freuen können, unserem Freunde Sir Trevelyan ein solches schützendes Amulett mitgegeben zu haben, wenn er, wie ich hoffe, in ein so wildes Land geht. Sir Trevelyan in ein wildes Land, fragte Amanda verwundert und blickte Kalarama an mit einem Ausdruck von Bestürzung, die sie nicht sofort zu bändigen vermochte, einem vielsagenden Ausdruck, den der Minister mit seiner Äußerung vielleicht gerade hatte hervorlocken wollen. Ja, Amanda weiß ja noch gar nichts davon, sagte der Professor. Nach Afghanistan, antwortete der Minister. Die englische Regierung hat ihn beauftragt, eine geheime Mission nach Kabul zu übernehmen. Und er fing an, mit der größten Genauigkeit, die politische Situation und seine Anschauungen darüber auseinander zu setzen, als ob er zu einem alten Diplomaten anstatt zu einem jungen Mädchen spräche. Freilich hätte auch kein alter Diplomat seinen Ausführungen mit größerer Aufmerksamkeit folgen können, als dieses junge Mädchen es tat. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 11 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch Kapitel 10 Auf Gefährlichen Wegen Um Gottes Willen Edmund rief Arthur erregt, sobald die Tür sich hinter Kalarama geschlossen hatte. Was soll denn das heißen? Hast du denn wirklich gar keine Ahnung von wem dieser Mordanschlag ausgegangen ist? Vielleicht habe ich meinen kleinen Verdacht, aber Edmund warf den Kopf zurück und machte eine Handbewegung, als ob er einen zu unbedeutenden Gegenstand zur Seite schöbe. Sein Blick haftete sinnend an dem vor ihm auf dem Tisch stehenden offenen Schrein, wo der Schlangenstein auf seinem Lager von weißer Seide lag und leuchtete, funkelte und strahlte, wie eine nach dem Tode genesene Seele. Aber, so wollte es ihn bedünken, nicht wie eine gute Seele, tiefer, geheimnisvoller, zweideutiger, in dem fließenden Doppelschimmer seines grünen und goldgelben Scheines. Dies ist ein viel größeres und sonderbareres Rätsel, vielleicht auch ein gefährlicheres. Was bedeutet dies, dass Kala Rama mir den Schlangenstein schenkt? Was soll sein ganzes Betragen heißen? Verstehst du etwas davon? Arthur zuckte die Achseln. Wer kann Kala Rama verstehen? Eine Ausnahme, wie du sagst. Aber hat er uns durchschaut? Das ist die Frage. Ist er uns auf der Spur? Ich glaube kaum. Und die Geheimschrift, die er kannte? Gerade darum, sie hat ihn ebenso überrascht wie uns und ist sicher nicht mit seinem Wissen hineingekommen. Das ist wahr, kein Zweifel, dass er überrascht wurde. Was soll man aber davon halten, dass er weiß, wer es geschrieben hat? Und vor allem, warum liegt ihm so viel daran, dass ich gehe? Warum nicht die allereinfachste Erklärung, dass er deinem Ohrheim Recht gibt und dass du eben von hier gehen musst, um in Afghanistan zu sein? Edmund schüttelte nachdenklich den Kopf. Das erklärt nicht alles. Sein Wort, dass ich doch hier nichts Wichtiges vorhaben könne und sein Blick dazu. Nun angenommen auch, dass er fürchtet, ein Liebesabenteuer wäre im Gange zwischen dir und der Rani. Darauf schien mir sogar sein letztes Wort direkt zu deuten, dass mancher Raja in dieser Beziehung jeden Tag beneiden könnte. Edmund nickte. Das ist ja möglich, Edmund, aber etwas Schlimmeres braucht er jedenfalls nicht zu argwöhnen. Edmund ging mit hastigen Schritten hin und her wie einer, der mit sich selber nicht zu Frieden ist. Jedenfalls war ich unvorsichtig, sehr unvorsichtig. Ich hätte mich sofort stellen müssen, als ob mir die afghanistanische Mission sehr willkommen wäre, als ob mich hier in der Tat nichts zurückhielte. Edmund war kopfschüttelnd vor dem Schrein stehen geblieben und sein Blick wurde wieder von dem seltsamen Schimmer des Steines gefangen genommen. Sein Geschenk wollte ich nicht annehmen, fing er an, in einem Ton, als ob er mit sich selbst spreche. Als ich mich weigerte, war es mir, als höre ich seine Stimme antworten, sie sind zu zartfühlig, Hitz abzunehmen. Einen Diamanten können sie von mir nicht annehmen, aber mein Lebenswerk können sie im Bunde mit unwissenden Brahmanen umstürzen, das Gastrecht missbrauchen, um eine Verschwörung anzuzetteln und die höchste Macht an sich zu reißen. Ich denke, es war die Stimme des Gewissens. Edmund lachte kurz auf und strich mit beiden Händen die schwarzen Haarmassen vom Halse zurück. Ganz recht, so nennen wir diese europäische Erbkrankheit. Oh, wie hatte ich recht, ich bin noch lange nicht Asiate genug. Denke ich doch nicht einmal daran, wie unsere großen Vorfahren in England den blöden Heinrich in den Turm schicken. Dem guten Navina Pala Dia Singh soll kein Haar gekrümmt werden. Er möge für den Rest seiner Tage sein Opium anderswo trinken, wo es ihm ebenso gut bekommen wird. führt ihn Yang Kafur über die Grenze. So trafst du ihn? fragte Arthur lebhaft. Jawohl, oben im alten Krishna Tempel. Er haftet mir für das Leben des Raja und ich darf ihm vertrauen, denn ich kenne den alten Haudegen von vielen Eberjagden her und eigentlich liebt er Navina Singh. Und verrät ihn? Nun, seine Wut ist gegen die Regierung Kalaramas gerichtet, besonders gegen alle seine Neuerungen. Der brave Alte ist ein frommer Krishna Anbeter und ganz in den Händen der Brahmanen. Besonders fürchtet er, dass sein Weib nicht seinen Scheiterhaufen besteigt und also auch nicht seine Seele nach dem Svarga führt, das Paradies, das er vielleicht von selber nicht so leicht erreicht, da er wohl manches auf seinem Gewissen haben mag. Auch ist er fest überzeugt, dass ich mit dem Blut des Sonnenhauses in meinen Adern ein noch besseres Recht auf den Thron habe als der jetzige Raja, der Nachkomme eines Emporkömmlings, eines Kudra. Arthur blickte seinen Vetter mit einem ziemlich spöttischen Lächeln an. Zuletzt glaubst du noch selbst, dass du nur dein Erbe nimmst. Nun, nach der Meinung vieler, die dabei ihre Rechnung finden. Ich finde meine, also, freilich hast du früher nicht viel auf Stammbäume gegeben. Das ist wahr, ich habe mit Shelley und Byron Pathos und Satire reimweise über die Aristokraten und alle adeligen Vorurteile ausgegossen. Auch muss ich sagen, dass unsere Eichen Stammbäume mit den Wurzeln bei Hastings mir wenig imponieren, aber bei einem so vieltausend stämmigen Banyan Stammbaum hat es doch seine eigene Bewandtnis. Und wenn nach Goethes Mephistopheles Blut ein ganz besonderer Saft ist, so gilt dies wohl im erhöhten Grad von Götterblut, fügte er scherzhaft hinzu, ich spüre das als alter Rahmerspross. Jedenfalls bist du dem vielgeschmähten Warren Hastings Dank schuldig, weil er den tapferen Oberst Trevelyan in diese wilden Gegenden schickte, wo er eine Begum ehelichte. Zum tödlichen Ärger seiner ganzen hochkirchlichen Familie, Gott hab ihn selig, den alten Großpapa, ich sehe ihn noch vor mir mit seinem nussbraunen Gesicht und den silbernen brauen und schnurrbart. Wie vergnügt konnte er lachen, wenn er mich auf seinen Knien reiten ließ. Jetzt heißt es aber sattelfest sein, jetzt reiten wir mit den Ratschputen auf die Sau hat's. Ja, freilich sind wir Warren Hastings Dank schuldig. Wir, rief Arthur in mehr als fragendem Ton, mit einem finsteren Blick vor sich hin starrend. Ich denke, du hast dich auf die Leider ja und doch was leider und doch Mann sei doch nicht ein halber Kerl der will und doch nicht will Dies habe ich nie gewollt wahrlich dies nicht Du denkst wohl gar ich hätte mich mit dir eingeschifft um an der Beute des Abenteuers teilzunehmen Oder einfach aus Lust am Abenteuer selbst wie ich es an deiner Stelle getan hätte Und warum denn auch sonst Habe Ich zog dich ins Vertrauen als es nur noch ein Liebestraum war Oh damals als du auf der Veranda bei einer Zigarre abends mir dein Herz ausschüttetest Ja da hatte das ein ganz anderes Ansehen Wie konnte ich ahnen wozu das führen würde Und was war es Ein Nichts Ein flüchtiger Blick Jawohl Nur beim Lüften des Schleiers mir entgegen geblitzt hatte Ein Blick Augenblick Ja aber das genügte War es mir doch als starrte mich die Nacht mit Sternenaugen an Die Liebesnacht Oh mehr weit mehr noch Die Welten nach der Vergangenheit aus der die Zukunft tagt Das Dämmerlicht dieser trüben Gegenwart in dem ich bis jetzt hingelebt hatte mit Flammenglut verscheuchend So traf es mich damals Es war die Stimme des Blutes warf Afer fast nachlässig hin meinetwegen auch gerade der indische Blut Tropfen der in deinen Adern rinnt Ja es war ihre Stimme sagte Edmund sich in den Stuhl zurück werfend Ich Ich weiß Ich fühle es So traf damals der Blumen Pfeil des Liebes Gottes das Herz meines Ahnherrn geschickt von der Schönbrauigen der Raja Tochter Ein solcher Blick gab mir das Leben mir der ich damals noch im weiten Reiche der Ungeborenen Ahnungslosen schlief Und wahrlich jetzt wieder gibt er mir Leben und weit mehr die edlere Zwillingsschwester des Lebens die Liebe Liebe wie sie niemand im trägen Westen sich träumt und Macht wie sie nur im Morgenlande wächst Wenn es nur wenigstens bei der Ersteren bliebe rief Arthur erregt aufspringend Auch das wäre schon schlimm genug das Weib des guten Fürsten der dir Gastrecht gewährt zu verführen Doch dass nun auch dieser Brahmane mit seiner Priesterschlauheit dich gleich durchschauen muss und aus dieser Liebe seinen frevelhaftes Ränkespiel aufbaut dass es gar zu einem Verbrechen kommen muss Verbrechen Nun wenn ein Wort dich kopfscheu macht Ein Wort wiederholte Arthur und trat fast drohend an ihn hin Keine Stunde ist vergangen seitdem du selbst sagtest Kalarama habe dieses kleine Land durch seine Lebensarbeit empor gehoben oder war das vielleicht satirisch gemeint Oh nein nein er hat vieles vollbracht das erkenne ich an Der Name Kalarama ist nicht nur in Indien berühmt die englische Regierung ja jeder gebildete in England ein übermütiges knabenhaftes Lachen seines Vetters unterbrach ihn Oh das ist ja noch das Beste von allem ich denke mein Onkel Lord Pembroke wird der Schlag rühren wenn er hört dass ich anstatt nach Afghanistan zu gehen den großen Kalarama der wegen seiner Verdienste für die Kultur nächstens für den Hosenband Orden in Vorschlag kommt abgesetzt habe abgesetzt und kein Haar auf seinem Kopf gekrümmt fragte Arthur mit schauderndem Stimmklang gewiss nicht antwortete Edmund Ernst leicht gesagt meinte Arthur wie willst du das verhindern glaubst du Kalarama ist der Mann um ruhig zuzusehen er wird gar nicht in die Lage kommen zuzusehen dafür ist schon gesorgt und zwar wird es gerade deine sehr friedliche Rolle bei der Sache sein dies zu überwachen meine Rolle ich soll Kalarama gefangen nehmen schützen sollst du ihn lieber Vetter nenne es schützen es bleibt doch nein wirklich und wahrhaftig schützen deshalb habe ich ja dies für dich außersehen etwas das du mit dem besten gewissen tun kannst und wo du mir noch von dem größten nutzen bist denn doch hängt 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 ab an welchem Tor einer von unseren drei Vertrauten im Palast die Wache hält und das wird erst im letzten Augenblick entschieden Navina Singh ist zwar nicht misstrauisch dazu hat ihn das Opium zu sehr beruhigt im höchsten gerade misstrauisch aber sind diese alten indischen Palast Gebräuche denen immer routinemäßig gefolgt wird die Rani muss uns ja das in der elften Stunde verraten gleich viel Yankafur wird es vorher noch zur rechten Zeit wissen das Signal sowohl für ihn als für die anderen draußen um in den Garten hinein zu dringen wie auch für die mit Verschworenen drinnen um zu handeln ist das Feuerwerk nämlich das Festprogramm ist dies dass nach einigen Schaustellungen Tänzen und sowas die unten im Garten stattfinden der Raja mich auf der obersten Terrasse im Pfauen Pavilion empfängt ich erreiche sie auf der großen in mehreren Absätzen hinaufsteigenden Treppe von der du wohl schon gehört hast in dem Augenblick wo ich die Terrasse betrete geht nun um mich zu begrüßen das Feuerwerk los und seine Raketen sind die Funken die unsere Minen sprengen Yankafurs Lanzen spazieren in den Park hinein unsere Freunde drängen sich um den Fürsten zusammen um ihn zu schützen schob Arthur mit spöttischer Miene hinein sehr richtig und der Putsch ist da und Kalarama auch er sagte selbst er wolle bei dem Garten fest anwesend sein wird er auch aber an diesem Zeitpunkt schon nicht mehr denn nun kommt dein Departement du weißt dass das neue Schulgebäude das Kalarama der Stadt schenkt fast fertig steht und wohl auch dass es von der Bevölkerung nicht gerade mit günstigen Blicken betrachtet wird du hast aber wahrscheinlich noch keine rechte Vorstellung davon in welchem gerade der Pöbel in den letzten Tagen von den Brahmanen aufgewühlt worden ist gerade in Beziehung auf diese neue Schule in ihr werden die Kinder lernen die Götter zu verleugnen ihre Eltern zu verachten alle guten alten Sitten mit Füßen zu treten neue Sprachen anstatt der Muttersprache Mob vorgelogen haben sobald es nun hinlänglich dunkel ist wird die Schule von einem Pöbelhaufen in Brand gesteckt die Flammen werden im Palastgarten deutlich sichtbar sein und so gewiss wie wir beide Bösewichter hier sitzen wird Kala Rama keinen Augenblick zögern sich dorthin zu begeben um zu versuchen was seine Autorität da wirken kann dort bist du nun mit unseren zuverlässigen Leuten schützt ihn gegen die fanatische Volksmenge und führst ihn zu diesem Zweck hierher wo er in dem Zimmer des Professors ruhig lesen kann während drüben im Park die hundert und so und so vielste indische Palastrevolution hoffentlich ziemlich blutlos verläuft wenn also Kala Rama deine ganze Sorge ist oh durchaus nicht rief Arthur indem er aufsprang und den Stuhl zurückschob um erregt hin und her zu gehen das glaube ja nicht die Sache ist böse möge man sie wenden und drehen wie man will nun was soll denn dies in der letzten Stunde wenn dein Gewissen so zart ist warum bist du dann mit gegangen meinetwegen doch nicht da muss ich sehr bitten bei einem solchen Unternehmen heißt es jeder für sich und der Teufel für uns alle wie unsere Matrosen jeder für sich und der Teufel holt den letzten wie wir Schotten sagen so wird es nicht werden wenn man das Herz am rechten Fleck hat bis jetzt glaubte ich du hättest es jetzt sehe ich es sinkt dir in die Hose wenn es losgehen soll der Appell ans Herz wirkte auf den jungen Schotten mit einer Macht die ihm das Blut in die Wangen trieb und es ebenso schnell wieder zurück sog sodass er abwechselnd rot und blass seinem Vetter gegenüber stand und den Atem nochmals tief holen musste bevor er sprechen konnte gerade weil ich ein Herz habe und zwar auf dem rechten Fleck muss ich mitgehen und weil ich es habe verabscheue ich die Sache zu der ich mitgehen muss so liegen die Dinge es war für mich in for a penny in for dein Mitschuldiger werden oder von hier fort gehen letzteres hieße aber Amanda verlassen sie mitten in solchen Gefahren zurückbleiben lassen Edmund spitzte die Lippen und ließ durch seinen leise pfeifenden Ton sowohl sein plötzliches Verständnis der Situation wie seine Überraschung verlauten ach so die hat es dir angetan ihr habe ich es also zu danken denn offen gestanden ich hätte deine getreue Schotten Natur ungern an meiner Seite vermisst in dieser Sache wo ich von so vielem Verrat umgeben bin ja ja ein reizendes Mädchen eins von den Geschöpfen denen zuliebe man schon sein Gewissen ein wenig verkürzen kann so ich meinte du hättest sie kaum bemerkt ob schon du sie freilich länger kennst als ich gewiss habe ich es und wenn nicht früher heute musste ich sie wenigstens entdecken das Gesicht Arthurs nahm einen etwas beunruhigten Ausdruck an heute wieso denn nun kürzlich als sie mich so plötzlich draußen auf der Veranda stehen sah während ihr anderen alle durcheinander schriet da konnte sie einen leisen Aufschrei vor Freude nicht zurückhalten sodass ich mir schmeicheln darf dass sie wenigstens einen kleinen Anteil an meinem Schicksal nimmt Arthur biss sich auf die Lippen ein Glück für mich sagte er mit einem halbspöttischen Lächeln dass du nicht länger ein gefährlicher Rivale bist wenn du die Rani nimmst kannst du doch nicht Amanda haben na was das anbelangt in Indien kann man alles haben Edmund die blitzenden grauen Augen und die in plötzlicher Wut zusammengebissenen Lippen seines Vetters ließen Edmund einen Schritt zurück weichen dann lachte er kurz auf nun nimm es doch nicht gleich so tragisch Mann denke ich doch gar nicht daran dir in den Weg zu treten nur mit den albernen Konventionsgesetzen darfst du mir hier nicht kommen als ob wir in Grosvenor Square wären also gewinne dir deine deutsche Jungfrau wie ich meine Rani oh noch hast du sie gar nicht gewonnen lieber Edmund und mit einem Blick dessen freudiges Aufleuchten ein plötzliches Auftauchen einer vorher nicht gesehenen Hoffnung verriet ja wer weiß kaum dass du sie ein paar mal unter vier Augen gesehen hast blicke gewechselt wenn sie auch orientalisch feurig sind worte zugeflüstert mögen sie auch von indischer dreistigkeit sein was ist das schließlich mit einem fremden kokettieren das ist wohl auch für eine Kenana Frau etwas anderes als das worum es sich hier handelt wer steht dir dafür dass sie nicht im letzten Augenblick zurückscheut die ganze Sache umwirft denn alles hängt doch nur an ihr ja wenn du sie nur erst besäßest sie bis zum Wahnsinn berauscht zu deiner Sklavin gemacht hättest aber noch gehört sie dir nicht nicht rief Edmund mit blitzenden Augen aufspringend lass die Hoffnung fahren Arthur sie wird es tun Arthur starrte ihn ungläubig an sie wird es und morgen ist das fest ja und zwischen heute und morgen liegt die nacht eine indische vollmond nacht und eine ganz besondere dazu chandra singh brachte mir die mär ruinen ragen aus seichtem wasser in verborgener bucht empor nach uralter sitte wird die rani in dieser nacht wenn der vollmond aus dem waldes dunkel steigt sich dorthin begeben nur von ihrer aya begleitet um Lakshmi das Lampenopfer halb eine poetische Opferfeier halb ein kindisches Spiel die Gabe der schwimmenden Lampe oh sie wird nicht vergebens werden die glücksgöttin wird sie erhören arthur dem jungen schotten entging der triumphierende blick seines vetters unstet schweifte sein eigener blick am boden umher er fühlte dass seine letzte hoffnung eine vergebliche war dass diese nie rastende tatkraft ihre sache durchsetzen würde aber eine plötzliche gedanken verbindung eröffnete ihm eine neue aussicht chandra sing hat dir das geheimnis verraten ja auf der jagd eine mitteilung vom oberpriester der ja auch dafür zu sorgen hat dass solche opfer gelingen und man sagt dass chandra sing selbst die rani liebt nun ein sehr lustiges gesicht schnitt er auch nicht dabei wie wohl er versuchte der brahmane hat ihn eben unter der knute denn er ist so abergläubisch wie irgendein altes weib edmund dann ist er es der die tax im hinterhalt gehabt hat riechst du auch die lunte brüderchen wenn er und sein sauberer freund pertab selbst keine tax sind will ich gehängt sein aber noch nicht erdrosselt aber lassen wir die lapalier du hast es selber nicht als eine lapalier behandelt als du kala rama den romal gabst siehst du nicht was sich da für ein nettes spielchen vorhatte wenn bei ihm sich ein leiser verdacht gegen mich regen sollte was könnte dann geeigneter sein ihn von der richtigen auf eine falsche fährte zu bringen als dieser romal sind doch die kalianbeter seine bittersten gegner und mich wollen sie aus dem als ob ich mit seinem feinde unter einer decke stecke es konnte mir wahrlich nichts bequemeres kommen als diese tax er blickte ihn etwas verdutzt an er hatte einen augenblick gehofft dass dieser meuchlerische mordversuch seitens der nächsten verbündeten und verschworenen anhänger geeignet wäre edmund von diesen zu trennen und von diesem vorhaben abstehen zu lassen dass selbst wenn es gelänge ihn mit neuen tödlichen gefahren des verrats umgab jetzt sah er wie sehr er sich geirrt hatte und konnte trotz seiner missbilligung nicht umhin die unerschrockenheit das zähe festhalten des zieles besonders aber die elastizität zu bewundern mit der sein vetter selbst ein attentat das ihm auf ein hartes leben gekostet hätte behendet zu seinem vorteil wandte und es unter die mittel zu seinem zweck eingliederte edmund las seine gedanken und klopfte ihm lachend auf die schulter nein nein arthur so lasse ich mich nicht abschrecken ich habe tippo sahibs wort zu dem meinigen gemacht lieber zwei jahre als tiger leben denn zweihundert als schaf und nun musst du mir ein zuckersüßes abschlägiges schreiben an unseren guten onkel archibald aufsetzen ach nimm auch diesen schatz mit fügte er hinzu indem er den deckel des kleinen silbernen schreins zumachte und schließe ihn in den eisernen schrank ein ich mag mich nicht länger von dem ding anglotzen lassen ende von abschnitt elf gelesen von hukuspokus abschnitt zwölf von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org die weltwanderer von karl kjellerup erstes buch kapitel elf othello und des dem als arthur das zimmer verlassen hatte war es als ob eine maske vom gesicht admins fiel die lebhafte energie die wagemutige unternehmungslust die freudige siegeshoffnung verschwanden sobald er allein war und sich in den sessel sinken ließ mit nachlässiger hand fing er mechanisch an in den die tischplatte bedeckenden papieren zu kramen ein kleiner brief fiel ihm in die hand dessen handschrift ihm bekannt sein mochte denn seine fast müden züge überflog ein halb wehmütiges lächeln wie bei dem plötzlichen wachwerden alter jugenderinnerungen noch hielt er den ungeöffneten brief in der hand als die türe sich leise öffnete und amanda in das zimmer trat edmund blickte auf mit einem gewöhnlichen höflichkeits lächeln das aber sofort herzlicher und wärmer wurde denn ein seltsam gemischter ausdruck der in dem klaren festen blick des mädchens wie in einem brennpunkt gesammelt offenbar auf ihn zielte ihn irgendwie anging gab dem reiz ihrer züge der durch das gespräch mit arthur ihm vielleicht mehr als sonst zum bewusstsein kam eine erhöhte macht er warf den brief von sich und erhob sich eine bewegung die sie missdeutete ich fürchte dass ich sie störe sagte das mädchen und ich möchte sie nicht fortjagen ich suchte sie gerade ich sah dass ihr vetter nach dem kiosk hinunter ging und dachte sie würden allein sein was ich jetzt glücklicherweise nicht mehr bin da ich eine so angenehme gesellschaft genieße sagte Edmund galant es war sehr freundlich von ihnen mich aufzusuchen zwischen den papieren gewahrte sein zufällig umherschweifender Blick einen lebhaften grünen Fleck den marokkan band von seinen gedichten die er ihr am tag vorher gegeben hatte ah dachte er sie ist von der lektüre so ergriffen welches mädchenherz könnte auch meinem schatz der piraten widerstehen und konnte nicht länger warten um mir ihre bewunderung auszusprechen nun steht das arme mädchen verlegen da und weiß nicht wie anfangen setzen wir uns also mein fräulein und plaudern wir begann er das eis zu brechen aber amanda blieb stehen und schüttelte den kopf ich habe ihnen etwas zu sagen das sobald wie möglich gesagt werden muss ich muss sie warnen warnen das gespräch schien eine wenig literarische richtung nehmen zu wollen und keine so angenehme wie er es sich versprochen hatte ja ich muss sie fragen ob sie das mädchen stockte und brennendes rot übergoss ihr gesicht dann setzte sie resolut fort ob sie sich auf irgendeine weise die feindschaft des rajputen chandra sing haben zuziehen können edmund stutzte sichtbar bei dieser frage die freimütige ableugnung einer solchen möglichkeit auf die amanda im geheimen gehofft hatte blieb aus im gegenteil ob er auch mit worten nichts gestand meinte sie es ihm ansehen zu können dass er von dieser feindschaft sehr wohl wusste so war es denn so sie waren rivalen in der bewerbung um die gunst der rani ihr herz pochte und sie fühlte sich plötzlich so schwach dass sie den angebotenen stuhl doch annehmen musste ich glaube nämlich zu wissen dass chandra sing sie tödlich hasst ja ich muss noch mehr sagen dass er ihnen heute nach ihrem leben getrachtet hat in der tat rief edmund und gestatten sie mir die frage woraus schließen sie das das ist es gerade was mir zu erklären so schwer fällt es ist ja eine schwere Anklage und dafür soll man gute Gründe anführen können und ich habe keine nichts als Blicke und Minen die zwar mich selbst überzeugen aber keinen anderen urteilen sie selber was es mich kostet ihnen davon zu sprechen welches unheil könnte ich nicht damit anstiften wenn ich mich irre das ist es aber eben ich weiß dass ich mich nicht irre die schlecht verhielte Freude des Ratschputen als sie nicht zu Hause waren die überlaute Versicherung könnte und dann als sie plötzlich draußen standen der Blick voll Enttäuschung und Wut den er mit seinem Vertrauten wechselte mit dem kleinen fast verwachsenen Mann Pertab meinen sie ja so nannte Herr Steele ihn oh ich weiß es als ob ich es gehört hätte sie haben ihnen eine Falle gestellt der sie nur zufällig entgangen sind ohne sie auch nur zu bemerken bis auf den letzten Punkt sind ihre Schlüsse vollkommen richtig Fräulein Eichstätt antwortete Edmund ruhig und machen ihrem Scharfsinn die größte Ehre bis auf einen Punkt wiederholte Amanda und starrte ihn fragend mit halb geöffneten Lippen an ja liebes Fräulein ich bin ihnen dankbar mehr als das ich bin ihnen herzlich verbunden weil sie ihre Beobachtungen nicht schüchtern bei sich behielten und auch wohl keinem anderen anvertraut haben Amanda schüttelte den Kopf tun sie das auch bitte nicht lassen sie das zwischen uns bleiben und ich will ihre Offenheit mit der echten vollgewichtigen Münze bezahlen ja sie haben mir Gewissheit gegeben wo ich nur Verdacht hatte und das ist mir allerdings von der größten Wichtigkeit oh die Falle habe ich recht deutlich gespürt er erzählte ihr sein Abenteuer nur etwas anschaulicher und dramatischer als er es dem Minister berichtet hatte wozu ihn wohl die anders geartete Zuhörerschaft aufmuntern mochte Amanda saß ihm gegenüber den Arm von dem der weiße offene Ärmel herunter glitt auf den Tisch gestützt einen schönen leicht gebräunten Arm von fast kindlicher Form deren Linie vom Ellenbogen ab mit anmutigem Schwung ohne Übergang am Handgelenk in die Hand hinauf lief in welcher der etwas schräg geneigte Kopf mit dem kurzen Kinn ruhte wie um eine feste Stütze zu haben um unverwandt den Erzähler im Auge zu behalten während die halb geöffneten Lippen weiter zu fragen schienen und die Brust deutlich verriet wie getreulich ihr Atem mit der Steigerung seiner Fährlichkeiten Schritt hielt unter den vielen Spitznamen die ihm der Byron Schellische Kreis in Pisa beigelegt hatte war Othello einer der beliebtesten gewesen nie hatte er sich seiner so würdig gefunden wie in diesem Augenblick so mochte des Dämoner gesessen haben als sie mit durstigen Lippen Othellos Rede verschlang wenn er von manchem harten Fall sprach und würde es auch weiter nach dem Text gehen sie liebte mich weil ich Gefahr bestand ich liebte sie um ihres Mitleids willen nun von Liebe war ja nicht die Rede wenigstens bei ihm nicht nur von einem eigentümlichen Interesse bei ihr freilich mochte es anders sein warum sollte sie nicht etwas in ihn verliebt sein die Natur hatte an Edmund nicht gerade ein Muster der Bescheidenheit geschaffen und seine Lebenserfahrung hatte ihn nicht gelehrt von seiner Anziehungskraft dem schönen und schwachen Geschlecht gegenüber gering zu denken dieser Fremde hat ihnen das Leben gerettet sagte Amanda als er endlich schwieg und man hörte ihrer Stimme die tiefe innere Erregung wohl an und wer mochte er wohl gewesen sein weiß ich es jedenfalls ein wandernder Yogi einer den sie für einen heiligen hielten nun wer hinter dieser Bande steckte erriet ich wohl aber ihre Beobachtungen haben mir Sicherheit gegeben liebes Fräulein Amanda wie soll ich ihnen danken er nahm bei den letzten Worten Amandas Hand und drückte einen Kuss darauf danken nun dadurch dass sie vorsichtig sind und ihre Freunde nicht in zu große Unruhe um ihre Sicherheit versetzen oh jetzt bin ich gepanzert dank ihrer Wachsamkeit wird Chandra Singh finden dass er besser tut mir solche Streiche nicht zu spielen Amanda erhob sich es verdross Edmund dass dieses Gespräch schon zu Ende sein sollte das Interesse das sein Vetter bei ihm für das junge Mädchen geweckt hatte war vielfach gesteigert worden durch den scharfen Blick und Verstand den sie so unerwartet zutage legte vor allem aber durch den lebhaften Anteil an seiner eigenen Sicherheit den sie dadurch verriet er sah sie ungern scheiden da bemerkte er wieder jenen grünen Fleck zwischen den weißen Papieren Seine Gedichte richtig hatte er doch gedacht dass sie ihretwegen käme und gewiss brannte sie auch darauf von ihnen zu reden um ihre Bewunderung auszusprechen nur war das liebe Mädchen eben zu scheu um in dieses neue Gebiet hinüber zu springen es wäre unritterlich gewesen wenn er ihr nicht geholfen hätte ich sehe hier mein Buch liegen das ich ihnen gab und darf mir wohl damit schmeicheln dass sie sich mit meinen Gedichten die Zeit etwas vertrieben haben darf ich fragen wie sie ihnen gefallen was kann ihnen daran liegen meine Meinung zu hören fragte Amanda offenbar ausweichend aber ausweichend auf eine Weise die der bescheidene Dichter gänzlich missverstand oh die Dichter leben vom Lob der Frauen Lippen ein schalkhaftes etwas mutwilliges Lächeln umspielte die Lippen Amandas als sie erwiderte sie sind also sicher dass es ein Lob sein muss Edmund stutzte und antwortete mit einer galanten Verbeugung von solchen Lippen würde auch Tadel gern angenommen werden nun da sie es so wollen ich lese lieber Lord Byron selber Edmund biss sich auf die Lippen darauf war er allerdings nicht vorbereitet gewesen dann warf er Kopf und Haar zurück mit der ihm eigenen Bewegung die sie so gern mochte oh ich schäme mich durchaus nicht meinen unsterblichen Freund zum Vorbild genommen zu haben braucht es gerade die Dichtung zu sein er endete mit einer großen Tat und Taten schätzen sie höher nun wohl ich war mit ihm bei dieser Tat wie sie wissen und ihre Worte bringen mir unser letztes Zusammensein mit schmerzlicher Deutlichkeit in Erinnerung es tut mir leid Sergio William sagte Amanda mit aufrichtiger Teilnahme wenn meine Worte eine unheilbare Wunde aufgerissen haben es war gewiss nicht meine Absicht das weiß ich und ich zeige es ihnen dadurch dass ich ihnen von jener Abschiedsstunde erzähle sie sind der erste Mensch mit dem ich davon spreche wir saßen nachts bei einer Flasche schwarzen Weins zusammen auf dem Achterdeck der guten Brick Herkules die uns von Genua nach den Gestaden Griechenlands getragen hatte sie lag unter der hohen Felsen Küste Kephalonias und gegen den hellen Mondschein Himmel zeichnete sich die Gebirgssilhouette Itakas mit dem Einschnitt in der Mitte wie ein steinerner Hexameter dem Meer entstiegen Am nächsten Morgen sollte ich nach Morea gehen um persönlich die Verhältnisse dort zu untersuchen wenn die Dinge sich zu einer Farce entwickeln sagte Lord Byron dann gibt es neuen Stoff für Don Juan nehmen sie eine dann kriegt ihr einen neuen Kanto von Child Harold Oh wer weiß sagte ich wenn wir uns wieder begegnen ist vielleicht Griechenland frei und du bist sein König und hätte er gelebt so war ich hier stehe er wärs geworden da lachte Byron und rief dann bei Jupiter sollst du das Raja Blut in deinen Adern wach rufen und dir eine Krone in Indien suchen und dann wollen wir beide das Verse schreiben lassen wer würde Reime schmieden wenn er herrschen kann so trennten wir uns ich ging nach Morea und von dort nach Athen und richteten sich dort einen Harem ein um wie ein Türke Amanda hielt inne erschrocken über die Worte die sie nicht hatte zurückhalten können und deren bittere Ironie ihn wie ein Schlag traf Edmund trat einen Schritt zurück und in seiner dunklen Gesichtsfarbe war das plötzliche Erröten sichtbar wie können sie wissen aber mit vor Wut heiserer Stimme fügte er hinzu hat Arthur ihnen oh sie schreiben es ja selbst in einer Note richtig das vergaß ich und lächelnd erfolgte die Frage vielleicht hat die Note ihnen noch mehr als meine Gedichte missfallen bewundern konnte ich es nicht gerade jedenfalls schloss ich bald genug meinen harem und ich lag nicht üppig gebettet in den acht Monaten als ich mit meinem freunde Odysseus die Höhe von Panas gegen die Türken verteidigte und schrieb auch keine Verse diese schlechte Gewohnheit riss erst später ein und jetzt fragte Amanda ihn fest ansehend ein seltsames zweideutiges Lächeln das sie nicht verstand und das ihr keineswegs gefiel kräuselte die vollen Lippen Edmonds jetzt ja jetzt wäre es freilich wieder eine Zeit der Tat wenn auch kein Griechenland mehr ruft das Vaterland ruft sie mich so sagt Kala Rama ach so die Sendung nach Afghanistan meinen sie die hatte ich ja schon vergessen freilich sieht diese Tat ein wenig nüchtern aus wenn man sie mit der Befreiung Griechenlands vergleicht wenn es aber die Tat ist die der Augenblick verlangt er möge sie von einem anderen verlangen doch wenn sie nun gerade der Mann sind Edmund warf trotzig den Kopf zurück ich der Mann um die Krämer Politik einiger englischen Lords zu betreiben ich ich soll ihnen dienen oh nicht ihnen sie würden höheren Zwecken dienen denn Kala Rama sagt dass der Augenblick entscheidend ist vielleicht auf lange Zeit entscheidend für die Zivilisation Zentralasiens er meinte dass wenn ihnen die Mission gelänge Grenzstreitigkeiten und vielleicht große Kriege unermessliches Blutvergießen verhütet werden würde und unabsehbar wären die Folgen für die Zukunft das sagte er mir und meinem Vater und wer könnte darüber urteilen so wie er es sei dass eine Sache wo der Ruhm in keinem rechten Verhältnis zu dem Verdienst und zu den Gefahren stände wer sie aber durchführte der würde sich um die Menschheit verdient machen und er hofft noch dass ich es versuchen werde er war in der Tat dessen fast sicher und wie sollte er auch nicht sie können ja gar nicht anders wenn ich mir denke dass es jemandem gegeben wird der Menschheit zu dienen Segen zu verbreiten und Gräueltaten zu verhindern und bliebe er auch dabei selbst ganz unbekannt welch seliges erhebendes Gefühl müsste das sein er gesteht aber dass die Gefahren für den Betreffenden sehr groß sind Amanda wandte sich unwillig ab sie spotten über mich und ich verdiene es wohl auch da ich so mit ihnen spreche wie sollte ich doch über sie spotten mein gnädiges fräulein dass sie von gefahren sprechen als ob die sie hindern könnten edmund musste überdies naiv ausgesprochene zutrauen lächeln es schmeichelte ihm aber wenigstens ebenso viel wie ihr absprechendes urteil über seine poesie ihn verletzt hatte sie müssen sehr mutig sein fräulein eichstätt wenn sie über gefahren so gering denken doch das weiß ich ja längst ich habe sie ja gefasst wenn auch nicht ruhig gesehen wo keine andere ihres geschlechts ihre sinne beisammen hatte amanda schüttelte den kopf das gemeinsame erlebnis auf welches edmunds letzte worte hindeuteten und das auch arthur ihr heute zurückgerufen hatte war auf immer mit den lebhaftesten farben in ihre erinnerung eingebrannt dafür hatte schon seine entsetzlichkeit gesorgt es hatte aber bei ihr in viel tieferen und weit lebendigeren gemütsschichten als der des gedächtnisses wurzel geschlagen denn es war nicht nur ein moment von so wilder drohung wie sie nur selten einem jungen mädchen ins gesicht starrt sondern gehörte auch zu jenen deren gemeinsames durchleben zwei zwei menschen anders einander gegenüber stellt als alle anderen isoliert in einer eigenartigen vertrautheit die auf immer eine entfremdung unmöglich macht so empfand sie es wenigstens und in diesem augenblick verwirrte es sie dass er jenes erlebnis als zeuge anrief so schüttelte sie denn nur abwehrend den kopf ich bin nicht mutig ich bin ein weib sagte sie einfach und die männer sind so mutig denken sie die männer nicht aber sie und arthur ihr vetter nun amanda sah ihn verwirrt an überrascht über diese unerwartete frage ja ich denke eben wenn ich hinginge möchte ich ihn doch mitnehmen trauen sie ihm ebenso viel mut zu wie mir amanda schwieg die gedanken striche der brauen rückten einander näher bei der stummen erörterung dieses problems vielleicht nicht ganz so viel vagemut aber genug um ihnen zu folgen das würde genügen sehen sie rief amanda mit freudigem aufblicken sie gehen in ihrem herzen sind sie ja schon entschlossen wie wird sich der gute kala rama freuen edmund war im begriff gegen diese schnelle schlussfolgerung zu protestieren besann sich aber doch noch rechtzeitig darauf dass er auf sehr unvorsichtige weise dem minister gegenüber seine weigerung ausgesprochen hatte und dass er ja gerade eine gelegenheit suchte um den eindruck den eine so bestimmte weigerung vielleicht zurückgelassen hatte wieder zu verwischen oh nein fräulein amanda entschlossen bin ich noch keines weges aber sagen sie ihm dass ich es mir noch überlegen werde gewiss das werde ich ihm sagen aber jetzt muss ich mich beeilen tirani erwartet schon meinen besuch ende von abschnitt 12 gelesen von hukuspokus abschnitt 13 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org die weltwanderer von carl gellerup erstes buch kapitel 12 aus alten tagen edmunds blick folgte ihr als sie hinausging und blieb an der tür haften die sich nach ihr schloss wie kommt es dachte er dass ich monatelang mit diesem mädchen unter einem dache lebe von der see und fluss reise gar nicht zu reden und sie erst jetzt so recht entdecke welch temperament welch lautere flamme der begeisterung des idealismus und welcher eigensinn wie hübsch dazu sogar schön besonders wenn sie so spricht bin ich denn blind gewesen nur geblendet wenigstens in der letzten zeit meine königliche lotusrose wie unnahbar auf abgrundtiefem wasser schwimmend hat meinen blick so fest auf sich gezaubert daß ich der hyazinthe die im grase neben meinem fuße wuchs nicht achtete aber freilich und die ängste und wie reizend kleidete sie das edmund meinte den grund gefunden zu haben warum das bild des jungen mädchens ihn jetzt so mächtig erfüllte hat hätte er die fähigkeit besessen tiefer in sich zu blicken würde er aber entdeckt haben daß der eigentliche grund ganz woanders steckte daß ein junges mädchen mit dem er so lange tagtäglich zusammen gewesen war für ihn sehr eingenommen sei daß seine todesgefahr ihr innerstes in den ängstlichen aufruhr versetzen müsse war für einen mann mit edmunds natürlichem selbstbewusstsein und mit seinen lebenserfahrungen etwas so selbstverständliches daß wenn jemand behauptet hätte edmund könnte nicht durch ein paar worte und blicke die zündstoffe in diesem kleinen deutschen mädchenherzen zu hellen flammen entfachen er nur ein mitleidiges lächeln für so eine naive ansicht gehabt hätte über das selbstverständliche regt man sich nicht auf kaum daß man es beachtet aber dies mädchen hatte sich nicht geschmeichelt gefühlt als er nach ihrem urteil über seine gedichte fragte sie hatte nicht mit schüchterner verlegenheit einige komplimente hervorgestottert als er solche erwartete ja fast herausforderte im gegenteil sie hatte ihn an seinem empfindlichsten punkt verwundet diese zarten aber keineswegs nach dem cupido bogen gezeichneten lippen hatten nicht nur bebend vor erregung ihn gewarnt sie hatten auch im spottlächeln gekräuselt ihm einen beißenden fast epigrammatischen sarkasmus ins gesicht geschleudert diese klaren braunen augen hatten nicht nur im schatten seiner fährlichkeiten ihre leuchtkraft eingebüßt sie hatten auch spöttisch sprühend über ihn gelacht das war etwas neues dieser stachel saß tief drinnen und nagte und reizte ihn auf so wenig er sich das eingestehen wollte und dies war der nächste wenn auch lange nicht der tiefste grund weshalb er sich jetzt unter dem Einfluss dieses Frauenwesens befand und ihr Bild ihm nicht aus dem Sinn wollte nach seiner Gewohnheit schloß er die Augen um dies Bild deutlicher zu sehen da stand sie wieder vor ihm wie in dem Augenblick als sie nach der Warnung weggehen wollte und 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 er den Arm arm darum zu legen und gerade in der passenden Höhe wie Edmund jetzt fand obwohl er sonst wohl noch höher gewachsene Frauen vorgezogen hätte vom vier schrötigen Vater hatte ihr äußeres herzlich wenig sie mußte ihrer früh verstorbenen Mutter ähnlich sehen und aus irgendeinem unsinnigen Grund war es ihm angenehm zu wissen dass diese von altem deutschen Adel gewesen er fand Rasse in diesem Gesicht das jenen viereckigen Typus aufwies den man in den Übergangsgebieten zwischen Europa und Asien trifft nur dass hier die Kontur viel sanfter und feiner war von einer durch und durch beseelten Linienführung die im leichten und weichen Schwung des kurzen Kinns ihm umso mehr behagte als das lange Kinn der typischen englischen Lady ihm immer langweilig vorgekommen war ganz besonders aber wunderte er sich über ihre Augen die ihm früher nie aufgefallen waren wie unkonventionell sind diese Augen sagte er sich wenn es für uns ein unbestrittenes Dogma gab war es dann nicht dies das zu einem schönen Frauengesicht lange wie mit dem Pinsel gezeichnete Brauen gehörten wie etwa bei der Idee oder der Gulnare dort meine Griechinnen hatten das und die Rani hier der Pinsel etwas tief getüncht getüncht freilich und in einem Strich geführt ein Adler der über den Abgründen der Augen schwebt und hier nur zwei wohl getrennte braune Gedanken Striche und sonderbar gerade das gefällt mir nun hinter diesen Gedanken Strichen stecken Gedanken und nun die Augen selbst groß sind sie nicht aber wie leuchtend olivbraun fast die berühmten grünen Augen der Spanierinnen but damn their eyes die Südländerinnen haben nie diese lebendige Durchsichtigkeit wie im Wald des Schatten dahineilendes Wasser und vor allem der Ausdruck wie sie mich so ansah als sie mir ins Gewissen reden wollte und vom selbstlosen Dienen der Menschheit sprach woran mich das nur erinnert so lebhaft so es ist zum verrückt werden es äfft und neckt mich jeden Augenblick meine ich die Ähnlichkeit ergreifen und mit Namen nennen zu können und dann ist sie wieder entflohen über die Schwelle der Erinnerung weg und verschwunden Ähnlichkeit aber ist es auch Ähnlichkeit ist es nicht vielmehr Identität des Verschiedenen woher kommt mir nun der Ausdruck angeflogen richtig der Professor brauchte ihn kürzlich als wir über die Seelenwanderungslehre sprachen die Formel der Wiedergeburt dasselbe in anderer Erscheinung gut und was war denn die erste Erscheinung woher kenne ich den Ausdruck dieses Blickes Nein hol mich der Teufel ob ich jetzt länger in der Erinnerungswildnis nach einem Ähnlichkeitsspuk herumjagen will wie der von Puck genas führte Lysander mit einer ungeduldigen Bewegung ergriff er den Brief den er gerade hatte öffnen wollen als sie hereintrat das Kuvert war London gestempelt aber nicht nach der nebelgrauen Metropole der Themse rief der Brief ihn zurück sondern nach der sonnigen Stadt am Arno wo er unvergessliche Jugendtage in der Gesellschaft zweier unsterblicher Dichter verlebt hatte nach dem lieblichen stillen von der Größe verlassenen in wehmütiger Schönheit ruhenden Pisa der Brief war von der Witwe eines dieser Dichter von Mary Wollstonecraft Shelley Wie oft hatte er damals ein Billett mit dieser festen und doch so anmutsvollen Handschrift bekommen das nur ein paar Worte enthielt Wir sehen sie doch heute Kommen sie heute Abend Wenige Worte aber welche Verheißungen von neu belebenden geistigen Eindrücken enthielten sie Eindrücke wie sie nur wenigen Sterblichen zuteil werden Denn das Gespräch dieses neunundzwanzigjährigen inspirierten Knaben in dem der Genius der Poesie sich verkörpert zu haben schien war mit den Improvisationen der größten Tonsetzer vergleichbar von deren Zauber selbst ihre fertigen Meisterwerke kaum einen Begriff geben können Es schien ihm indem er diese Schriftzüge erblickte als ob er das schrille fröhliche Pfeifen der Schwalben vernehme die zur Abendzeit in solcher Menge über Pisas Case kreisend hin und her schwirrten wie er sie sonst nie gesehen hatte dass er den kühlenden Hauch des Arno verspüre dessen gelbe Fluten mit dem Glanze der letzten Sonnenstrahlen in ihre Wirbel verwoben unter der Marmor Brücke heranrauschten worauf er stand hinter ihm der im goldenen Abendlicht gebadete Lungarno Mediceo in dessen Häuserkurve Palazzo Lanfrancis ernste vom Geiste Michelangelos geprägte Fassade hervorleuchtete und ihm noch zu rufen schien das Echo seiner eisenbeschlagenen Türe war noch in seinem Ohr die Kälte der großen düsteren Vorhalle in seinem Rücken und in seinem Sinne Lord Byrons prickelnde Konversation die in dem Devil May Care Stil seines Don Juan mit allem zwischen Himmel und Erde und mit diesen selbst Ball spielte und ihn immer unzufrieden mit sich selbst und mit seinem Dichterfreunde entließ Doch das lag nun hinter ihm und er hätte wie ein freigelassener Schuljunge vor Freude aufschreien mögen als er nach Casafrasi hinübereilte wo in der kleinen hellen Wohnung der Shellys eine kongenialere Atmosphäre ihn erwartete in deren Herzenswärme alle die Sympathien und Gefühle die der Pilger drüben im düsteren Palazzo als törichte Illusionen denunzierte sich zur vollsten Blüte entfalteten Er meinte den kleinen geistsprühenden Kopf des göttlichen Poeten vor sich zu sehen und das blonde liebe Gesicht Marys deren stiller Reiz in seinem ungestümen Herzen unvermerkt eine zarte Schwärmerei erweckte die ihn später sogar dazu brachte ihr seine Hand anzubieten freilich nur um die Ablehnung zu erhalten sie würde nie den Namen Shelly gegen einen anderen umtauschen oh wie brachte jetzt der Anblick dieser Zeilen von der Jugend Freundin ihm jene goldenen Tage so lebhaft zurück auf einmal so greifbar nahe und doch wieder so unendlich fern als ob sie einem anderen Leben angehörten als wäre er hier in Indien wiedergeboren worden und sähe zurück auf ein Leben in Italien und wie reich wie unbegreiflich reich schien ihm jetzt jenes Leben es war Liebe Poesie Freundschaft Enthusiasmus Begeisterung für die höchsten Ziele der Menschheit für den Kampf der Lichtgeister gegen die Finsternis des Aberglaubens für Recht und Freiheit es war Jugend und einen Augenblick war es ihm als müsse er den Kopf auf den Tisch legen und schluchzen schluchzen in den melodischen Klagelauten die ihm sein unsterblicher Freund der Pilger in jenem pompös düsteren Palastraum vorgetragen hatte No more no more Oh never no more on me The freshness of the heart can fall like dew Nein murmelte er mit einer unmutigen Bewegung wie um seine Träumerei abzuschütteln Ein sentimentaler Konspirator das fehlte nur noch Lass uns doch nun endlich sehen wie es der guten Mary geht Der guten Mary ging es nicht sehr gut aber die edle hart geprüfte Frau hatte nur wenige Zeilen übrig für ihr eigenes trauriges Leben für die Armut in die der Hass ihres Schwiegervaters sie mit eiserner Hand hinunter drückte was was dann folgte versetzte ihn mit einem ruck wieder mitten in die Zeit zurück von deren Traumfahrt seine Gedanken sich soeben mit Gewalt losgerissen hatten dein letzter Brief lieber Che enthielt einen Satz der mir sehr lebhaft unsere ersten Pisa Tage zurück rief vielleicht die glücklichsten meines Lebens da wir arm sind schreibst du so sind die Reichen unser Erbe und wir haben das gute Recht sie auszublündern und auf jede Weise auszunutzen nun ist das nicht ein so gutes Beispiel wie irgendeines der Paradoxen womit du uns damals überrascht ist von jener Korsaren Moral über die sich Shelley zuerst empörte und dann lachte während sie Albé auf das Höchste entzückte Fußnote Albé Spitzname Lord Byrons im Schellischen Kreise Ende Fußnote Bei Jupiter rief er dieser Korsar ist noch verruchter als ich selber ihm ist nicht einmal das Geld heilig aber er hatte Unrecht denn vieles war dir noch heilig wofür er nur ein Achselzucken oder einen Witz hatte wenn ich an dich denke wie du damals zwischen den beiden Dichtern hin und her pendeltest da kommt es mir vor als ob Shelly stets dein guter Genius gewesen wäre und Byron nicht selten dein Böser Es will mich auch bedünken als merkte man es dir später an dass dieser gute Genius dich verlassen hatte Ach merkt man es doch uns allen an dass er uns verlassen hat Wie öde war es in unserem Kreis sobald die Wellen des Mittelmeeres sich über ihm geschlossen hatten Aber bedenken wir nur immer dass es auf uns selber ankommt ob er uns wirklich verlassen hat Und du lieber Freund bist ja auf immer als sein Eigentum gestempelt Was ich jetzt sage würden viele als Blasphemie auffassen Du aber nicht Es hat Heilige gegeben die mit den Wundmalen des Heilands stigmatisiert waren Und ein solches Mal hast du davon getragen In dem Augenblick als du aus dem Scheiterhaufen das noch unversehrte Herz Shelleys rettetest Cor Cordis Cordium Fußnote Cor Cordium das Herz der Herzen ist die Inschrift die Mary auf Shelleys Grabstein setzen ließ Ende Fußnote Als Als dir zum letzten Mal die Hand drückte fühlte ich noch die Narbe jener alten Brandwunde und ich sagte mir dieser wenigstens kann nicht untreu werden kann nie jenem göttlichen Dichter und Propheten oder seinem Geiste untreu werden Edmund ließ mit einem tiefen Seufzer den Brief in den Schoß sinken und unwillkürlich suchte sein Blick ein großes Aquarell das an der hinteren Wand des Zimmers hing die Bogenlinie einer flachen sandigen Küste mit unabsehbarem dichtem Pinienwalde worüber blaue Berge ihre hier und dort weißlich glitzernden Gipfel erheben im Vordergrunde mitten auf dem Sande zwischen Wald und Wasser flammt ein Scheiterhaufen von einigen Männern umstanden ein kleiner Zweimaster spiegelt seine weißen Segel in den blauen Fluten es war nur ein mäßiges Kunstwerk offenbar mit großer Treue von dilettanten Hand hergestellt aber das warme fast glühende Licht das von außen herein strömte verlieh ihm eine täuschende Wirklichkeits Kraft und der Scheiterhaufen der bei nüchternem Tageslicht gesehen nur einige gelbe und rote Farben Kleckse war schien jetzt Edmund so feurig zu lodern und zu prasseln wie damals als Lee Hand die Wein Libation in seine Flammen goß goß und Byron über der Asche seines Dichterbruders homerische Verse rezitierte während er selbst seine Hand wagte um jenes heilige wie durch ein Wunder bewahrte Herz den Gluten zu entreißen ihm treu seinem Geiste treu stöhnte er leise ohne den Blick von dieser Szene wegwenden zu können Als er endlich wieder den Brief vornahm war zu seiner Beruhigung die Fortsetzung wie es schien nur eine leichte Plauderei statt Klatsch und Neuigkeiten aus dem englischen High Life Captain Robert und seine Frau gingen nach Paris und ruinierten sich so dass sie jetzt in Zurückgezogenheit in Nordengland leben müssen Mrs. R.S. macht Balwa den Hof zur endlosen Eifersucht Mrs. Balwa und die ganze Stadt spricht von nichts anderem Balwa aber spielt den liebenswürdigen seiner eigenen Frau gegenüber die allerdings alle Mrs. R.S. in der Welt durch Schönheit weit überstrahlt er brütet jetzt über einen mystischen Roman und sagt er beneide dich weil du jetzt im alten Lande der Mysterien bist am Ende schreibst du auch einen jetzt weißt du noch wie Shelley eines Abends in Kasafrasi als du uns gerade ein paar Gedichte vorgelesen hattest dich fragte warum du immer Byrons verse nachahmen wolltest weil es leichter ist sie nach zu ahmen als die deinigen gabst du zur antwort warum überhaupt nachahmen sagte er dann warum überhaupt poesie du hast viel von der welt gesehen ich glaube du solltest einen roman schreiben ein neues licht wurde ihm bei diesen Worten plötzlich angezündet warum Byron nachahmen diese Worte Shelleys waren sie nicht auch die Amandas und war das die einzige Ähnlichkeit Shelly war es ja an den sie ihn erinnert hatte ohne dass er sich darüber klar werden konnte was es denn eigentlich war dass ihren Worten und ihrem Wesen einen solch vertrauten Hintergrund gab Shelly sein guter Genius wie er leibte und lebte wenn er irgendeine ihm heilige Sache verfochten hatte ihr Auge freilich hatte es nicht jene reartige Größe und wilde Tiefe wie das des Poeten aber sein Blick leuchtete mit derselben fast übermenschlichen Gratheit und Ehrlichkeit in ihrer Stimme klang dasselbe echte Glockenerz der Begeisterung Wenn es jemand gegeben wird der Menschheit zu dienen Segen zu verbreiten und Gräueltaten zu verhüten und bliebe er selbst dabei auch ganz unbekannt welch seliges erhebendes Gefühl müsste das sein Von wem hatte er wohl solche Worte vernommen außer von Shelly allein Bei Gott das Mädchen hat Recht rief er erregt Bin ich deshalb der vertraute Freund zweier der größten Dichter der Welt gewesen um selbst als ein mäßiger vielleicht gar ein schlechter Poet zu denken Er nahm den kleinen grünen Band der auf dem Tische lag schlug ihn aufs Geratewohl auf las einige Zeilen und warf ihn wie angeekelt wieder von sich Ja Amanda hatte Recht Sie wollte nicht Verse Sie wollte eine Tat Nun die kann sie haben Aber welche Hatte sie auch dort Recht Die Tat an die er dachte von der wusste sie zwar nichts aber könnte ihr Urteil darüber zweifelhaft sein Für eine ganz andere Tat war sie begeistert eingetreten Hatte sie auch da Recht Er wollte er konnte das nicht zugestehen Ein aufgescheuchter Schwarm von Schmähungen gegen den Staat der jede freie individuelle Bewegung unterdrückte jeden Funken genialen Strebens zerstampfte und vor allem gegen dies Albion das seit Pits Tagen unentwegt an der Spitze der Reaktion ging das seine größten Söhne verbannte seine beiden Dichter die Oscuren geächtet hatte das zu dem gemeinen Egoismus aller Staaten auch noch die Heuchelei seiner Feigen unter der Flagge der Zivilisation segelnden Krämerpolitik hinzufügte Eine Eine wahre Dithyrambe durchströmte in abgegriffenen poetischen und rhetorischen Phrasen der englischen Sturm- und Drangperiode sein erhitztes Gehirn Und dieser Politik zu dienen das wäre seine Aufgabe Ein junges Mädchen das all dies nicht kannte konnte sich das wohl einbilden Er nicht Im Gegenteil diesem Gifthauch mit Gewitterkraft entgegen zu stürmen ein Feuer lebendigen Geistes anzufachen das jenen Hauch wegwehte wo er im Begriff stand altes und schönes hochpoetisches anzufressen und in den ekelhaften Sumpf moderner Nichtigkeiten versinken zu lassen war es nicht gerade dies was er tun wollte wenn er hier fest im Sattel säße warum sollte nicht dies kleine Land unter seiner Führung der Ausgangspunkt einer Regeneration Indiens werden durch Verbindung mit den kriegerischen Sigs im Norden mit jenen Kriegern die Kala Rama mit Cromwells Ironsides verglichen hatte mußte es möglich sein eine Macht zu bilden die alle Krämer der indischen Kompanie mit ihren Söldnerheeren schließlich gänzlich aus diesem prächtigen alten Lande wegjagte und war er nicht der Mann dazu durch das alte Raja Blut in seinen Adern mit diesem Indien inniglich verknüpft und auch mit der Energie des Westens als zweitem köstlichen Erbteil ausgerüstet So berauschte er seine Fantasie mit heroischen Zukunftsvisionen um den unschönen Zug eines hinterlistigen Verrates mit glänzenden Farben zu übertünchen Was bedeutet denn schließlich ein solcher sogenannter Verrat in diesem Lande der steten Palastrevolutionen hier wo in ganzen Dynastien kein Prinz den Thron bestieg ohne seinen Vater im Kerker verschmachten zu lassen und seine Brüder hinzumorden Und dieser Selbstbetrug gelang ihm so gut dass es ihm kaum auffiel wie diese politisch heroische Wendung seines Vorhabens doch erst nach dem Gespräch mit einem jungen Mädchen eingetreten war während er bis dahin die ganze Umwälzung nur in dem Lichte eines besonders romantischen Abenteuers betrachtet hatte Noch weniger freilich fiel es ihm auf daß er der mit wohlfeilen Invektiven gegen den Staat anfing nun mit einem Staate schloß dessen Mittelpunkt freilich er selber war Eine wilde kriegerische Musik weckte ihn aus seinen Träumen Das war der abendliche Naubut der oben vom Palasttor ertönte wo einige Soldaten aus Leibeskräften die kupfernen Heerpauken bearbeiteten und in die königlichen Nakara Hörner bliesen um die gute Stadt zu benachrichtigen dass auch dieser Sonnenuntergang Seine Majestät den Maharaja Navina Pala Dhan Singh in seinem Residenzpalast noch vorfinden würde und dass allerhöchst dieselbe nicht etwa fern von seiner getreuen Hauptstadt in irgendeinem seiner Jagdschlösser weile Noch dieser Sonnenuntergang und auch noch der nächste Und dann Würde dann auch noch der Naubut die Anwesenheit Navina Dhan Singhs verkünden oder nicht vielmehr die eines neuen Raja Edmund sah vor sich die wenig imponierende Gestalt Dhan Singhs in ihrer pantoffeligen und schlafrockmäßigen Hülle das in all seiner Bärtigkeit weichliche Gesicht nicht unähnlich dem Chandra Singhs nur mit schlafferen Zügen in welchen die Wirkungen des Opiums sich tiefer eingenistet hatten die typische Erscheinung der Dutzend Rajas wie sie überall in Indien teils regierend teils abgefunden vegetierten nicht besser und nicht schlimmer als die anderen höchstens mit dem negativen Verdienste ausgestattet einen klügeren walten zu lassen und es kam ihm fast lächerlich vor wenn jemand ihm das Recht bestreiten wollte einen solchen Schattenkönig zur Seite zu schieben und sich an seine Stelle zu setzen um dem erstaunten Indien zu zeigen was ein Mann auf dem Thron sei Die kriegerischen Töne der Hörner und Pauken verklangen Erregt vom Rausche seiner Selbstsuggestion den sie noch gesteigert hatten sprang er auf und wandte sich an das Byron Bild wie an einen leibhaftig Anwesenden Ja alter Freund George Gordon Noel Byron Oft warst du ebenso viel Prophet wie Poet und wahrlich niemals war der Sehergeist kräftiger über dir als in jener Nacht auf dem Verdeck des Herkules unter der Küste Kephalonias Denn so wahr es deine Züge sind die mir so bewegt entgegen leuchten meine indische Krone will ich haben Kaum hatte er diese Worte gesprochen als ein plötzlicher Schatten sich über seine erhobene Stimmung zu senken schien und ein kaltes Schauern sein soeben vor Enthusiasmus glühendes Herz zusammenpresste Wie werde ich sie nicht haben lächelst du spöttisch schüttelst gar den Kopf du wärst kein Seher gewesen Ihm kam es vor als sei er nicht mehr allein war es die Lebendigkeit des gemalten Bildes das jetzt von dem hereinströmenden glühenden Abendlicht gestreift aus dem Rahmen zu treten schien oder Edmund wandte sich um und taumelte ein paar Schritte zurück Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Die Welt Wandere Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Aufgenommen von Jessie Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Erstes Buch Kapitel 13 Der Yogi Eine hohe Gestalt stand draußen Purpurviolett gegen das Licht So blendend war der Glanz des tropischen Sonnenuntergangs dessen Safran und Scharlachfarben in der feurigsten Rosenglut Zerschmolzen die über dem ganzen Himmelsgrund stammte dass es dem Auge unmöglich war mehr als die bloßen Umrisslinien zu erkennen Diese aber verrieten sofort den Inder Ein Strahlenbund schoss zwischen den Waden herein die unter dem herabhängenden Zipfel des Gewandes frei waren und ein hoher Turban krönte diese fremde Erscheinung Es war vielleicht zu entschuldigen wenn Edmunds Nerven durch das Abenteuer das er unterwegs erlebt hatte eine Erschütterung erlitten hatten deren Nachwirkungen noch so weit vorhielten dass ein unmittelbarer Gedanke bei dem Anblick eines Inders der plötzlich wie aus der Erde emporgewachsen auf seiner Schwelle stand der an einen Tag war der im nächsten Moment den geweihten Roma so fest um seinen Nacken geschlungen haben würde dass selbst sein Todesschrei erstickt worden wäre Sofort aber erkannte er beschämt dass dieser Besuch zwar mit jenem gefährlichen Abenteuer in Verbindung stände aber in einer ganz anderen als der die er so reflexmäßig gefürchtet hatte denn schon hatte die Turbanspitze der breiten Schulterlinie Platz gegeben und die volle tiefe Stimme die ihr Salem Sahib sprach ließ ihm keinen Zweifel darüber dass er seinen rätselhaften Retter vor sich hatte Willkommen antwortete der Fremde mit freundlicher Stimme doch eines Daches habe ich mich längst entwöhnt ihr seid ein Wanderer wohl gar ein Büßer wer ist nicht Büßer wer ist nicht Wanderer Weltwanderer sind wir das ist unsere Buße Ihr weicht mir mit weisen Worten aus verzeiht wenn meine Frage lästig war es ist verzeihlich glaube ich dass ich gerne wüsste wem ich meine Rettung verdanke eurem Bruder nun Brüder sind wir ja auch alle wenigstens sagen die Christen es und handeln auch danach wie jenes erste Brüder Paar nun wie ihr wollt bleibt in der Nebelkappe und wenn ich euch mit irgendetwas dienen kann nicht um bedient zu werden euch zu dienen kam ich her Edmund lachte lustig nun was das angeht ich sollte meinen Diener habe ich hier gerade genug das fragt sich noch Sahib auch bin ich schon so tief in eurer Schuld oh was ihr mir bis jetzt schuldig seid das ist nur sehr wenig das kann ich nicht glauben ich hätte diese gefahr überschätzen sollen ich habe euch nur das leben gerettet nun ich denke das wäre doch etwas lachte Edmund freilich weiß ich dass ihr inder das leben niedrig einschätzt es ist euch nur ein leiden ich aber verzeiht sahib nicht so habe ich das gemeint aber denkt euch ihr wäret so reich dass ihr den ganzen boden indiens mit goldenen münzen pflastern könntet nach einer einzigen dieser münzen streckte ein dieb die hand aus euer bruder aber verhinderte den diebstahl würdet ihr ihm viel zu danken haben weniger noch habt ihr bis jetzt mir zu danken bis jetzt sagt ihr und später werde ich euch mir zu danken haben wenn ich euch zeige was ich vermag und wenn ihr es versteht Edmund sah ihn eine kürze weile schweigend und prüfend an ihr seid ein yogi wenn ich euch recht verstehe und rühmt euch wohl der magischen kraft die wunder wirkt was ihr so wunder nennt entgegnete der fremde in einem geringschätzigen ton fast glaube ich euch denn ich muss gestehen als ihr mir dort oben entgegentratet ergriff mich wie nie zuvor ein Gefühl des Außerordentlichen yogi künste habe ich ja schon viele gesehen aus einem kern den ich selber in den top legte ließ einer einen mango baum aufwachsen und blühen und früchte tragen die ich aß ein anderer hat sich vor meinen augen fuß hoch in die luft erhoben als er abschied nahm nahm solche künste aber erwarte ich nicht von euch und das mit recht edmund trat einige schritte zurück und zeigte nach dem Bilde lord byrons empor das in der letzten tages glut seltsam auflebte nun wohl seht euch dies Bildnis an zehn jahre sind dahin seitdem der mann der diese züge trug die welt verließ die noch von seinem namen widerhallt denn er war einer jener feuergeister über deren aschenrest dies greisenhafte geschlecht jahrhundertelang seine hände wärmt wer aber das flammenleben miterlebt hat wer die funken sprühen sah die nachher stannen gleich die völkernacht durchleuchteten der weiß was leben heißt und so weiß ich es er war mein freund oft saßen wir in später nacht beisammen und sprachen ernst vom leben und vom tod und von dem dunklen jenseits des todes und auch wohl davon ob je von dort her ein abgeschiedener zurückgekehrt und uns kunde bringen kann Jogi könnt ihr ihn zur Stelle bringen sodass ich die mir vertrauten teuren Züge wieder sehe und jetzt wie damals seine Stimme höre gespannt blickte Edmund den Fremden an atemlos seine Antwort erwartend dieser schien nichts außerordentliches an seiner Forderung zu finden sondern antwortete mit ruhiger Stimme in der fast eine leise Heiterkeit durchklang wenn ihr verlangt hättet euren anderen Freund zu sehen ihn dessen Herz ihr aus den Flammen des Scheiterhaufens gerissen habt am Gestade der blauen See Edmund trat zurück und mit starrer Bestürzung diesen sonderbaren Inder anblickend rief er Shelly meint ihr wie könnt ihr wissen an der Hand die ihr mir entgegen streckt sehe ich noch das Brandmal wenn er ihn zu sehen verlangt hat das dürfte wohl schwerer halten denn weniger war er mit Erdenrest behaftet die Erscheinung Lord Byrons aber konnte wohl ein jeder bannen der sich mit so niederen Nekromantenkünsten abgibt niedere Nekromantenkünste rief Edmund in höchster Erregung treibt ihr Nenste Schaudern steht die Menschheit noch wie vor Jahrtausenden an dem Abgrund der alles oder nichts in sich verbirgt Ein ewiger Schoß ein ewiges Grab wer weiß es sie lacht über ihren Glauben und weint über ihren Zweifel nur ein einziger Schimmer von dort nur eine Stimme aus dem Jenseits ja bloß ein Laut wenn er nur nicht ein Echo unserer Seufzer ist ein Laut der uns zeigt dass etwas da ist wer würde das mit allen seinen Besitztümern zu teuer erkaufen Die Erregung des Engländers dem Übernatürlichen Gegenüber die durch Stimmklang und Gebärde gleichsam an eine sympathische Seite bei seinem Gast appellierte und deren Mitklingen erwartete vermochte keineswegs den seltsamen Fremden anzustecken dieser antwortete mit großer Ruhe und in einem Ton der fast einen traurigen Klang hatte Ja so gebiert sich die Unwissenheit immer neu und aus dem kleineren gewöhnlichen Tagestrug taumelt sie in den größeren der Nacht die niederen Elemente der menschlichen Natur gleichsam die letzten Kohlen die noch nicht ganz in Asche zerfielen weil noch ein Restchen der Lebenskraft in ihnen flackert diese Kohlen zu einer trüben Glut angefacht und durch den dumpfen Sinn des Zauberers vergeistigt gerade so wie ein Vampir blutsaugend sich versinnlicht ein solcher leerer schemen wäre euch der einst so liebe freund wäre euer Byron wieder ja noch mehr denn was war Byron ein Mensch wenn auch ein seltener dieser aber wäre euch ein Bote aus der Ewigkeit ich schick euch eine tibetanische Rotmütz die macht euch das vor und um wenig Geld es lag nicht in Edmunds Natur sich leicht imponieren zu lassen aber dieser Inder der nachdem Edmund sich seinem eigenen Gefühl und seinen Vorstellungen nach zu einer nicht geringen idealistischen Höhe erhoben hatte ihn fast verweisend behandelte dieser Inder imponierte ihm unleugbar Edmund hatte schon von den Rotmützen gehört von den Lamas der alten unreformierten Sekten in Tibet so wie von ihren vielen Zauberkünsten die wohl auch das nekromantische Gebiet umfassten und er empfand recht deutlich welch mitleidige Geringschätzung die letzten Worte des Fremden enthielten sein Auge hatte sich nun daran gewöhnt den Mann mit dem er sprach zwischen sich und dem starrenden Abendlicht zu haben auch war letzteres jetzt beträchtlich erblasst so konnte er nun ohne Schwierigkeit die Gesichtszüge seines Gastes unterscheiden vor allem aber die großen tiefen Augen deren Blick er dem Indologen gegenüber mit dem geheimnisvollen Glitzern des Schlangensteins verglichen hatte dieser Blick schien sich in sein Gehirn hineinzubohren Herz und Nieren zu durchleuchten sein ganzes Wesen aufzurütteln und seinen Geist zu bannen unwillkürlich dachte er an den berühmten Vers in Coleridge's The Rhyme of the Ancient Mariner He holds him with his glittering eye Hatte Mich mich selbst fragte er in einem gezwungenen scherzenden Ton Nun ich denke dazu genügt ein Spiegel Ja wenn euch der Spiegel genügt den euch ein Glaser macht Nun aber der ungeheure Vergrößerungsspiegel heroischer Vergangenheit Gelüstet es euch nicht darin euch selbst zu sehen und das was ihr seid durch das was ihr wart zu erkennen Edmund versuchte nicht mehr dem Blick des Fragenden zu entgehen Ein neues Interesse war in ihm geweckt Ein stürmisches Verlangen regte sich in der Tiefe seines Gemüts Verstehe ich euch recht? fragte er eifrig Ihr könnt Ich kann den Schleier lüften der ein früheres Leben deckt Und das sagt ihr mir so ruhig wie ich euch sage dass ich auf 30 Schritt mit der Pistole eine Kerze putzen kann Könnte ich es sonst tun Nun wenn ihr das könnt verlangt von mir was ihr wollt wenn ihr mir das große Mysterium enthüllet mir ein früheres von mir gelebtes Leben zeigt ja mehr noch mich es erleben lasst so erleben dass ich es untrüglich fühle ja ich war es ich bin es derselbe jetzt und damals trotz der Zeit verlangt von mir was ihr wollt er war in seiner Erregung mit hervorgestreckten Händen dem Fremden näher getreten dieser aber erhob beschwichtigend seine Hand Geduld verlange ich bis die Stunde kommt bis dahin auf Wiedersehen und er wandte sich zum Fortgehen dies eine sage ich mir noch als ihr mir dort oben in den Dschangeln begegnet war das ein Zufall so nennt ihr es nicht ich doch warum ginget ihr fort und kamet jetzt wieder ich hatte euch damals noch nicht erkannt ihr habt mich aber in der Zwischenzeit nicht mehr gesehen wohl sah ich euch sah hieb wo dort wo ihr euch selber sehen werdet wenn die Stunde kommt der Inder trat auf die Veranda hinaus und war schon daran die Stufen nach links hinunter zu schreiten als Edmund ihm nachrief was wird euch aber zeigen wann diese Stunde gekommen ist auf den oberen Stufen stehend wandte der Inder sich um und ihm noch einmal mit seinem Blick durchbohrend antwortete er mit voller klarer Stimme zwei Worte Index Providential Ende von Abschnitt 14 Abschnitt 15 von die Welt Wanderer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Punkt Org Aufgenommen von Jessie Die Weltwanderer von Karl Gellerup Erstes Buch Kapitel 14 Die Drei Reiherrufe Ein Ein an der Schwelle einschlagender Blitz hätte Edmund nicht plötzlich erlernen können als diese Worte es taten Was ist das? Er weiß um die Inschrift im Brief Er selbst hat das Wort geschrieben Was bedeutet dies? Weiß er alles? Wie viel weiß er? Ich muss ihn sprechen Entschlossen stürzte er nach der Türe Stieß aber dort mit Arthur zusammen Dieser fleißige junge Mann hatte in einem am Seeufer belegenen Gartenkiosk gearbeitet wo Amanda sich zu dieser Tagesstunde aufzuhalten pflegte Dass sie es heute ausnahmsweise nicht tat war allerdings eine Enttäuschung für sein Herz gewesen wogegen derselbe Umstand seinem Fleiß zustatten kam So hatte er denn einen vollkommenen Entwurf zum Briefe an Lord Pembroke fertiggebracht und war fort de mieux sehr zufrieden mit dieser diplomatischen Leistung Das beschriebene Blatt in der Hand eilte er durch den Garten um es seinem Vetter und Meister vorzulegen Obwohl das hinsterbende Tageslicht schon das Lesen schwierig machte haftete sein Blick als er die Verandatreppe hinanstieg noch an einigen wie ihm schien besonders gelungenen Zeilen des Schreibens Da bemerkte er an der anderen Seite der Treppe eine hohe weißgekleidete gestalt gestalt die ihm in dem sie sich entfernte den Rücken zukehrte und deren Haltung seinen Blick fesselte der weißgekleidete offenbar ein Inder blickte zurück wie um zu sehen ob ihm jemand folgte und mit dem einen Fuß auf der obersten Stufe blieb Arthur so festgebannt stehen wie drinnen im Zimmer sein Vetter nur einen Augenblick dann sprang er auf die Veranda hinauf und stieß in der Tür so heftig mit Edmund zusammen dass sie beide zurückprallten Edmund rief Arthur bestürzt was ist's denn Arthur hast du ein Gespenst gesehen der Fremde fragte Arthur stotternd nun Arthur ergriff seinen Vetter krampfhaft am Arm er hat mit dir gesprochen gewiss aber lass mich jetzt ich muss ihm nach er sagte zuletzt ein Wort gib es auf Edmund aufgeben was das ganze hier du bist wohl verrückt was soll das heißen geh nach Afghanistan sage ich dir hier ist ein Spiel doch aus Psst Edmund erhob die Hand einem Vogelschrei der vom Hintergrund erscholl lauschend mein Spiel aus jetzt erst beginnt es hörst du einen Reiherruf ja und noch einer hoch und ein dritter liebensabenteuer das ihm winkte schon des fremden vergessen dem er soeben hatte nachfolgen wollen nicht so aber Arthur mein Gott er stürzt sich blind links ins verdorben nein ich muss ihm nach er soll mich hören und er stürzte in den Garten hinunter Edmund Edmund Ende von Abschnitt 15 Ende des ersten Buchs Abschnitt 16 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Die Weltwanderer von Karl Gellerup Zweites Buch vor dem dritten Schakal Schrei Kapitel 1 Die Zierde des Palastes He hath awakened from the dream of life Shelley Edmunds Wodurch die schmale südliche Bucht an deren Ende die Hindu Stadt lag von dem großen Seebecken getrennt wurde Ziemlich an der Ecke auf der jetzt in violetten Schatten gehüllten Südseite gähnte gähnte in dem rostroten Felsen ein wenig einladendes grottenartiges Tor über dem Wasser An der Stelle die jetzt der Bungalow einnahm hatte sich in alten Tagen ein befestigtes Vorwerk befunden das in jenen wehrhaften Zeiten einen vorgeschobenen Posten und ein Ausfallstor nach der Wüste bedeutete Damals mochte der Verkehr zwischen dem Wassertor und dem Hafen der heute ausnahmsweise wieder eröffnet war täglich stattgefunden haben Amandas einzige Begleiterin war ein Dienstmädchen das schon zu Lebzeiten ihrer Mutter bei ihnen gewesen war und sich keinen Augenblick bedacht hatte seinem guten Herrn und dem lieben Fräulein nach dem heißen Indien zu folgen obwohl das für seine Begriffe ziemlich dasselbe war wie für einen anderen eine Höllenfahrt zu unternehmen aber wenn es der Herrschaft einfällt zur Hölle zu fahren was soll dann eine getreue Dienerseele tun Barbara Schwitzgäbele befahl ihre Seele den Heiligen schnürte ihr Bündel und begab sich unter die Heiden ein Wagnis das ihr umso höher anzurechnen ist als sie sehr wohl entdeckt hatte dass nicht nur der gelehrte Professor sondern auch dass Fräulein gar arge Ketzer wären und zwar nicht etwa nur Protestanten was schon schlimm genug gewesen wäre sondern überhaupt fast selber Heiden wodurch die Gefahren ungemein gesteigert wurden solche Bedenklichkeiten waren da das half aber alles nichts sie mußte mit und so saß sie denn hier im Boot neben Amanda eine derbe Schwäbin von etwas unbestimmbarem Alter mit blank roten harten Apfelwangen und runden Bärenaugen die alles sahen und sich über nichts wunderten denn seitdem sie die heimatliche Scholle aus dem Gesichtskreis verloren hatten waren sie auf alle Ungeheuerlichkeiten gefaßt geschweige denn daß sie etwas hätten bewundern sollen daß Bärbele im Begriff stand in das allerheiligste einer Jenana einzudringen und Gesicht zu Gesicht mit einer indischen Fürstin zu stehen ein Vorzug den viele Damen die höher in der Welt als selbst ihr Fräulein gestellt waren gern mit teurem Geld bezahlt hätten das imponierte ihr nicht im geringsten und interessierte sie nicht halb so viel wie wenn sie unterwegs gewesen wäre um einen Kuhstall zu besichtigen schweigend saß sie neben ihrer jungen Herrin die von einer nicht ganz zu bezwingenden Erregung und Neugierde ebenfalls verstummt war man man sah man sah es ihrem Gesicht wohl an daß sie diese Fahrt höchlichst missbilligte sich aber bewußt war daß wenn es dem Fräulein beliebe ihren niedlichen Kopf den Bärbele ihr heute so sorgfältig frisiert hatte in den Rachen eines Tigers zu stecken sie Barbara Schwitzgäbele nicht deshalb mit ihr nach Indien gegangen wäre um den ihrigen zu salvieren für den Rest möchten die gesegnete Mutter Gottes und die Heiligen sorgen im Wassertor war das schwere eiserne Gitter das sonst den Eingang versperrte in die Höhe gezogen man erwartete sie ein Genana Werther der aussah als ob er eilig aus dem Bett gesprungen wäre den Überzug seines Kissens auf den Kopf gesetzt seine großblumige Steppdecke um sich gebunden und die Füße in die Pantoffeln seiner Frau gesteckt hätte machte einen rechtwinkligen Salaam am Fuße einer steilen Treppe deren hohe Stufen sich bald ins Dunkel verstiegen harten acht Träger mit zwei Tragsesseln deren eigentümliche Form sie geeignet machte ohne Gefahr für den Insassen von zwei Männern eine Felsentreppe hinaufgetragen zu werden das Arrangement fand keine Gnade vor damit sie die ungetauften Affen mit ihnen hinunter kollerten daß sie Fratzen schneiden könnten so viel sie wollten hier aber wurde ihre substanzielle Person von zwei Paar brauner Arme umfangen und in die eine Schachtel gesetzt Amanda Amanda sprang lachend in die zweite und aufwärts ging es so schnell daß den Insassen Sehen und Hören verging denn die halbnackten Inder deren Ungetaufteit ihren Bewegungen nicht hinderlich zu sein schien sprangen die Stufen hinauf gleich den Affen die sie nach Bärbeles Anschauung waren und die sie nach ihrer eigenen Anschauung vielleicht noch im vorhergehenden Leben gewesen waren und schrien dabei ebenso Ohren zerreißend wie so eine Bande Affen die von einem gelungenen Raubzug nach ihrem Felsennest zurückkehrt die Beförderung der Beute schien ihnen wenig Mühe zu verursachen die Träger wechselten alle Minuten ohne daß dadurch eine merkliche Unterbrechung der Fahrt entstanden wäre gewöhnlich befand man sich in ziemlich tiefem Dunkel ab und zu fand aber das Lichteingang durch einen engen Schlitz in der rau behauenen Wand und zwar war es bald eine kolossale Goldbarre bald ein blauer Stahlbalken der sich hereinbohrte woraus Amanda schloß daß diese in den Felsen ausgehauenen Treppengänge zwischen der dem See zugekehrten Westseite und der südlichen die buchtbegrenzenden Seite des Berges hin und her gingen plötzlich befand man sich im offenen Tageslicht in einem inneren Palasthof links nur der Himmel über kolossalen Mauerzinnen rechts das Tor zu einem anderen Hof glitzernd von Bronze und von glasierten Steinen aber nur mit einem flüchtigen Blick zu genießen denn beim Aussteigen stand Amanda an der Schwelle einer offenen Tür vor welcher der Genana Werther in Kissen Steppdecke und Frauen Pantoffeln rechtwinklig salamte zum Eintreten auffordernd Amanda begriff nicht wie er in diesem Anzug den halbnackten Trägern vorausgeeilt sein könne es war in der Tat ein anderer ähnelte ihm aber wie ein Zwillingsbruder der ziemlich lange halbdunkle Korridor brachte die Palastbesucher zu einer Tür die von selber aufging und vor welcher ein Drillingsbruder salamte sie traten in ein leeres Zimmer ihnen gegenüber war eine spitzbogige Türöffnung durch eine Bambusportiere verhängt schwarze Finger teilten ihre rasselnden Stränge ein runzeliges Affengesicht grinste ihnen entgegen und ein jetzt ganz zum Vorschein kommendes altes hageres und gebücktes Weibsbild das in gelben Seidenstoff eingewickelt war winkte ihnen näher zu treten das allerheiligste der Cenana war durchaus keine von orientalischem prunk strotzende Märchenhalle aus tausend und einer Nacht es war ein nackter Raum weiß getüncht nur daß dies weiß nirgends weiß war sondern mystischer heller Schein in dem gleichsam Visionen von Farben hin und herzufluten schienen als ob das Weiße im Begriff wäre alle Farben des Regenbogens aus sich zu gebären In diesem Land des reflektierten Lichtes hatte Amanda schon seltsame Lichtwirkungen im Inneren von Hindutempeln oder Mohammedanischen Moscheen gesehen wunderbare Phänomene eines leuchtenden Helldunkels aber nichts daß diesem ähnlich käme Das Licht sickerte herein durch ein paar doppelte von Schnitzwerk durchbrochene Marmorplatten aus einer Galerie die durch ähnliche Öffnungen nach einem kleinen Hof blickte Solchermaßen filtriert hatte es gleichsam seine Wirklichkeit eingebüßt und teilte allem worauf es fiel etwas Unwirkliches mit Ein Dutzend bunt gekleideter Mädchen die in einer Ecke kauerten sahen aus wie große Stiefmutterblumen die verzauberte Mädchen waren und die alte gelb gekleidete die Amanda hereingewinkt hatte und jetzt neben diesem Beet stand war gewiß die Hindu Zirze die sie verzaubert hatte Am unwirklichsten aber kam ihr die Rani selbst vor wie sie dort auf einem fußhohen mit Gurtgeflecht bespannten Holzgestell vor ihr lag So also sah sie aus die Zierde des Palastes Ein Augenpaar vor allem groß mandelförmig geschlitzt tief schwarz fast lauter Pupille zu wenig voneinander durch die hohe Nasenbrücke getrennt unter einer einzigen gewölbten brauen Linie die nicht weit von dem massigen groben Rabenhaar entfernt war nur Raum da für eine Traube schwerfälliger Rubinen schweiften linken flügel der langen leicht gebogenen Nase ein blitzender brillant kurze voll geschweifte sehr rote lippen alles in ein matt braunes oval gesetzt das war das Gesicht das sich aus einem Haufen regenbogenfarbiger Schleier heraus neugierig Amanda entgegenstreckte und als nun aus dieser duftigen Hülle ein spangenglitzender Arm hervorglitt und ihr eine kleine Hand mit spitzen henna gefärbten Nägeln zum Kuss hinreichte als die Bewegung des unter den Musselinfalten hingestreckten Körpers sie mit einer Welle von Widerwillen übergoß war dies Wesen wirklich ein Weib oder eine von jener gelben Fee in Frauengestalt verzauberte Schlange eine Lamia die farbenschillernden Verse Keats in Lamia einem Lieblingsgedicht Edmonds welche die Weibschlange schildern flogen ihr durch den Kopf sie mußte sich Gewalt antun um diese Fingerspitzen mit den Lippen zu berühren und auf einem Schemel Platz zu nehmen anstatt mit einem Aufschrei davonzulaufen dann stärkte sie sich durch einen Blick auf die getreue Bärbele die nur wenige Schritt von ihr entfernt stand und offenbar von Lichtzauber und anderer Magie des Ortes so wenig beeinflusst war als ob sie im Obstgarten ihres Vaterhauses stände sie sie hielt einen flachen in ein seidenes Tuch gewickelten Gegenstand krampfhaft in den Händen dass sie den nicht verlöre war was man von ihr verlangen konnte dies erinnerte Amanda an das was zuerst zu tun war sie winkte das Mädchen heran ließ sich den Gegenstand geben und enthüllte ihn es war ein schön geschliffener Handspiegel mit einigen wohleinstudierten Hindustani Worten überreichte sie das Geschenk der Rani die Zierde des Palastes spiegelte sich sofort und drückte ihre Zufriedenheit aus ah ja rief sie die alte böse Fee verließ ihre Wache am Blumenbeet nahm von einem kleinen Tisch einen goldigen Musselinschleier so fein als ob er von den Spinnen für eine Elfenkönigin gewebt wäre und reichte ihnen der Rani die ihn ihrem Gast übergab nachdem Amanda das Geschenk hinlänglich bewundert hatte händigte sie es dem Mädchen ein die wichtige Zeremonie des Geschenkaustauschens war glücklich überstanden die Dinge fingen an mehr Realität zu gewinnen aber welch Zwitterlicht von seltsamster Mischung des Wirklichen und des Unwirklichen begann jetzt zu spielen als durch die Vermittlung einer Dolmetscherin die notdürftig das Englische beherrschte ein Gespräch zustande kam während die Zierde des Palastes Süßigkeiten naschte und sie ihrem Gaste aufnötigte welch sonderbarer Abgrund von Unwissenheit und Aberglauben von erhitzter Fantasie und langweiligster Nüchternheit offenbarte sich dem immer mehr erstaunenden Blick Amandas Immer unvorbehaltener entschleierte sich ihr die ganze bunte Gemütsöde einer Orientalin deren einzige geistige Unterhaltung darin besteht stundenlang sich Feenmärchen vorerzählen zu lassen oder alte Heldenlieder zum einförmigen Klingklang einer Laute rezitieren zu hören während sie auf der niedrigen Ruhebank liegend den aromatischen Tabak der Wasserpfeife einatmet Betelblätter kaut oder Opiumkügelchen zwischen den Handflächen rollt um sie zu verschlingen und schlaffer zurückzusinken den wohligen Traumbildern des Erregers sich hingebend Bin ich denn eine Bayadere? fragte sie beleidigt als Amanda um nicht bloß der antwortende Teil zu sein sondern auch ihrerseits etwas an den Tag zu legen eine unglücklich gewählte Frage stellte die voraussetzte daß diese Zierde des Palastes schreiben und lesen könne wenn du eine wärst würde dich kein Gott besuchen dachte Amanda bei dieser Gelegenheit ließ sich vom Blumenmädchenbeet in der Ecke ein halb unterdrücktes Kichern hören wie denn überhaupt ein solches vom Knittern Seidener Stoffe begleitet zeitweilig von dort kam wobei der dem Beet ausströmende Duft nach Moschus und Kampfor etwas lebhafter wehte vom Hofe her vernahm man das monotone Plätschern eines Springbrunnens und das Girren der Tauben dessen ruckendes Rollen bisweilen so stark wurde daß die schwüle Luft davon zu zittern schien das Fragestellen hatte sich als schwierig erwiesen war aber auch überflüssig schier unerschöpflich war die Neugierde der Rani und diese war vor allem auf die Person des großen Sahib gerichtet von dem Amanda ihr nicht genug berichten konnte wann er aufstehe was er am liebsten esse ob er Betel kaue ob er rauche und was er rauche ob es wahr sei daß er auf fünfundzwanzig Schritt seinem Diener eine Münze aus der Hand schieße besonders wollte sie wissen ob er blinzele diese Frage verstand Amanda durchaus nicht aber es stellte sich heraus daß die Götter es nicht tun was sie aus Nahl und Damajanti schon wußte und das was sie nicht ahnte der große Sahib eigentlich einer sei nämlich der wiederverkörperte Rahm was ein Priester der Rani unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut habe freilich gingen ihre theologischen Kenntnisse nicht so weit daß sie sagen konnte ob die Eigenschaft des Nicht Blinzelns den Göttern auch in ihrer Verkörperung anhaftete wenn er auch blinzelte sei das doch kein Beweis dafür daß er nicht Rahm sei er müsse es übrigens sein wie hätte er sonst solche Heldentaten vollbringen können habe er doch den Sultan der Türken aus dem Lande der Javana vertrieben dort sei er eigentlich König habe aber einen Stadthalter eingesetzt und sei nun hierher gekommen um die Franken aus Indien zu vertreiben denn er sei selbst ein Inder der Enkel einer Begum er sei aber nicht nur der größte Held sondern auch der größte Dichter der Welt seit Valmiki habe er doch ein Gedicht geschrieben so groß wie Ramayana es hieße Seid Haraldon Schuhang und alle Franken könnten es auswendig Amanda begriff mit Verwunderung daß in dieser dumpfen Genana Atmosphäre die Gestalt Sir Edmonds mit sagenhaften Zügen seines großen Freundes zusammengeschmolzen war fand sich aber nicht bewogen ihre Wirtin über diesen Punkt aufzuklären Die Zierde des Palastes verließ übrigens auch sofort das ermüdende literarische Gebiet und zwar mit der überraschenden Frage zu welcher Männerklasse der große Sahib nach Mem Sahibs Meinung wohl gehören mochte Als Amanda etwas unangenehm durch diese jedenfalls ziemlich indiskrete Frage berührt nicht ohne Erröten gestand deren Sinn nicht klar zu fassen erklärte die Rani sie meine nicht die Einteilung nach dem Grade ihrer Vorzüglichkeit in Beste Mäßige und Geringe aber gehöre er wohl zu den Hasen den Gazellen den Stieren oder den Hengsten Ein leises Flüstern und Kichern vom Mädchenbeet in der Ecke begleitete diese Frage und wollte nicht enden als Amanda kopfschüttelnd auch die so spezifizierte Frage als unverständlich ablehnte So teilt man doch die Männer ein nach ihrem Temperament wie sie sind wenn sie lieben sanft sprechend von guter Sinnesart zartgliedrig schönhaarig ein Schatzhaus aller Vorzüge und Wahrheitsliebend so ist der Hase und man hat auch andere Kennzeichen wie teilt denn ihr sie ein im Frankenland das Kichern in der Ecke wurde zum halberstickten Glucksen das Knittern der Seidenstoffe zum lebhaften Rascheln eine Glutwelle überflutete Amanda ihr war als ob sie in dieser dumpfen von Moschusdunst Sandelgeruch und Jasminduft übersättigten Chenanerluft ersticken müßte ihre ganze europäische Natur wandte sich im krampfhaften Widerwillen gegenüber der vor ihr gähnenden bodenlosen Schamlosigkeit des Orients von der ihr eine Ahnung aufdämmerte auf einmal so vag und so konkret wie die eines jungen Mungos wenn er zum ersten Mal im Grase den schleimigen Pfad einer Schlange mit glühenden Augen erblickt und mit zitternden Nüstern wittert es kostete sie das Aufgebot ihrer ganzen Willenskraft sich so weit zu sammeln daß sie mit verächtlichem Lächeln zu verstehen geben konnte im Frankenlande ließe man die Männer uneingeteilt die Rani zuckte die Achsel was lernt ihr Frankenmädchen denn von euren Ayas oder in euren Schulen von denen ihr doch genug habt Amanda fühlte die gebieterische Notwendigkeit sich zu behaupten umso mehr als der blumenhafte Mädchenchor sie offenbar auslachte was wir lernen und ohne sich lange zu bedenken schleuderte sie den einzigen Sanskrit Satz aus auf den sie sich augenblicklich besann einen Vers den sie einmal in einem Buch ihres Vaters zitiert gefunden und der sowohl durch seinen Wohlklang wie durch seinen Sinn so großen eindruck auf sie gemacht hatte daß sie ihn auswendig gelernt hatte die wirkung war so stark wie unerwartet die rani warf sich auf das lager zurück streckte die rechte hand gegen sie aus und zog mit der linken an den fingern daß sie knackten ein altbewährtes mittel gegen den bösen blick und gegen ähnlichen zauber dabei rief sie ihre aya wie ein erschrockenes kind die blumen des mädchenbeetes wurden wie von einem windstoß in die ecke hinein und zusammen gefegt als ob sie davon fliegen möchten und durch eine hohe gartenmauer daran verhindert würden die aya aber sprang auf stellte sich zwischen die entsetzte rani und amanda und mit drohenden geberden ihrer mumienartigen arme und hände deren krallenförmige finger ihre langen und spitzen nägel in den hals des mädchens hineinhauen zu wollen schienen überflutete sie amanda mit einem geiferartigen wortschwall dessen sinn deutlich genug der war daß es der mem sahib sehr schlimm ergehen daß sie wenigstens gepfehlt werden würde wenn sie der zierde des palastes eine krankheit angezaubert hätte barbara schwitzgäbele ließ die herausforderung nicht unbeantwortet mit einem sprung war sie neben amanda und schüttelte eine ländliche faust vor dem runzeligen affengesicht der alten offenbar bereit einen echten schwabenstreich für ihre herrin zu schlagen solchermaßen geschützt konnte amanda ihrer rache genießen ohne den drohenden krallen des alten geierartigen wesens die geringste beachtung zu schenken lachte sie laut auf und fragte auf hindustani zurück was lernt ihr mädchen denn hier wenn ihr nicht einmal so viel sanskrit versteht wir lernen wofür wir gebrauch haben murmelte die rani mürrisch mit einem misstrauischen blick das gebaren amandas das allerdings nichts sehr furchtbares an sich hatte schien die erregten gemüter ein wenig zu beruhigen ein schnelles hin und her zwischen der rani und ihrer aia erfolgte die erklärung daß amanda sanskrit gesprochen hatte war zweifelhafter natur sanskrit jene längst ausgestorbene heilige momie von einer sprache welcher nur gelehrte brahmanenlippen ein vorübergehendes spukhaftes leben einhauchten hinlänglichen lebenshauch zum fledermausartigen umherschweben im halbdunkel der tempelhallen die priestersprache die zaubersprache die rani verlangte sofort eine übersetzung wort für wort zu hören sie ließ nicht lange auf sich warten all überall wo sich begierde reget dort wahrlich wisset ist die wandelwelt solche weisheit lernen die mädchen bei uns fügte amanda mit dreister stirn hinzu der vers schien der rani nicht weniger zu gefallen als ihr selber es leuchtete auf in den mandelförmigen trübschwarzen augen der schwerfälligen doppelbraue noch einmal sag's noch einmal mem sahib amanda wiederholte den vers erst auf sanskrit dann auf englisch das die dolmetscherin in hindustani übersetzte prächtig rief die rani hört ihr's mädchen das will ich in den gartenkiosk setzen lassen oben über die säulen mit großen schönen sanskrit buchstaben gleich jenem mogul kaiser der die berühmte inschrift in seine halle setzte man liest sie noch heute in delhi mit edelsteinen stets in marmor geschrieben an der wand des divan ikas wenn es ein paradies auf erden gibt ist es hier ist es hier ist es hier ja so soll es in meinem kiosk stehen wenn der samsara dort ist wo sich Begierde regt dann ist er hier ist er hier ist er hier die rani sprach oder sang diese worte mit einer fast erschreckenden leidenschaft indem sie bei jedem hier die hände an die brust presste wie um zu verhindern daß die darin sich regende begierde ihre wogende wohnung zerspreng der atem kam stoßweise zwischen den offenen kaminroten lippen die Augen brannten wie im Fieber zwischen den Juwelen der Stirn perlten die Schweißtropfen Mit einer Mischung von regem Interesse und lebhaftem Widerwillen starrte Amanda sie an sah sie doch vor sich den leibhaftigen inkarnierten Trishna selber den Willen zum Leben zur Wollust zur Macht zum Ergreifen Verschlingen und Aussaugen in seiner prachtvollsten Gestalt jenen unersättlichen Durst nach allem was den Durst reizen und nicht löschen kann Die Rani murmelte einige Worte und machte eine Handbewegung Als ob sie durch diese abgepflückt wären lösten sich zwei Blumen vom Eckbeete ab flatterten heraus und entzauberten sich in zwei Hindu Mädchen die sich in einer anderen Ecke des Raumes mit ein paar musikalischen Instrumenten bewaffneten einer langhalsigen Laute und einer Handtrommel worauf sie zu Füßen ihrer Herrscherin niederkauerten Mem Sahib wandte die Aya sich an Amanda Du hast der Zirde des Palastes einen schönen Spruch gegeben der ihr wohl gefällt Damit du nicht ohne entsprechendes Gegengeschenk davongehst sollst du ein rajaputanisches Lied zu hören bekommen Mem Sahib die Zirde des Palastes will dir vorsingen Amanda die jetzt ihren Triumph gehabt und sich nunmehr gern recht höflich zeigen wollte erklärte daß ihre Leber bei der Ankündigung einer solchen Ehre aufschwölle wie ein Schwamm der Wasser saugt In der Tat erwartete sie mehr Ehre als Vergnügen von der Sache zumal ihr mit Schubert und Beethoven erzogenes Ohr sich entschieden weigerte das Geklimper und Trommeln das die beiden Mädchen schon angestimmt hatten als Musik anzuerkennen und doch schlich sich nach und nach denn das präludieren dauerte ein paar Minuten eine eigentümliche Wirkung über ihre Sinne und ihr Gemüt festgebannt hing ihr Blick an dieser kleinen Trommel sie war geformt wie ein Stundenglas das Mädchen hatte sie in der Mitte gefasst und bearbeitete die beiden verschiedentlich gestimmten Fälle bald mit den Fingerspitzen bald mit den Knöcheln der anderen Hand bisweilen aber schüttelte sie nur das Instrument wobei dann die Seidenen teils mit Bleikugeln teils mit Knoten versehenen Franzen auf die Fälle schlugen und seltsame geisterhafte Laute hervorbrachten wie die Hufschläge wild dahinreisender Gespensterpferde oder spukhaftes Wiederhallen längst geborstener Herpauken Klänge die in Verbindung mit dem monotonen Summen einer tiefen Metallseite der Laute unwiderstehlich die Stimmung ja die Vorstellung nächtlicher Stille und öder Weite erweckten und die Rani hub an zu singen rau war ihre Stimme und alles andere denn ausgebildet aber die Töne waren nicht unangenehm und der Ausdruck war lebhaft und ward umso ergreifender je leidenschaftlicher die wenig bewegte Melodie sich steigerte besonders gegen den Schluss der Zeilen nach welchen sie immer noch in wortloser Modulation nachsummte ein wildes und träumerisches zwischen Lachen und Schluchzen zwischen Schreien und Seufzen sich wiegendes Vokal Zwischenspiel daß der Dolmetscherin reichliche Zeit ließ ihre Übersetzung zu murmeln und dies etwa war was sie sang der Räuber Joghurt wie sprengt er durchs Feld ein Schrei der Verfolger hinter ihm gelt die Raja braut er im Sattel hält in die Wüste hinaus in die Wüste Sein Renner stürzt am verfallenen Schrein die Schwerter blitzen im Mondenschein erschlagen liegt Joghurt an Schivas Stein in der Wüste tief tief in der Wüste das Schwert entringt seiner Faust die Braut ihre linke Hand wohl ab sie haut die bringt meinem Vater sie ruft es laut in der Wüste laut laut in der Wüste noch einmal schneiden die Klinge muss sie trennt vom Knöchel den zarten Fuß den bringt eurem Raja als Scheide groß einen Gruß von mir aus der Wüste sie fällt auf den Leichnam umarmt ihn mit Macht die Hufschläge schwinden fern fern in der Nacht es heult der Schakal die Hyäne lacht in der Wüste lacht lacht in der Wüste Die Stimme der Rani war in einem letzten röchelnden Nachsummen hingestorben das geisterhafte Trommeln des Nachspieles schwieg gänzlich und Amanda saß noch schweigend da sie fühlte sich als ob sie von einem Wirbelsturm fortgetragen fortgetragen und irgendwo verloren wäre von Sekunde zu Sekunde wurde ihr das Schweigen peinlicher und immer schwieriger wurde es ihr es zu brechen schließlich wußte sie zu ihrer eigenen Beschämung nichts besseres als ein geschichtliches Interesse für Rajputaner Chronik an den Tag zu legen Wer war wohl jener Joghurt zu welcher Zeit hat er gelebt Die Rani zuckte die Achsel Weiß ich's ein Räuber war der die Rajabraut raubte das ist er wohl noch fügte sie hinzu mit dem unerschütterlichen Glauben des Hindu an die Fortdauer des Lebens und des Charakters Die explosive Energie worüber die Rani offenbar im höchsten Grad verfügte hatte ausgerast und sie in einem vertieften Stadium orientalischer Trägheit zurückgelassen Doch war gerade noch so viel übrig geblieben daß sie mit eigentümlich schnellen Bewegungen ihrer winzigen Hand etwa wie wenn eine Kobra nach Fliegen schnappt aus einer Jaspisschale Kardamomenkörner pickte die sie mit Behagen kaute Plötzlich neigte sie sich vor und schob ihrem lieben Gast höchst eigenhändig einige von diesen Leckereien in den Mund Eine hohe Gunstbezeugung Dabei reckte und streckte ihr Körper sich unter der duftigen Hülle und diese geschmeidige Wellenbewegung gab selbst der Unerfahrenheit Amandas eine Ahnung von der unvergleichlichen Formenschönheit und elastischen Anmut der indischen Frauengestalt durchschauerte sie aber gleichzeitig so intensiv mit jener kriechenden Angst vor allen Schlangenwesen daß sie sich schleunigt empfahl ohne sich viel darum zu kümmern wie schwer sie wohl durch ein solches Aufbrechen gegen die Rajputana Palastetikette verstoßen möge Ende von Abschnitt 16 Abschnitt 17 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Zweites Buch Zweites Kapitel Sonnenuntergänge Teil 1 Als Amanda in den Bungalow trat umfing sie die eigentümliche Stille des indischen Hauses die ihr noch immer wieder aufs Neue auffiel die Stille eines Hauses wo die ganze Bedienung von außen besorgt wird deutlich konnte sie in dieser Stille vom anderen Ende des Korridors die Stimme ihres Vaters und Kala Ramas vernehmen die beiden Männer waren offenbar in eine ernste wahrscheinlich wissenschaftliche Unterhaltung vertieft zwar wusste sie dass sie eine willkommene Zuhörerin sein würde aber nach dieser etwas erregenden Begegnung mit der Zierde des Palastes spürte sie das dringende Bedürfnis mit ihren aufgescheuchten Gedanken und aufgewühlten Gefühlen allein zu sein freilich hatte sie eine Botschaft von Edmund an den Minister wenn sie aber die Tür ihres Zimmers angelehnt stehen ließ konnte Kala Rama nicht weggehen ohne dass sie bei der Stille des Hauses es hören musste sie öffnete also die Tür gegenüber der Studierstube und trat in ihr eigenes hübsches Zimmer hier setzte sie sich an das Fenster und blickte über Garten und See hinüber nach dem Raja Palast der auf dem roten Felsen thronend in blanken Streifen wie mit Pfeilern von polierter Bronze durch Purpur Schatten getrennt dem Baldachin der rosigen goldgefransten Abendwölkchen entgegenstieg drei Monate lang hatte Amanda Abend für Abend so an diesem Fenster gesessen in diesen Anblick verloren und noch immer bezauberte er sie mit derselben Macht des Neuen und Fremdartigen nie hatte sie recht gewusst ob verheißend oder drohend heute wusste sie es sie hatte zu ihrem Vater gesagt es sei ihr als ob abends der Palast reden wollte singen und sagen von allem was er in alten heroischen Zeiten erlebt hatte jetzt sprach er zu ihr aber nicht davon es jauchzte von den Türmen es rief von den Zinnen es flüsterte von den Pavillons und Erkern Worte liefen die Terrassen entlang eilten die Treppen hinunter um sie zu erreichen nur wenige Worte aber welche Welt von Schmerz enthielten sie hier lebt die die er liebt obwohl auch aus diesem Erkerfenster drüben durch das schwarze Schnitzwerk der Marmorplatte ein Augenpaar nach dem Bungalow blickte dort lebt der den ich liebe sie kannte dies Augenpaar unter der schweren gewellten brauen linie schwebte es dort vor ihr und der Blick dieser großen schwarzen Pupillen durchschauerte sie wieder mit jenem unbezwingbaren fast unsinnigen Abscheu war es denn wirklich möglich dass Edmund mit den Fesseln der Liebe an dieses Geschöpf gebunden war die Rani war schön auf ihre Weise die nicht die Amandas war und war vielleicht gerade dieser Stil bestricken für einen Mann der selbst das Blut dieser Rasse in seinen Adern hatte aber war es nicht auch möglich dass sie sich täuschte dass sie schon für ausgemacht hielt was nur eine wahrscheinliche Erklärung war könnte eine tödliche Feindschaft zwischen dem Ratschputen und dem Engländer nicht auch einen anderen Grund haben etwa eine politische Intrige das war eine Hoffnung und sie klammerte sich daran während ihr Blick furchtsam den Erker drüben wieder aufsuchte hinter dessen Gitter sie jenes feindliche Augenpaar mit dem saugenden Nachtblick vermutete der Erker aber war kaum mehr zu entdecken der ganze Bau schien eine glühende Kohle zu sein und über ihm waren am Himmel alle rosigen Töne erloschen nur Scharlach und Orange flammten mit der Reinheit und Leuchtkraft prismatischer Farben und Amanda gedachte eines anderen Sonnenuntergang auch ein Schloss in den letzten Sonnenstrahlen glühend und sich gegen einen strahlenden Abendhimmel erhebend gedachte jenes Abends da all das seinen Anfang genommen hatte das jetzt so weit geführt hatte und unaufhaltsam Gott weiß zu welchem Zweck weiter strebte Es war fast ein Jahr her in Heidelberg wo sie sich seit einigen Monaten aufhielt weil ihr Vater dort eine Professur antreten sollte Sie saß am offenen Fenster und sah über den Neckar nach Stadt und Schloss hinüber Ein wunderherrliches Abendbild alles lieblich duftig und einschmeichelnd wenn auch ein wenig matt im Vergleich mit diesen starrenden metallischen Glutfarben des Orients die sich in das Gehirn einbrennen damals glaubte sie freilich dass es nirgends ein prachtvolleres Abendbild geben könne als das jenige das sie gerade vor Augen hatte draußen im Garten deckten gelbe Kastanienblätter den Rasen und ein würziger Geruch gleich dem eines feinen Curry strömte herein und mischte sich mit dem milden warmen Duft einer weinroten Rose die in einem hohen Glas vor ihr auf dem Nähtisch stand diese Rose hatte ihr ein Student geschenkt und zu ihnen gehörte als Begleiter ein kleines Gedicht das zwar nicht von Liebe sprach aber so berät davon schwieg wie der Anstand es erlaubte wenn die Dinge noch nicht für eine förmliche Erklärung Greif sind die Verse waren sehr hübsch und so war er der sie geschrieben hatte und Amanda erwog in ihrem 18 jährigen Herzen ob dies nun die Liebe sei und ob sie wenn er ihr eines Tages seine Hand anböte diese für Leben und Tod ergreifen dürfe dabei pochte dies Herz mit einer süßen Unruhe die für eine Bejahung der Frage zu sprechen schien da trat ihr Vater herein einen offenen Brief in der Hand Amanda was meinst du davon nach Indien zu gehen nach Indien der Name war ihr kein so leeres Geographicum wie den meisten jungen deutschen Mädchen denn ihr Vater pflegte mit ihr über alles zu reden womit er sich beschäftigte hatte sie doch sogar angefangen das Sanskrit Alphabet zu studieren um ihm nach und nach vielleicht behilflich sein zu können aber Indien war sicher fern von allem woran sie gewohnt war sehr fern besonders von dem jungen Mann mit Rosen und Fersen ihr Vater rückte einen Stuhl nahe an sie heran und fing an auseinander zu setzen der brief war von dem minister kala rama sie kenne doch kala rama ob sie kala rama kenne von den ministern ihres eigenen vaterlandes wusste sie nichts aber von diesem minister eines nordindischen kleinstaates und seinen verdiensten hatte ihr der vater ja immer wieder erzählt kala rama also hatte dem vater geschrieben dass es sowohl in seinem eigenen land wie in den benachbarten gegenden einige felsen inschriften gäbe die er zur rechten zeit festgestellt und gedeutet haben möchte zu diesem zweck wie auch um die große manuskript sammlung die er selber angelegt habe zu ordnen und zu verwerten und teilweise sogar der abendländischen gelehrten welt zugänglich zu machen wäre es ihm sehr erwünscht wenn professor eichstätt sich auf einige jahre bei ihm niederlassen wollte für den fall dass er willig wäre dies zu tun sei gerade jetzt eine sehr günstige reisegelegenheit gegeben denn ein junger engländer sir edmund trevellian wäre im begriff sich nach indien zu begeben und zwar gerade nach diesem ländchen zu welchem er in der tat intime beziehungen hatte insofern als er der enkel einer von dort her stammenden begum sei fußnote begum indische prinzessin ende fußnote die dem fremdländischen zauber eines englischen obersten nicht hatte widerstehen können er sei der jüngere sohn einer guten alten cornwallischen familie und habe noch nicht die vierziger erreicht obwohl er schon ein sehr abenteuerliches leben hinter sich hätte in den letzten lebensjahren lord byron sei er dessen steter begleiter gewesen sir trevelyan würde mit einer brick segeln die in south hampton läge und die sie gerade noch zur rechten zeit erreichen könnten amanda sah wohl dass ihr vater schon mit leib und seele unterwegs nach indien sei und mit einem stillen seufzer der dem jungen rosen und fersespender galt versicherte sie ihm dass sie sich nichts herrlicheres denken könne als mit ihm in dem alten heiligen wederlande zu verweilen als sie etwa einen monat später south hampton erreichten wartete die brick nur noch auf günstigen wind professor eichstätt machte sofort zur trevelyan einen besuch in seinem hotel ein interessant aussehender mann von freiem aber gewinnendem wesen meldete schon am nächsten tage waren sie unter segel und die sonne rollte wie eine feurige kugel auf der kimmung als sie die weiße küste albions über der bläue des wassers erbleichen sahen amanda hatte so ziemlich erwartet dass bei dieser gelegenheit der freund lord byrons auf dem achterdeck stehen und child harrells gute nacht rezitieren würde aber nichts dergleichen geschah sir trevelyan musste auf irgendeine weise an bord gekommen sein ließ sich aber gar nicht sehen und so ging es tag für tag woche für woche er blieb unsichtbar amanda fühlte sich wohl ein klein wenig enttäuscht aber lange nicht so sehr wie die englischen ladies der kleinen passagiergesellschaft obwohl er doch sie mehr anging als jene und die nicht wie amanda in einer kleinen hindustadt unter einem dach mit ihm leben sollten und die nur durch die wagen gerüchte über sein abenteuerliches treiben und seine freundschaft mit lord byron ein illegitimes interesse an seiner person hatten sie waren auf der höhe der kanarischen inseln als amanda an einem stürmischen abend sich auf das verdeck hinauf wagte seit mehreren tagen war das wetter so schlecht gewesen dass sie in ihrer eigenen kabine sich hatte aufhalten müssen jetzt hielt sie es aber nicht mehr aus durch die rätselhaften scheinbar so launenhaften schicksals fügungen welche die gesetze der seekrankheit wie so viele andere ordnen war dieses mädchen obwohl aus familien stammend die seit unvordenklichen zeiten das salzwasser nicht gerochen hatten gänzlich von dieser plage verschont geblieben während die anderen passagiere durch ihren würgenden griff auf dem lager festgehalten wurden so war sie denn allein auf dem achterdeck zufällig befand sich kein offizier in der nähe denn sonst wäre ihr der aufenthalt dort kaum gestattet worden es war einer der ersten tropischen sonnenuntergänge die sie zu sehen bekam und der erste durch unruhiges wetter gesteigerte dessen anblick sie genoss zum ersten mal auch sah sie den atlantischen ozean seine ganze majestät offenbaren die pracht und größe des schauspiels überwältigte sie zunächst völlig dann aber gab sie sich mit dem ganzen enthusiasmus einer jungen reinen seele diesen mächtigen eindrücken hin der wolkenberg in dessen gipfel die sonne versank schien ein ungeheurer vulkan zu sein aus dessen krater gigantische feuergarben herausbrachen und den ganzen himmelsraum durchflammten um die wolken in brand zu setzen während glühende lavaströme in das meer hinunterstürzten wie mit goldigem gebüsch gekrönt erhoben sich die schäumenden wellenhügel blut floss in ihren tälern alle erdenklichen purpurtöne dämmerten in ihren höhlen amanda jauchzte und klatschte in die hand wie ein kind jedes mal wenn der schaum am bug der brick wie eine glänzende kaskade empor spritzte und wie regenbogenflammen vorüber fegte sie hörte die stufen der treppe die sich wenige schritte hinter ihr befand leise knarren und wollte hinsehen ob jemand käme ihre schöne einsamkeit zu stören als ihr blick unwillkürlich in die entgegengesetzte richtung gezogen wurde da starrte sie in eine durchsichtige smaragdene wand hinein von so leuchtender schönheit dass sie jeden schrecken vergessend unwillkürlich die arme gegen sie ausbreitete sofort schien sie sich mitten im ozean aber zugleich in einer kräftigen menschlichen umarmung zu befinden nach einer kurzen weile die sie aber eine kleine ewigkeit dünkte ließ das meer sie frei die umarmung aber nicht sie war zu geblendet und zu erschüttert um irgendetwas zu sehen nur purpurflammen tanzten vor ihren augen aber sie hörte über ihrem kopf eine klangvolle stimme lachen ei was ist denn das für ein mutiges dämchen das dem wellenspiel hier applaudiert und den ganzen atlantischen ozean umarmen möchte nein bleiben sie lieber in der umarmung eines alten seemanns das ist besser aha noch eine diesmal war es keine massive welle sondern eine mächtige schaumkaskade die ihr den nacken und die wangen peitschte und auf dem deck und dem glas des oberlichtes neben ihr laut klatschte sie haben sie mehr vom wind weg gedreht das nächste mal wird es wieder eine welle geben da können sie nicht hierbleiben amanda die sich ein wenig losgemacht hatte versuchte einen schritt zu machen taumelte aber hilflos gegen das geländer der treppe nein nein so geht das nicht erlauben sie sie fühlte sich in die höhe gehoben und die kampagnetreppe hinuntergetragen einen augenblick danach saß sie wohlbehalten auf dem sofa im salon vor ihr stand ein hochgewachsener mann dessen mantel in schweren nassen falten um ihn hing unter der schottischen mütze ringelte das schwarze haar glänzend von schaumtropfen sich auf die schulter hinunter seine großen orientalischen augen lachten ebenso sichtbar wie die vollen lippen um die blendend weißen zähne das ganze dunkle fast maurisch anmutende gesicht strahlte seltsam von einer wilden und doch ganz jovialen heiterkeit aber ich sollte mich ihnen wohl eigentlich vorstellen dessen name ihnen nicht unbekannt sein dürfte amanda wollte nun ihrerseits die präsentation vollziehen aber es kostete ihr mühe die lippen zu bewegen sir trevellian bemerkte das nicht nötig schonen sie sich oh ich weiß die kleine binnenländerin in salonsprache miss amanda eichstätt so nun ist die gesellschaftliche zeremonie erledigt ich denke wir werden uns noch unter ruhigeren umständen näher kennenlernen er hatte geklingelt und das kabinenmädchen trat herein fräulein bringen sie miss eichstätt zu bett sie ist ein bisschen zu nah in berührung mit dem atlantischen ozean gekommen decken sie sie vor allem gut zu eine starke tasse tees ist das richtige und ich würde bei dieser gelegenheit empfehlen ein paar teelöffel von dem guten jamaica rum hinein zu tun gute nacht miss eichstätt die so geknüpfte bekanntschaft wurde vorläufig nicht weiter gepflegt sir trevellian ließ sich noch immer fast so wenig sehen wie am anfang wiewohl doch schließlich alle die englischen missis die nicht ohne neid von dem kabinenmädchen so viel wie dieses von dem abenteuer des deutschen fräuleins wusste erfahren hatten nach und nach ihre neugierde befriedigen konnten amanda brachte einen großen teil des tages auf dem verdeck zu sie konnte sich an den see wundern der tropen nicht satt sehen stundenlang beobachtete sie die flugfische die sich in großen schwärmen aus den fluten erhoben und in schimmerndem fluge viele hundert fuß durch die luft schossen bevor sie wieder in ihrem nassen element zuflucht suchten in stillem wetter entzückte sie besonders der anblick des portugiesischen kriegsschiffes einer allerliebsten kleinen medose die durch die glasige tiefe bis zur oberfläche aufstieg und ihre zarten segel in dessen durchsichtigen falten sich rosa orange und hellblau mischten vor der leisen brise ausspannte um mit erstaunlicher schnelligkeit über die gekräuselte meeresoberfläche hinzugleiten vor allem aber mochte sie keinen sonnenuntergang versäumen es war ein solcher der die zweite begegnung etwa 14 tage nach der ersten herbeiführte und zwar unter noch romantischeren der erscheinung und dem ruf ihres neuen bekannten noch angemesseneren umständen und jetzt während sie nach dem raja palast hinüberblickte dessen glut sich heftig vertiefte und schon hier und da wie von schwärzlicher schlacke überzogen wurde jetzt drängte die erinnerung an jene zweite begegnung sich ihr lebhafter denn jemals auf unwillkürlich nahm sie ihr tagebuch zur hand das immer auf ihrem kleinen arbeitstisch am fenster lag sie hatte gerade an jenem nachmittag fleißig darin von fliegenden fischen farbenschillernden medusen und anderen meerwundern geschrieben und eine heftige erregung bemächtigte sich ihrer jetzt als sie in dem heft blätterte und zu den worten kam bei welchen sie damals die feder von sich gelegt hatte weil es die höchste zeit sei ihre enge kabine zu verlassen wenn sie des sonnenuntergangs nicht verlustig gehen wollte die letzte nacht war ziemlich stürmisch gewesen und die see ging noch hohl so wunderte sie sich nicht sehr kein weibliches wesen oben zu finden hingegen schien fast alles was von den passagieren männlichen geschlechts war seine seebeine gefunden zu haben sie hatten sich auf dem achterdeck versammelt aber offenbar nicht um den sonnenuntergang zu bewundern vielmehr kehrten sie achtlos ihren rücken dem strahlenden westen zu wo die sonne von leichtem gewölk umschwebt sich in ihrer vollen pracht schnell der kimmung zusenkte ihr ganzer blendender lichtstrom beleuchtete den gegenstand auf den sich jeder blick gerichtet hatte es war dies ein schiff das in schräger richtung auf sie los steuerte und sich kaum noch eine halbe seemeile luftwärts befand seine großen von der frischen brise voll geblähten segel leuchteten in brennendem orange goldige kaskaden spritzten fortwährend empor am bug der wie blankes metall glänzte und über die purpurne flut ergoss sich der spiegelglanz dieser feurigen erscheinung bis zur brick als ob der fremde segler in seinem eifer sie zu erreichen sein bild vorausschickte der anblick hatte etwas eigentümlich faszinierendes amanda war noch darin versunken als eine wohlbekannte stimme sie weckte was das kleine fräulein hier sie scheinen mir einen trick zu haben hier oben zu sein wenn alles weibliche sich unten befinden sollte nun heute ist das wetter doch nicht so schlimm an das bisschen rollen habe ich mich schon gewöhnt was ist denn das für ein schiff ein schoner ist es vielleicht das schiff das wir in den letzten tagen immer nach osten zu wie einen fleck am horizonte sahen oho lachte es herr edmund sie halten ihre laternen geputzt scheint es ja ja sie ist klar genug gewiss es ist das schiff darauf können sie sich verlassen und ein guter segler dazu nicht wahr wie er so über die wellen hintanzt es ist eine wahre freude zu sehen freilich aber die besten tänzer sind nicht immer die besten leute eine allgemeine wahrheit die sie auch auf der see bestätigt finden werden zumal unter diesen breiten graden und da sie nun schon seinen tanz bewundert haben möchte ich ihnen doch raten sich lieber hinunter zu begeben hier wurde er vom kapitän unterbrochen nun searcher willian was halten sie von ihr womit er offenbar nicht amanda sondern das schiff meinte kein mann an bord hat ein besseres urteil darüber sehr geschmeichelt kapitän meine unmaßgebliche meinung ist klar zum gefecht möge ich nie mehr einen tropfen grog schmecken ob sie nicht mit der meinigen übereinstimmt er ließ sofort die mannschaft auf dem deck zusammen pfeifen und hielt vom achterdeck aus eine kurze ansprache über das altbewährte thema des nimmer sklaven werden können der briten die mit stürmischen hurras beantwortet wurde worauf er knapp und bestimmt seine befehle gab und jeder nach seinem posten eilte auf dem achterdeck rissen sich die männlichen passagiere um die waffen die verteilt wurden alte büchsen pistolen enter haken und hieber überall sah man die ragende gestalt admons und hörte seine herzhafte stimme der kapitän hatte ihn damit beauftragt diese improvisierte wehrkraft die das kaufer deitschiff sehr nötig hatte so gut es gehen wollte ein wenig zu organisieren für ein ängstliches gemüt war seine gegenwart eine wahre herzensstärkung so augenscheinlich war es dass dieser mann sich erst jetzt in seinem rechten element befände und dass er für seine person nichts lieber sehen würde als dass es zur aktion käme amanda hatte das gefühl als ob sie in seiner nähe sich nicht fürchten könne aber auch als ob ihr bisschen mut völlig dahin schwinden würde wenn sie von ihm entfernt würde sie fürchtete nichts mehr als in den salon hinunter geschickt zu werden wo die damen natürlich alle hysterisch vor angst waren von ihrem vater wusste sie zu ihrer beruhigung dass er bis über die ohren im sanskrit säße denn er hatte sich vom buche nicht trennen können als sie ihn aufforderte zum genuss des sonnenuntergangs mit ihr auf das deck zu gehen sie machte sich darum so klein wie möglich ganz hinten am heck wo der mann am steuerrad sie mit seiner breiten matrosengestalt so ziemlich verdeckte schließlich wurde sie doch von mr watson entdeckt einem jungen seeoffizier der ihr sehr beharrlich den hof machte in diesem augenblick aber offenbar keineswegs durch die begegnung angenehm überrascht wurde er bat sie inständig sich doch hinunter in den salon zu begeben ob es nun war weil er selbst in einem so ernsten augenblick keine gelegenheit zu einem kompliment ungenutzt vorübergehen lassen konnte oder weil er gerade diesen ernst gern etwas scherzhaft verkleiden möchte jedenfalls versicherte er ihr er könne ihr nicht erlauben oben zu bleiben weil sie wenn es möglich wäre einem kampf aus dem wege gehen müssten es sei aber noch so hell dass die piraten sie dort sehen könnten und wenn sie das täten würde nichts sie zurückhalten sie würden dann auf alle fälle entern ho ho mr watson was ist dies es war edmunds stimme und seine hand legte sich darab auf die uniformierte schulter des offiziers im begriff falsche signale zu machen wie sie müssen sehr skrupellos sein wo es sich um ein kompliment handelt oder sie kennen den geschmack dieser dunklen gentleman und harems versorger schlecht nein was die gefahr angeht können sie ruhig miss eichstätt hier oben bleiben lassen dagegen halten sie miss smith unten denn wenn die ihre reize hier oben lüftete dann könnte ihre befürchtung sich allerdings erfüllen amanda blickte eifrig zur seite nach dem gefürchteten schiff hinaus so wenig auch die ganze situation zur heiterkeit stimmte so wenig es sich ziemte von dem etwas plumpen scherz notiz zu nehmen sie musste ein wenig lächeln miss smith war eine groß mächtige britische jungfrau bei der die kräftige insulare kost offenbar gut angeschlagen hatte und die keineswegs mit ihren sehr substanziellen reizen geizte besonders nicht zur trevellian gegenüber o was miss smith anbelangt bemerkte der schiffsarzt durch das oberlicht in den salon hinunter guckend wo die lampen schon angebrannt waren die liegt auf dem sofa und hat ihr gesicht ganz in den kissen begraben betet schon zu allah dass sie sultaner werden möge nun vielleicht machen wir noch ihre wohl begründeten hoffnungen zunichte freilich von ihr weglaufen das werden wir schon bleiben lassen das sie galt wiederum keiner dame sondern dem schiff selbst das unerfahrenste auge konnte freilich sehen dass der schoner in der kunst des segelns der brick weit überlegen sei er schien das ganze recht neckisch zeigen zu wollen indem er bald parallelen kurs hielt bald sich entfernte und dann wieder auf sie zuschoss jetzt lief er die brick einholend nur einen steinwurf entfernt lufwärts auf der backbordseite rechts war die sonne gerade unter die kimmung gesunken aber das leichte gewölk breitete ihr licht umso glühender über den ganzen westlichen himmel bis gegen den zenit hinauf und ließ einen widerschein wie von blut über segel und deck des schoners sich ergießen der sich stark nach ihnen hinüber neigte dies solchermaßen schräg gestellte und leicht zu überschauende deck schienen völlig leer zu sein mit ausnahme einer einzigen gestalt ein riesiger neger stand auf dem achterdeck die lange ruder pinne in der hand diese leerheit machte einen ganz besonders unheimlichen eindruck das zierliche schiff schien ein magisches boot zu sein das von selber manövrierte der kapitän breite den schoner aber keine antwort erfolgte noch zwei anrufe blieben ebenso fruchtlos da drohte er feuer zu geben wenn keine antwort käme sofort sprang eine person auf den rufer in der hand und antwortete mit einem längeren gebrüll das unverständlich war und wahrscheinlich auch beabsichtigte es zu sein unmittelbar danach hielt der schoner ab anstatt sich aber zu entfernen drehte er sich auf dem fuß des hinter stevens wie ein kreisel sie will uns die breitseite längsseits von hinten geben captain rief edmund kenne schon den alten trick schmunzelte der kapitän zurück und gab schnell einige befehle die brick machte eine kleine drehung freilich nicht so elegant wie der schoner aber doch gut genug um zu verhindern dass die gefährliche senkrechte gegenüberstellung vorkäme bald liefen die beiden segler wieder parallel mit etwas westlicherem kurs man hatte aber jetzt den schoner auf der steuerbordseite und hatte ihm die luft genommen wie amanda die leute ringsum sagen hörte und was sie als einen großen vorteil zu betrachten schienen in der tat bemerkte auch sie dass der feind nicht mehr so übermütig und spielend manövrierte wiederum breite der kapitän wiederum sprang wie von einer spiralfeder aus einer schachtel emporgetrieben der mann mit dem rufer in die höhe und brüllte sein abrakadabra unmittelbar danach fiel der schoner ab und lief mit dem wind davon nach westen zu wo er bald in der jetzt plötzlich einbrechenden dunkelheit verschwand die brick wurde wieder in ihren alten kurs gebracht von welchem sie sich um einige striche westlich entfernt hatte eine heitere stimmung machte sich unter den passagieren bemerkbar man hatte den schoner aus nächster nähe betrachtet und fand dass von einem so kleinen schiff wenig zu befürchten sei da es von seiner bemannung nur zwei personen gezeigt hatte würden wohl nicht allzu viel an bord sein und man machte sich darüber lustig dass er sich so bald davon überzeugt habe dass für ihn hier nichts zu holen sei einige blasse gesichter älterer herren und später auch einiger frauen zeigte sich am rande der kajüten kappe kamen aber nicht weiter denn ein hier postierter matrose schickte sie wieder hinunter dieser umstand sowie das eifrige flüsternde gespräch das edmund abseits mit dem kapitän führte erweckte bei amanda die vermutung dass alles doch nicht ganz so friedlich sein mochte wie es den anschein hatte in diesem zustand banger zweifel gereichte es ihr sofort zu einer gewissen beruhigung dass edmund nun wieder in ihre nähe zurückkehrte indem er sich neben den mann am steuerrad stellte um ihm wie es schien einige direktiven des kapitäns möglichst unauffällig zu übermitteln unter diesen ungewöhnlichen umständen meinte amanda daß ihre flüchtige bekanntschaft wohl genügen möchte um ihr zu erlauben eine frage über die wahre lage der dinge an ihn zu richten und trat zu ihm hin ach sie sind noch hier fräulein eichstätt und ich meinte sie wären längst unten um ihrem vater das glücklich überstandene abenteuer zu berichten ist es wirklich auch glücklich überstanden ich glaubte sie würden wiederkehren glaubten sie sie sind gescheiter als die anderen nun wenn sie meine meinung hören wollen dann kann es doch noch ernst werden der kapitän hat sehr klug gehandelt seine stückpforten gut verschlossen zu halten damit sie nicht sehen sollen wie wenig zähne wir zu zeigen haben ja ich denke wir werden sie bald wieder sehen aber ich kann mich ja irren damit fing er an das schloss seines gewehres zu untersuchen seine allerletzten worte machten sie an ihrem entschluss irre ihren vater und barbara aufzusuchen und ihnen zu sagen wie die sache stände wenn sie ihren vater recht kannte würde er noch mit der nase im buche sitzen ohne die leiseste ahnung von der nähe der piraten zu haben und hätte barbara den geringsten verdacht gehabt dass irgendeine gefahr in der luft schwebe würde sie sicher nicht geruht haben bevor sie ihr fräulein gefunden hatte warum nun also die beiden vielleicht ganz unnötig in angst und unruhe versetzen ende von abschnitt 17 gelesen von hokus pokus